The Secret – Das Geheimnis von Rhonda Byrne 2006 der Originalausgabe TS Production Limited Liability Company 2007 der deutschsprachigen Ausgabe Text auf der Rückseite des Buches Sie halten ein großes Geheimnis in Ihren Händen. Es überdauerte die Zeiten, war heiß begehrt, wurde versteckt, geraubt und für große Reichtümer erworben. Die Smaragdtafel des Hermes Trismegistus erzeugt von diesem Geheimnis. Platon, Leonardo da Vinci und Einstein haben um das Geheimnis gewusst, wie alle großen Denker und Genies der Geschichte. Das Wissen ist auch in unserer Gegenwart vorhanden. 24 renommierte Weisheitslehrer geben es hier weiter. Auf Ihrer Reise durch diese Seiten werden Sie das Geheimnis kennenlernen und erfahren, wie Sie alles haben, sein oder tun können, was Sie wollen. Sie werden auch erfahren, wer Sie wirklich sind. Und Sie werden erfahren, welche Herrlichkeit Sie im Leben erwartet. Aus dem Vorwort Klappeninnentext Alle Leser sind im Grunde auf der Suche nach dem einen Buch, das Ihnen die Lektüre so vieler anderer Bücher erspart. Sie suchen nach der einen Erkenntnis, die nicht nur Ihre intellektuelle Neugier befriedigt, sondern Ihnen Anleitung gibt, Ihr Leben glücklicher und erfüllter zu gestalten. Diese eine Erkenntnis, The Secret, wie Rhonda Byrne es nennt, war jahrtausendelang nur wenigen Auserwählten zugänglich. Die Smaragdtafel des Hermes Trismegistus, gleichsam die Keimzelle aller heute bestehenden esoterischen Systeme, hat es ausgedrückt mit den Worten wie innen, so außen. Große Geister wie Platon, Leonardo da Vinci und Einstein haben um das Geheimnis gewusst. Moderne Autoren wie Neil Donald, Walsh und Jack Canfield haben in jüngster Zeit eine Million Leserschaft damit inspiriert. Rhonda Byrne trägt die Essenz der Erkenntnisse von 24 renommierten Weisheitslehrern zusammen, um alle Aspekte des Geheimnisses in knapper Form zu präsentieren. Über die Autorin Rhonda Byrne ist Australierin und startete beim dortigen Sender Nine Networks eine außergewöhnliche Fernsehkarriere. Sie war für zahlreiche erfolgreiche nationale TV-Formate wie What's Cooking, The World's Greatest Commercials und UFOs in Australia verantwortlich. Für ihre weltweit erfolgreiche Dokumentation The Secret gelang es Rhonda Byrne ein herausragendes Team von Autoren, Geistlichen, Lehrern, Filmemachern, Designern und Verlegern zusammenzubringen, um The Secret in der Welt bekannt zu machen. The Secret Das Geheimnis Aus dem Englischen von Karl Friedrich Hörner Wie oben, so unten. Wie innen, so außen. Smaragd-Tafel Ca. 3000 v. Chr. Das Geheimnis ist Ihnen gewidmet. Möge es Ihnen Liebe und Freude bringen für Ihr ganzes Dasein. Das ist mein Wunsch für Sie und für die Welt. Vorwort Vor einem Jahr brach mein Leben zusammen. Ich hatte mich bis zur Erschöpfung überarbeitet, mein Vater war plötzlich gestorben und meine Beziehungen zu Arbeitskollegen und geliebten Menschen waren in Aufruhr. Damals konnte ich nicht ahnen, dass mir aus meiner tiefsten Not das größte Geschenk erwachsen sollte. Ich durfte einen Blick auf ein großes Geheimnis werfen, auf das Geheimnis über das Leben. Diesen Blick erhaschte ich in einem hundert Jahre alten Buch, das mir meine Tochter Hayley gegeben hatte. Ich begann die Spur des Geheimnisses in der Geschichte zurückverfolgen und vermochte kaum zu glauben, wie viele Menschen es gekannt hatten. Denn ich stieß auf sehr bedeutsame Namen. Platon, Shakespeare, Newton, Hugo, Beethoven, Lincoln, Amazon, Edison, Einstein. Ungläubig fragte ich mich, warum ist das nicht jedem bekannt? Mich erfasste ein brennendes Verlangen, das Geheimnis in die Welt zu tragen, und ich fing an, nach heute lebenden Menschen zu suchen, die es kannten. Einer nach dem anderen tauchten sie auf. Ich war zu einem Magneten geworden. Nachdem ich meine Suche begonnen hatte, zog ich einen großen, lebenden Meister nach dem anderen zu mir an. Wenn ich einen Lehrer entdeckte, schuf dieser einen Kontakt zum Nächsten. Es war wie eine perfekte Kette. Verfolgte ich einmal eine falsche Spur, so beanspruchte plötzlich etwas anderes meine Aufmerksamkeit, und diese Ableckung wies mir den Weg zum nächsten großen Lehrer. Wenn ich bei einer Suche im Internet zufällig den falschen Link anklickte, führte mich das zu einer wichtigen Information. Binnen weniger Wochen hat sich das Geheimnis durch die Jahrhunderte zurückverfolgt und entdeckt, wer es in der heutigen Zeit kannte und nutzte. Ich war wie besessen von der Idee, das Geheimnis durch einen Film in die Welt zu tragen, und in den folgenden zwei Monaten lernte mein Produktionsteam das Geheimnis kennen. Es war unbedingt geboten, dass jedes Mitglied es kannte, denn ohne dieses Wissen wäre es unmöglich gewesen, das Vorhaben umzusetzen. Wir besaßen von keinem einzigen Lehrer Filmaufnahmen, aber wir kannten das Geheimnis. Und so flog ich in unerschütterlichem Vertrauen in das Geheimnis von Australien in die Vereinigten Staaten, wo die Mehrzahl der Lehrer lebte. Sieben Wochen später hatte unser Team 45 der größten Lehrer überall in den Vereinigten Staaten gefilmt. Wir hatten eine Ausbeute von mehr als 120 Stunden Filmmaterial. Bei jedem Schritt, mit jedem Atemzug, setzten wir das Geheimnis ein, um The Secret zu produzieren. Wie Magnete zogen wir dabei alles und jeden an. Acht Monate später war der Film fertig. Von dem Monat an, wo der Film um die Welt ging, erhielten wir eine Flut von Zuschriften, in denen uns von Wundern berichtet wurde. Menschen schrieben über ihre Heilung von chronischen Schmerzen, Depressionen und Krankheit, wie sie nach einem Unfall zum ersten Mal wieder gesehen haben oder gehen konnten, ja selbst vom Totenbett genesen waren. In Tausenden von Berichten wurde erzählt, wie die Anwendung des Geheimnisses große Geldsummen hereingebracht hatte und unerwartet Checks mit der Post eingetroffen seien. Menschen haben das Geheimnis genutzt, um sich ihr perfektes Zuhause oder das Traumauto zu leisten, die ersehnte Arbeitsstelle oder den Traumpartner zu finden oder um befördert zu werden. Viele Berichte handelten von Unternehmen, die innerhalb weniger Tage nach der Anwendung des Geheimnisses geradezu verwandelt wurden. Herzerwärmende Geschichten erzählten von zerrütteten Partnerschaften, oft mit verhaltensauffälligen Kindern, die ihre innere Harmonie wieder erlangten. Einige der großartigsten Berichte, die uns erreichten, stammten von Kindern, die mithilfe des Geheimnisses ihre Wünsche verwirklichten, einschließlich guter Schulnoten und Freunde. Das Geheimnis hatte zu beigetragen die Kommunikation zwischen Ärzten und ihren Patienten, Universitäten und Studenten, Schulen und Schülern, Fitnessstudios und ihren Kunden, zwischen Kirchen bzw. spirituellen Zentren aller Denominationen und ihren Gemeinden zu verbessern. Überall auf der Welt werden private Geheimnispartys gefeiert, bei denen die Gastgeber ihr neues Wissen mit Angehörigen und Freunden teilen. Das Geheimnis wurde schon eingesetzt, um alles Mögliche anzuziehen. Von einer speziellen Vogelfeder bis hin zu 10 Millionen Dollar. Dies alles ist in den wenigen Monaten seit der Veröffentlichung des Filmes geschehen. Mein Wunsch und mein Ziel bei der Produktion von The Secret war, und ist es immer noch, dass das Geheimnis Milliarden von Menschen rund um dem Globus Freude bringen möge. Und das Produktionsteam erlebt die Verwirklichung dieses Ziels Tag für Tag. Wir erhalten tausende und abertausende Briefe von Menschen überall auf der Welt. Von Angehörigen aller Altersgruppen, Rassen und Nationalitäten, die sich für die Freuden bedanken, die das Geheimnis in ihr Leben gebracht hat. Es spielt keine Rolle, wer sie sind oder wo sie leben. Das Geheimnis kann ihnen geben, was immer sie wollen. In diesem Buch werden 24 faszinierende Lehrer zu Wort kommen. Wir haben sie überall in den Vereinigten Staaten gefilmt, alle zu unterschiedlichen Zeiten. Doch sie sprechen wie mit einer Stimme. Dieses Buch enthält die Worte der Lehrer des Geheimnisses. Und es veranschaulicht die Wirkung des Geheimnisses in Aktion, mit erstaunlichen Geschichten. Ich zeige ihnen alle einfachen Wege, gebe ihnen Tipps und verrate die Abkürzungen, die ich kennengelernt habe, sodass auch sie das Leben ihrer Träume führen können. Sie werden beim Lesen hin und wieder bemerken, dass ich an speziellen Stellen fürwörter, die sich auf sie beziehen, sie, sich, ihnen, etc., kursiv geschrieben habe. Dies geschieht, damit sie die Leser fühlen und wissen, dass ich dieses Buch für sie erschaffen habe. Und ich meine sie ganz persönlich, wenn ich sie schreibe. Es ist mein Wunsch, dass sie sich dabei persönlich angesprochen fühlen, weil das Geheimnis für sie erschaffen wurde. Auf ihrer Reise durch die folgenden Zeiten werden sie das Geheimnis kennenlernen und erfahren, wie sie alle ihre Wünsche verwirklichen können, sei es in materieller Hinsicht, bezüglich ihres Berufs oder ihrer persönlichen Lebensziele. Sie werden auch erfahren, wer sie wirklich sind. Und sie werden erfahren, welche Herrlichkeit sie im Leben erwartet. Das Geheimnis offenbart Bob Proctor Philosoph, Autor und persönlicher Trainer Das Geheimnis gibt ihnen alles, was sie wollen. Glück, Gesundheit und Reichtum. Dr. Joey Vitale Metaphysiker, Marketing-Spezialist und Autor Sie können alles haben, tun oder sein, was sie wollen. John Assaraf Unternehmer und Experte im Geldverdienen Wir können alles haben, wofür wir uns entscheiden, egal wie groß es ist. In was für einem Haus wollen Sie wohnen? Wollen Sie Millionär sein? Was für ein Geschäft wollen Sie haben? Wollen Sie mehr Erfolg? Was wollen Sie wirklich? Dr. John DiMartini Philosoph, Chiropraktiker, Heiler und Spezialist für persönliche Transformation Dies ist das große Geheimnis des Lebens. Dr. Dennis Waitley Psychologe und Trainer für das Potenzial des menschlichen Geistes Früher wollten die Anführer, die das Geheimnis besaßen, die Macht für sich behalten und sie anderen vorenthalten. Sie hielten das Volk in Unwissenheit in Bezug auf das Geheimnis. Die Menschen gingen zur Arbeit, sie erfüllten ihre Aufgabe, sie kamen nach Hause. Sie befanden sich in einer Tretmühle ohne eigene Macht, weil das Geheimnis von den wenigen Wissenden gehütet wurde. In der Geschichte hat es schon zahlreiche Menschen gegeben, die nach dem Wissen um das Geheimnis trachteten. Viele von ihnen haben einen Weg gefunden, dieses Wissen in der Welt zu verbreiten. Michael Bernard Beckwith Visionär und Begründer des Agape International Spiritual Center Ich habe viele Wunder in den Leben der Menschen stattfinden sehen. Finanzielle Wunder, Wunder körperlicher Natur, Wunder geistiger Heilung und Wunder der Heilung von Beziehungen. Jack Canfield Autor, Lehrer, Lebensberater und Motivationsredner Dies alles ist geschehen durch das Wissen, wie das Geheimnis anzuwenden ist. Was ist das Geheimnis? Bob Proctor Nun sitzen Sie vermutlich da und fragen sich, was ist denn das Geheimnis? Ich werde Ihnen sagen, wie ich es kennengelernt habe. Wir alle arbeiten mit der gleichen grenzenlosen Macht. Wir alle leben und existieren nach genau den gleichen Gesetzen. Die Naturgesetze im Universum sind so präzise, dass wir nicht einmal Schwierigkeiten haben, Raumschiffe zu bauen, mit denen wir Menschen auf den Mond schicken und ihre Landung können wir exakt auf dem Bruchteil einer Sekunde genau planen. Wo auch immer Sie sind, in Indien, Australien, Neuseeland, Stockholm, London, Toronto, Montreal oder New York, arbeiten wir alle mit einer Kraft, mit einem Gesetz, mit der Anziehung. Das Geheimnis ist das Gesetz der Anziehung. Alles, was in Ihr Leben kommt, ziehen Sie selbst in Ihr Leben herein. Es wird zu Ihnen gezogen aufgrund der Bilder, in denen Sie denken. Es ist, was Sie denken. Was immer in Ihrem denkenden Geist vorgeht, ziehen Sie zu sich heran. Jeder Ihrer Gedanken ist etwas Reales, eine Kraft. Prentice Mulford, 1834 bis 1891 Die größten Lehrer aller Zeiten stimmen darin überein, dass das Gesetz der Anziehung das mächtigste Gesetz im Universum ist. Dichter wie William Shakespeare, Robert Browning und William Blake vermittelten es in ihren Werken. Musiker wie Ludwig van Beethoven verkündeten es der Welt durch ihre Musik. Musiker wie Leonardo da Vinci bildeten es in ihren Gemälden ab. Die Schriften und Lehren der großen Denker wie Sokrates, Platon, Ralph Waldo Emerson, Pythagoras, Sir Francis Bacon, Sir Isaac Newton, Johann Wolfgang von Goethe und Victor Hugo teilen das Geheimnis mit. Ihre Namen sind unsterblich geworden und die Kunde von ihrem Leben hat Jahrhunderte überdauert. Religionen wie der Hinduismus, hermetische Traditionen, der Buddhismus, das Judentum, das Christentum, unter Islam sowie antike Zivilisationen wie der der Babylonier und Ägypter überlieferten es in ihren Schriften und Geschichten. Über die Jahrhunderte hinweg in verschiedensten Formulierungen aufgezeichnet finden wir das Gesetz in alten und antiken Schriften. Bereits um 3000 vor Christi wurde es in Stein verewigt. Obwohl manche dieses Wissen heiß begehrten, ist es immer da gewesen, um von jedermann entdeckt werden zu können. Das Gesetz begann zu Anbeginn der Zeit. Es ist immer gewesen und wird immer sein. Das Gesetz bestimmt die gesamte Ordnung, jeden Augenblick ihres Lebens und jedes einzelne Erlebnis. Es spielt keine Rolle, wer sie sind oder wo sie sind. Das Gesetz der Anziehung gestaltet ihre ganze Lebenserfahrung und wirkt durch ihre Gedanken. Sie sind es, der das Gesetz der Anziehung aktiviert, wann immer sie denken. Im Jahr 1912 beschrieb Charles Hanel das Gesetz der Anziehung als das größte und unfehlbarste Gesetz, auf welchem das ganze System der Schöpfung beruht. Bob Proctor Weise Menschen haben es immer gewusst. Gehen sie geradewegs zu den Babyloniern in der Antike zurück. Sie haben es immer gewusst. Es ist eine kleine, ausgewählte Gruppe von Menschen. Die Babylonier und ihr sagenhafter Reichtum sind wissenschaftlich wohl dokumentiert. Sie haben eins der siebten Weltwunder der Antike erschaffen, die hängenden Gärten der Semiramis. Durch ihre Kenntnis der Gesetze des Universums und deren Umsetzung wurden sie eine der wohlhabendsten Kulturen in der Geschichte. Bob Proctor Warum meinen Sie, verdient ein Prozent der Bevölkerung rund 96 Prozent des Geldes? Halten Sie das für einen Zufall? Es ist so eingerichtet? Sie haben etwas verstanden. Sie verstehen das Geheimnis. Jetzt werden Sie in das Geheimnis eingeführt. Bewusst oder unbewusst nutzten Menschen, die Reichtum in ihr Leben brachten, das Geheimnis. Sie denken an Fülle und Reichtum und lassen nicht zu, dass sich gegensätzliche Gedanken in ihrem Geist einnisten. Ihre vorherrschenden Gedanken gelten dem Wohlstand. Sie kennen nur Reichtum und etwas anderes existiert in Ihrem Denken nicht. Ob Sie sich dessen bewusst sind oder nicht. Es sind Ihre dominierenden Gedanken an Reichtum, welche Ihnen den Wohlstand gebracht haben. Dies ist das Gesetz der Anziehung in Aktion. Hier ist ein gutes Beispiel, um das Geheimnis und das Gesetz der Anziehung zu demonstrieren. Vielleicht haben Sie von Menschen gehört, die großen Reichtum erlangt hatten, alles verloren und bin in kurzer Zeit wieder zu gewaltigem Reichtum gelangt sind. Was ist in diesen Fällen geschehen? Ob die Personen es wussten oder nicht, ihre vorherrschenden Gedanken waren auf Reichtum ausgerichtet. Denn aus diesem Grund haben Sie ihn überhaupt erst erlangt. Dann ließen sie ängstliche Gedanken an den Verlust des Reichtums zu, bis diese angstbestimmten Grübeleien vorherrschten. Dies gab den Ausschlag, die Gedanken an Verlust überwogen, diejenigen an Wohlstand. Und jene Personen verloren alles. Doch nun verschwand die Angst vor dem Verlust. Sie stellten sich Reichtum vor, bis dieses Bild dominierte. Und der Wohlstand kehrte zurück. Das Gesetz spricht auf Ihre Gedanken an, ganz gleich, welcher Art Sie sind. Gleiches zieht Gleiches an. John Assaraf Wie das Gesetz der Anziehung wirkt, kann ich mir am einfachsten ausmalen, indem ich mir vorstelle, ein Magnet zu sein. Ich weiß, wie ein Magnet wirkt. Sie sind der stärkste Magnet im Universum. Sie tragen eine magnetische Kraft in sich, die mächtiger ist als alles in dieser Welt. Und diese unerschöpfliche magnetische Kraft strahlen Sie durch Ihre Gedanken aus. Bob Doyle Autor und Spezialist für das Gesetz der Anziehung Einfach ausgedrückt besagt das Gesetz der Anziehung. Gleiches zieht Gleiches an. Tatsächlich findet dies auf der Gedankenebene statt. Das Gesetz der Anziehung besagt, Gleiches zieht Gleiches an. So wie Sie also einen Gedanken hegen, ziehen Sie gleiche Gedanken an. Hier sind einige Beispiele für das Wirken des Gesetzes der Anziehung, die Sie vielleicht aus Ihrem eigenen Leben kennen. Haben Sie jemals angefangen, an etwas zu denken, über das Sie nicht glücklich waren, und es Ihnen dann immer schlimmer erschien, je mehr Sie daran dachten? Dies geschah, weil das Gesetz der Anziehung mehr Gedanken gleicher Art zu Ihnen anzieht, sobald Sie Ihr Denken und Ihre Aufmerksamkeit auf dieses Thema konzentrierten. Innerhalb weniger Minuten sind es so viele gleiche, unglückliche Gedanken, die zu Ihnen kommen, dass sich die Situation zu verschlimmern scheint. Und je mehr Sie darüber nachdenken, desto größer wird Ihre Sorge oder Unruhe. Sie haben vielleicht schon erlebt, wie Sie gleiche Gedanken angezogen haben, als Sie einem Lied lauschten, dessen Melodie Sie anschließend nicht mehr aus Ihrem Kopf bringen konnten. Sie wurde zu Ihrem persönlichen Ohrwurm und wiederholte sich weiter und weiter vor Ihrem inneren Ohr. Als Sie das Lied zuerst gehört hatten, nahmen Sie es intensiv vor, auch wenn Sie dies selbst vielleicht gar nicht bemerkten. Dabei haben Sie mit der Kraft Ihrer Aufmerksamkeit mehr gleiche Gedanken an jenes Lied angezogen. Das Gesetz der Anziehung wurde aktiv und vervielfältigte Ihre Gedanken an das Lied immer und immer wieder. John Assaraf Wir Menschen haben die Aufgabe, die Gedanken an das, was wir wollen, festzuhalten. Wir müssen uns gedanklich absolut klar machen, was wir wollen. Und dann fangen wir an, eines der großartigsten Gesetze im Universum anzurufen, nämlich das Gesetz der Anziehung. Sie werden das, woran Sie am meisten denken. Aber Sie ziehen auch das an, worüber Sie am meisten denken. Ihr gegenwärtiges Leben spiegelt Ihre vergangenen Gedanken wieder. Dies gilt für alle großen Ereignisse, aber auch für all jene Dinge, die Ihnen nicht so viel bedeuten. Da Sie das zu sich heranziehen, woran Sie am meisten denken, sind Ihre bisherigen Gedanken heute leicht, in dem zu erkennen, was Sie erlebt haben. Bis jetzt. Nun aber erfahren Sie das Geheimnis und mit diesem Wissen können Sie alles verändern. Bob Proctor Wenn Sie es innerlich sehen können, werden Sie es bald in Händen halten. Wenn Sie vorwiegend an die Verwirklichung Ihrer Wünsche denken, dann werden Sie sie in Ihr Leben holen. Mike Dooley Autor und internationaler Redner Dieses Prinzip lässt sich in drei einfache Wörter zusammenfassen. Gedanken werden Dinge Kraft dieses überaus mächtigen Gesetzes werden Ihre Gedanken zu den Dingen in Ihrem Leben. Ihre Gedanken werden Dinge. Wiederholen Sie diesen Satz in Gedanken und lassen Sie ihn in Ihr Bewusstsein einsickern. Ihre Gedanken werden Dinge. John Assaraf Die meisten Menschen verstehen nicht, dass ein Gedanke eine Frequenz hat. Wir können ihn messen. Wenn Sie einen Gedanken wieder und wieder denken. Wenn Sie sich vor Ihrem inneren Auge vorstellen, dass Sie diesen brandneuen Wagen haben. Dass Sie das Geld haben, das Sie benötigen. Dass Sie das ersehnte Geschäft aufbauen. Ihren Seelengefährten finden. Wenn Sie sich vorstellen, wie das aussieht, dann senden Sie fortwährend die Frequenz jenes Gedanken aus. Dr. Joe Vitale Gedanken senden ein magnetisches Signal aus, welches die entsprechende reale Sache zu Ihnen zurückzieht. Der dominierende Gedanke oder die mentale Einstellung ist der Magnet. Und das Gesetz lautet, Gleiches zieht Gleiches an. Deshalb wird die Denkweise unweigerlich solche Umstände anziehen, die Ihrem Wesen entsprechen. Charles Hanel Gedanken sind magnetisch und haben eine Frequenz. Während Sie denken, senden Sie Nachrichten in das Universum aus, die magnetisch die entsprechenden Gegenstände mit derselben Wellenlänge anziehen. Alles, was ausgesandt wurde, kehrt zum Ursprung zurück. Und dieser Ursprung sind Sie. Stellen Sie es sich folgendermaßen vor. Wir wissen, dass ein Fernsehturm über einen Sender eine Frequenz ausstrahlt, welche in Ihrem häuslichen Empfangsgerät in Bilder umgewandelt wird. Die meisten von uns verstehen nicht wirklich, wie das funktioniert. Doch wir wissen, dass jeder Kanal eine bestimmte Frequenz hat. Und wenn wir diese Frequenz am Empfänger einstellen, bekommen wir das Programm eines bestimmten Senders auf unseren Bildschirm zu sehen. Wir wählen die Frequenz, indem wir einen Kanal einstellen und dann empfangen wir die Sendung, die auf jenen Kanal ausgestrahlt werden. Wenn wir andere Bilder in unserem Gerät sehen wollen, wechseln wir den Kanal, indem wir den Empfänger auf eine andere Frequenz einstellen. Sie sind ein menschlicher Fernsehturm und Sie vermögen mehr als jeder Fernsehturm auf der Welt. Sie sind der mächtigste Sendeturm im Universum. Was Sie aussenden, erschafft und gestaltet Ihr Leben und es erschafft die Welt. Die Frequenz, die Sie aussenden, reicht über Städte, über Länder, über den Erdball hinaus. Sie heilt wieder durch das ganze Universum. Und Sie senden diese Frequenz aus. Mit Ihren Gedanken. Die Bilder, die Sie vor der Aussendung Ihrer Gedanken empfangen, flimmern nicht nur über einen Bildschirm in Ihrem Wohnzimmer, sondern sie sind die Bilder Ihres Lebens. Ihre Gedanken erzeugen die Frequenz. Sie ziehen auf dieser Frequenz gleiche Dinge an, die dann als die Bilder Ihres Lebens zu Ihnen zurückgesandt werden. Wenn Sie in Ihrem Leben etwas ändern möchten, dann wechseln Sie den Kanal und wechseln Sie die Frequenz, indem Sie Ihre Gedanken ändern. Die Schwingungen der Gedankenkräfte sind die feinsten und folglich die mächtigsten, die es gibt. Charles Hanel Bob Proctor Stellen Sie sich vor, wie Sie in Fülle leben, und Sie werden entsprechende Lebensumstände anziehen. Es funktioniert jedes Mal, bei jedem Menschen. Indem Sie an sich selbst denken, wie Sie in Fülle leben, bestimmen Sie durch das Gesetz der Anziehung bewusst und mit Macht über Ihr Leben. Es ist so einfach. Doch schon erhebt sich die naheliegendste Frage. Warum lebt nicht jeder das Leben seiner Träume? Ziehen Sie Gutes statt Schlechtes an. John Assaraf Hier liegt das Problem. Die meisten Menschen denken an das, was sie nicht wollen, und wundern sich, warum es ihnen wieder und wieder begegnet. Es gibt nur einen Grund, warum Menschen nicht haben, was sie wollen. Weil sie mehr an das denken, was sie nicht wollen, als an das, was sie wollen. Achten Sie auf Ihre Gedanken und achten Sie auf die Worte, die sie aussprechen. Das Gesetz ist absolut präzise, es macht keine Fehler. Eine Epidemie, die schlimmer ist als jede Seuche, von der die Menschheit je heimgesucht wurde, wütet nun schon seit Jahrhunderten. Es ist die Will-nicht-Epidemie. Die Menschen tragen sie weiter, indem sie überwiegend denken, sprechen und tun, was sie nicht wollen. Heute aber lebt die Generation, die die Geschichte verändern wird, weil wir das Wissen erhalten, das uns von jeder Plage befreien kann. Das fängt bei Ihnen an. Sie können ein Pionier dieser neuen Denkbewegung werden, indem Sie einfach über Ihre Wünsche und Träume nachdenken und sprechen. Bob Doyle Das Gesetz der Anziehungskraft ist ein Naturgesetz. Es ist unpersönlich und sieht nicht, ob etwas gut oder schlecht ist. Es empfängt Ihre Gedanken und sendet sie Ihnen in Form dessen zurück, was Ihnen im Leben widerfährt. Wenn Sie auf einem Berg Schulden blicken und sich dabei schrecklich fühlen, dann ist dies das Signal, das Sie ins Universum aussenden. Ich fühle mich wirklich miserabel wegen all der Schulden, die ich habe. Sie bestätigen es sich gerade selbst. Sie fühlen es auf jeder Ebene Ihres Daseins und das ist, wovon Sie noch mehr bekommen werden. Liza Nichols Autorin und Motivationstrainerin Das Gesetz der Anziehung gehorcht Ihnen wirklich aufs Wort. Wenn Sie sich in Gedanken auf Ihre Wünsche konzentrieren, dann wird Ihnen das Gesetz der Anziehung genau das liefern, was Sie wollen. Jedes Mal. Wenn Sie sich auf die Dinge besinnen, die Sie nicht wollen. Ich will nicht zu spät kommen. Ich will nicht zu spät kommen. Dann hört das Gesetz der Anziehung nicht, dass Sie es nicht wollen. Es manifestiert das, woran Sie denken, das zu spät kommen. Und so wird es wieder und immer wieder geschehen. Das Gesetz der Anziehung unterscheidet nicht zwischen Wollen und Nichtwollen. Wenn Sie sich auf etwas konzentrieren, ganz gleich was, dann rufen Sie genau dies ins Dasein. Wenn Sie sich in Gedanken intensiv auf Ihre Wünsche konzentrieren, dann rufen Sie in demselben Augenblick mit der mächtigsten Kraft im Universum das herbei, was Sie wollen. Das Gesetz der Anziehung rechnet nicht mit Nicht- oder Nein oder anderen Wörtern der Verneinung. Wenn Sie Wörter der Verneinung denken oder sprechen, empfängt das Gesetz der Anziehung dies. Ich will dieses Kleidungsstück nicht schmutzig machen. Ich will mich bekleckern und ich will auch Flecken auf meinem anderen Händen. Ich will keinen schlechten Haarschnitt. Ich will einen schlechten Haarschnitt. Ich will nicht zu spät kommen. Ich will Verspätungen. Ich will nicht, dass diese Person grob zu mir ist. Ich will, dass dieser Mensch und alle anderen mich schlecht behandeln. Ich will nicht, dass das Restaurant unseren Tisch vergibt. Ich will, dass Restaurants unsere Tische vergeben. Ich will nicht, dass diese Schuhe drücken. Ich will, dass Schuhe drücken. Ich kann diese Arbeit nicht bewältigen. Ich will mehr Arbeit, als ich schaffen kann. Ich will keinen Schnupfen bekommen. Ich will einen Schnupfen und noch mehr bekommen. Ich will nicht streiten. Ich will mehr streiten. Reden nicht in diesem Ton mit mir. Ich will, dass du und andere so unfreundlich zu mir sind. Das Gesetz der Anziehung gibt ihnen das, woran sie denken. Punkt. Bob Proctor Das Gesetz der Anziehung wirkt immer, ob sie es glauben oder verstehen oder nicht. Das Gesetz der Anziehung ist das Gesetz der Schöpfung. Quantenphysiker sagen uns, dass sogar das ganze Universum aus einem Gedanken entstanden ist. Genauso wie alle anderen Menschen erschaffen und sie gemäß dem Gesetz der Anziehungskraft erleben durch ihre Gedanken. Das Gesetz wirkt nicht nur, wenn oder weil sie davon wissen. Es hat schon immer gewirkt in ihrem Leben und dem Leben jedes anderen Menschen seit Anbeginn der Zeit. Wenn sie sich dieses großen Gesetzes bewusst werden, dann wird ihnen auch bewusst, wie unglaublich mächtig sie sind. Denn sie selbst vermögen, ihr Leben ins Dasein zu denken. Liza Nichols Es funktioniert genauso viel, wie sie denken. Immer wenn ihre Gedanken unterwegs sind, wirkt das Gesetz der Anziehung. Wenn sie an die Vergangenheit denken, wirkt das Gesetz der Anziehung. Wenn sie an die Gegenwart oder die Zukunft denken, wirkt das Gesetz der Anziehung. Dies ist ein fortwährender Prozess. Sie können nicht auf Pause drücken. Es gibt auch keine Stopptaste. Das Gesetz der Anziehung ist immer in Aktion. Wie ihre Gedanken auch. Ob wir es bemerken oder nicht, wir denken den größten Teil der Zeit. Wenn sie gerade sprechen oder jemandem zuhören, denken sie dabei. Wenn sie die Zeitung lesen oder Fernsehen, denken sie dabei. Wenn sie sich Erinnerungen aus der Vergangenheit in den Sinn rufen, denken sie dabei. Wenn sie sich etwas in der Zukunft ausmalen, denken sie dabei. Wenn sie mit dem Auto fahren, denken sie dabei. Wenn sie sich am Morgen fertig machen, denken sie dabei. Für viele von uns gibt es nur eine Zeit, in der wir nicht denken, während wir schlafen. Doch dann arbeiten die Kräfte der Anziehung immer noch mit unseren letzten Gedanken, die wir vor dem Einschlafen hegten. Achten sie darauf, dass ihre letzten Gedanken vor dem Einschlafen gute Gedanken sind. Michael Bernard Beckwith Schöpfung findet immer statt. Mit jedem Gedanken oder längerem Grübeln tragen wir alle zum Schöpfungsgeschehen bei. Denn aus diesen Gedanken wird sich etwas manifestieren. Ihre gegenwärtigen Gedanken erschaffen ihr zukünftiges Leben. Sie kreieren ihr Dasein mit ihren Gedanken. Weil sie ununterbrochen denken, erschaffen sie auch ohne Unterlass. Woran sie am häufigsten denken oder worauf sie die meiste Aufmerksamkeit richten, wird sich in ihrem Leben verwirklichen. Wie alle Naturgesetze beweist auch dieses Gesetz äußerste Perfektion. Sie erschaffen ihr Leben. Was auch immer sie sehen, ernten sie. Ihre Gedanken sind Samen und die Ernte, die sie einbringen, ist abhängig von den Samen, die sie sehen. Wenn sie sich beklagen, wird das Gesetz der Anziehung mit Macht mehr Situationen in ihr Leben bringen, über die sie klagen können. Wenn sie zuhören, wie ein anderer sich beklagt und sich mit ihrer Aufmerksamkeit darauf konzentrieren, und mit ihm sympathisieren, mit ihm übereinstimmen, so ziehen sie im selben Moment mehr Situationen in ihr eigenes Leben, über die sie klagen können. Das Gesetz spiegelt schlicht und einfach wider und gibt ihnen genau zurück, worauf sie sich in Gedanken konzentriert haben. Nun, da sie dies wissen, können sie jeden Umstand und jedes Ereignis in ihrem Leben völlig verändern, indem sie ihre Denkweise ändern. Bill Harris Lehrer und Gründer des Centerpoint Research Institute Robert nahm an einem meiner Online-Kurse teil und wir kommunizierten über E-Mail. Robert war schwul. In seinen E-Mails an mich schilderte er all die harten Realitäten seines Lebens. An seinem Arbeitsplatz verschohren sich seine Kollegen gegen ihn. Ihre Gemeinheiten waren zu einer Dauerbelastung geworden. Wenn er die Straße entlang ging, wurde er von schwulen, feindlichen Genossen angesprochen, die ihn irgendwie provozieren wollten. Robert wollte Stand-up-Comedian werden. Doch wenn er ein Engagement wahrnahm, piesackten ihn alle wegen seines Schwulseins. Sein ganzes Leben war geprägt von Unglück und Elend und alles drehte sich darum, dass er angegriffen wurde, weil er schwul war. Ich begann ihm klarzumachen, dass er sich genau auf das konzentrierte, was er nicht wollte. Ich wies ihn auf die Mail hin, die er mir geschickt hatte und schrieb, Lesen Sie noch einmal, achten Sie dabei auf alles, was Sie nicht wollen, von dem Sie mir da erzählen. Ich kann nur sagen, Sie sind in Ihren Schilderungen sehr leidenschaftlich und wenn Sie sich mit sehr viel Leidenschaft auf etwas konzentrieren, dann wird es sogar noch schneller eintreten. Robert nahm sich den Rat zu Herzen und gab sich von diesem Zeitpunkt an große Mühe, sich auf seine Wünsche zu konzentrieren. Was innerhalb der nächsten sechs bis acht Wochen geschah, war ein absolutes Wunder. All die Menschen in seinem Büro, die ihn belästigt hatten, wechselten entweder in eine andere Abteilung, kündigten ihre Stelle bei dieser Firma oder fingen an, ihn ganz in Ruhe zu lassen. Robert wiederum begann, seine Arbeit zu lieben. Wenn er die Straße entlang ging, belästigte ihn keiner mehr. Sie waren einfach nicht da. Wenn er seine Auftritte als Stand-up-Comedian hatte, erhielt er stehende Ovationen und niemand piesackte ihn mehr. Mein ganzes Leben veränderte sich, weil er sich veränderte. Er kreiste nicht mehr um das, was er nicht wollte, was er fürchtete, was er vermeiden wollte, sondern konzentrierte sich auf das, was er wollte. Roberts Leben veränderte sich, weil er sein Denken veränderte. Nun sandte er eine andere Frequenz ins Universum hinaus. Das Universum muss die Bilder der neuen Frequenz liefern, gleichgültig, wie unmöglich die Situation dann auch erscheinen mag. Roberts neue Gedanken wurden seine neue Frequenz und die Bilder seines ganzen Lebens änderten sich. Ihr Leben liegt in Ihren Händen, ganz gleich, wo Sie jetzt sind, ganz gleich, was in Ihrem Leben geschehen ist. Sie können anfangen, Ihre Gedanken bewusst zu wählen und Sie können Ihr Leben verändern. So etwas wie hoffnungslose Situationen gibt es nicht. Jeder einzelne Umstand in Ihrem Leben kann sich wandeln. Die Kraft Ihrer Gedanken Michael Bernard Beckwith Sie ziehen das an, woran Sie überwiegend denken, ob Ihnen diese Gedanken bewusst sind oder nicht. Da liegt der Hase im Pfeffer. Ob Sie sich Ihrer Gedanken in der Vergangenheit bewusst gewesen sind oder nicht. Jetzt werden Sie sich Ihrer bewusst. Gerade jetzt, mit dem Wissen um das Geheimnis, erwachen Sie wie aus einem tiefen Schlaf und werden Sie sich bewusst. Sie werden sich des Wissens bewusst des Gesetzes der Macht, die Sie durch Ihre Gedanken haben. Dr. John DiMartini Sehen Sie sich ganz aufmerksam um. Wenn es um das Geheimnis geht, um die Macht unseres Denkens und unserer Intentionen im täglichen Leben, dann ist alles vorhanden, ja naheliegend. Wir brauchen nichts weiter zu tun, als die Augen zu öffnen und zu schauen. Liza Nichols Sie können das Gesetz der Anziehung überall erkennen. Sie selbst ziehen alles an. Die Menschen, den Job, die Lebensumstände, die Gesundheit, den Reichtum, die Schulden, die Freunde, welches Auto Sie fahren, die Gesellschaft, in der Sie sich befinden. Dies alles haben Sie selbst wie ein Magnet angezogen. Das, woran Sie denken, führen Sie herbei. Ihr ganzes Leben ist eine Manifestation der Gedanken in Ihrem Kopf. Das Universum ist allumfassend, nicht ausschließend. Nichts ist vom Gesetz der Anziehung ausgeschlossen. Ihr Leben ist eine Widerspiegelung Ihrer vorherrschenden Gedanken. Alle Lebewesen auf diesem Planeten leben unter dem Gesetz der Anziehung. Eines ist bei den Menschen anders. Sie haben die intellektuellen Anlagen, um zu erkennen. Sie können ihren freien Willen gebrauchen und ihre Gedanken selbst wählen. Menschen haben die Macht, bewusst und zielgerichtet zu denken und mit ihrem Denken ihr ganzes Leben zu erschaffen. Dr. Fred Allen Wolf Quantenphysiker, Dozent und preisgekrönter Schriftsteller Ich erzähle Ihnen nichts über Wunschdenken oder Wahnvorstellungen. Ich spreche zu Ihnen aus einem tieferen, grundlegenden Verständnis. Die Quantenphysik ist im Begriff diese Entdeckung zu bestätigen. Sie sagt, dass wir nicht ein Universum haben können, ohne dass unser Geist darin eine Rolle spielt und dass unser Denken tatsächlich genau das gestaltet, was wir wahrnehmen. Wenn Sie an unsere Analogie denken, dass Sie der mächtigste Sendetum im Universum sind, werden Sie die Übereinstimmung mit der Aussage von Dr. Wolfs Worten erkennen. Sie hegen Gedanken und deren Bilder werden zurückgesendet als das, was Sie in Ihrem Leben erfahren. Sie erschaffen nicht nur Ihr Leben mit Gedanken, sondern Ihre Gedanken tragen dabei auch zur Erschaffung der Welt bei. Wenn Sie bisher gedacht haben, Sie wären unbedeutend und hätten in dieser Welt keine Macht, dann denken Sie neu darüber nach. Ihr Geist ist tatsächlich der Gestalter dessen, was Sie umgibt. Die erstaunliche Arbeit und die Entdeckungen der Quantenphysiker in den vergangenen 80 Jahren haben uns ein tiefes Verständnis der unauslotbaren, schöpferischen Macht des menschlichen Geistes vermittelt. Erkenntnisse der Naturwissenschaftler weisen Parallelen auf zu den Worten der großen Denkler dieser Zeit, wie Carnegie, Amazon, Shakespeare, Baton, Krishnamaruti und Buddha. Bob Proctor Wenn Sie das Gesetz nicht verstehen, so bedeutet dies nicht, dass Sie es ablehnen sollten. Vielleicht verstehen Sie die Elektrizität nicht, trotzdem genießen Sie deren Annehmlichkeiten. Ich weiß selbst nicht, wie sie funktioniert, aber ich weiß eines. Sie können mit Elektrizität die Mahlzeit eines Menschen kochen, und Sie können auch den Menschen selbst kochen. Michael Bernard Beckwith Wenn Menschen das große Geheimnis zu verstehen beginnen, erschrecken sie oft angesichts all der negativen Gedanken, die sie hegen. Sie sollen sich bewusst machen. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass ein bejahender Gedanke hundertmal mächtiger ist als ein negativer. Dies dürfte ihre Sorge augenwilliglich verringern. Es bedarf wirklich vieler negativer Gedanken und anhaltenden negativen Denkens, um etwas Negatives in Ihr Leben zu ziehen. Doch wenn Sie über einen längeren Zeitraum ständig negative Gedanken hegen, dann werden diese in Ihrem Leben Gestalt annehmen. Falls Sie sich darüber sorgen, dass Sie negative Gedanken haben, werden Sie noch größere Sorgen über Ihr negatives Denken anziehen, und es damit multiplizieren. Entscheiden Sie sich gleich jetzt, nur gute Gedanken zu hegen. Damit verkünden Sie dem Universum, dass alle Ihre guten Gedanken stark und dass jegliche negativen Gedanken schwach sind. Liza Nichols Gott sei Dank gibt es eine zeitliche Verzögerung, sodass sich nicht all Ihre Gedanken augenblicklich erfüllen. Andernfalls wären wir in ernsten Schwierigkeiten. Dieses Element der zeitlichen Verzögerung dient Ihnen. Es erlaubt Ihnen zu überlegen und neu darüber nachzudenken, was Sie meinten, und eine neue Wahl zu treffen. All Ihre Macht, Ihr Leben selbst zu erschaffen, steht Ihnen gerade in diesem Augenblick zur Verfügung. Denn gerade jetzt denken Sie. Wenn Sie an etwas gedacht haben, bei dem es nicht gut wäre, wenn es sich erfüllte, dann können Sie genau jetzt Ihr Denken ändern. Sie können Ihre früheren Gedanken auslöschen, indem Sie sie durch gute Gedanken ersetzen. Die Zeit dient Ihnen dabei, weil Sie neue Gedanken und eine neue Frequenz aussenden können. Jetzt! Dr. Joe Vitale Sie wollen sich Ihre Gedanken bewusst werden und Sie sorgfältig auswählen. Und Sie wollen Spaß dabei haben, weil Sie das Meisterwerk Ihres eigenen Lebens sind. Sie sind der Michelangelo, der Schöpfer Ihres eigenen Lebens. Und Sie selbst sind der David, den Sie gestalten. Sie können Ihre Gedanken beherrschen lernen, indem Sie Ihren Geist zur Ruhe kommen lassen. Die in diesem Buch vorgestellten Lehrer haben sich Meditationen ausnahmslos zur täglichen Praxis gemacht. Wie viel Meditation bewirken und verändern kann, habe ich erst entdeckt, nachdem ich das Geheimnis kennengelernt hatte. Die Meditation beruhigt Ihren Geist. Sie hilft Ihnen, Ihre Gedanken zu kontrollieren und vitalisiert Ihren Körper. Die gute Nachricht dabei ist, dass Sie dafür nicht extra mehrere Stunden in Ihrem Tagesablauf reservieren müssen. Zu Beginn reichen gerade drei bis zehn Minuten pro Tag, die Ihnen unglaublich helfen können, Kontrolle über Ihre Gedanken zu gewinnen. Um sich Ihrer Gedanken bewusst zu werden, können Sie auch den Vorsatz formulieren, Ich bin Herr über meine Gedanken. Wiederholen Sie diese Worte oft und meditieren Sie darüber. Wenn Sie an dieser Intention festhalten, werden und müssen Sie die Kraft des Gesetzes der Anziehung erfüllen. Sie erhalten gerade das Wissen, das Sie befähigen wird, die herrlichste Version von Ihnen selbst zu erschaffen. Die Möglichkeit jener Version von Ihnen existiert bereits auf der Frequenz des Gedankens an die herrlichste Version von Ihnen. Entscheiden Sie, was Sie sein, tun und haben wollen. Denken Sie daran. Senden Sie die Frequenz aus und Ihre Version wird zu Ihrem Leben. Geheimnis in Kürze Das große Geheimnis des Lebens ist das Gesetz der Anziehung. Das Gesetz der Anziehung sagt, Gleiches zieht Gleiches an. So wie Sie also einen Gedanken hegen, ziehen Sie gleiche Gedanken an. Gedanken sind magnetisch und Gedanken haben eine Frequenz. Während Sie denken, wären Ihre Gedanken ins Universum ausgesandt und Sie ziehen magnetisch alle gleichen Dinge an, welche die gleiche Frequenz aufweisen. Alles, was ausgesandt wurde, kehrt zum Ursprung zurück. Zu Ihnen. Sie sind wie ein menschlicher Sendeturm. Sie senden mit Ihren Gedanken eine Frequenz aus. Wenn Sie in Ihrem Leben etwas ändern möchten, dann wechseln Sie die Frequenz, indem Sie Ihre Gedanken ändern. Ihre gegenwärtigen Gedanken erschaffen Ihr künftiges Leben. Woran Sie am häufigsten denken und worauf Sie sich besonders intensiv konzentrieren, wird zu Ihrem Leben werden. Ihre Gedanken werden Dinger. Das Geheimnis leicht gemacht Michael Bernard Beckwith Wir leben in einem Universum, in dem es Gesetze gibt, zum Beispiel das Gesetz der Schwerkraft. Wenn Sie von einem Dach herunterfallen, werden Sie auf die Erde stürzen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie ein guter oder ein schlechter Mensch sind. Das Gesetz der Anziehung ist ein Naturgesetz. Es ist so unparteiisch und unpersönlich wie das Gesetz der Schwerkraft. Es ist präzise und genau. Dr. Joey Vitale Alles, was Sie zur Zeit in Ihrem Leben umgibt, haben Sie angezogen, einschließlich der Dinge, über die Sie sich beklagen. Ich weiß, dass Sie dies im ersten Moment gar nicht hören wollen. Sie werden sofort sagen, den Autounfall habe ich nicht angezogen. Jenen Klienten, der mir so zu schaffen macht, habe ich nicht angezogen. Meine Schulden habe ich bestimmt nicht angezogen. Aber hier stehe ich und sage Ihnen ins Gesicht. Doch, Sie haben es angezogen. Das ist eine der schwierigsten Lektionen, doch wenn Sie es akzeptiert haben, wird es Ihr Leben verwandeln. Wer diesen Teil des Geheimnisses zum ersten Mal hört, den kommen oft geschichtliche Ereignisse in den Sinn, bei denen zahlreiche Menschen ums Leben kamen. Es erscheint unbegreiflich, dass so viele Menschen sich selbst zu diesen Ereignissen hingezogen haben sollten. Aufgrund des Gesetzes der Anziehung müssen Sie auf der gleichen Frequenz wie das Ergebnis gewesen sein. Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass Sie an genau dieses Geschehen gedacht haben. Aber die Frequenz Ihrer Gedanken passt zu derjenigen des Ereignisses. Wenn Menschen glauben, sie können zur falschen Zeit am falschen Ort sein und dass sie keine Kontrolle über die äußeren Umstände haben, dann können jene lange gehegten Gedanken von Angst, Getrenntsein und Ohnmacht sie dahin führen, dass sie zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Sie stehen gerade jetzt vor einer Wahl. Wollen Sie glauben, dass so etwas wie ein zufälliger Griff in eine Lostrommel über Ihr Leben entscheidet und schlimme Dinge Ihnen jederzeit zustoßen können? Wollen Sie glauben, dass Sie zur falschen Zeit am falschen Ort sein können, dass Sie keine Macht über die Umstände haben? Oder wollen Sie glauben und wissen, dass Ihr Leben und Erleben in Ihren Händen liegt und dass nur alles Gute in Ihr Leben kommen kann, weil dies Ihrer Gedenkweise entspricht? Sie haben die Wahl. Was Sie sich zu denken entscheiden, das wird zu Ihrem Leben und Erleben werden. Nichts kann sich in Ihrem Leben ereignen, ohne dass Sie es durch Ihre Gedanken herbeigerufen haben. Bob Doyle Dass wir etwas heranziehen, geschieht bei den meisten von uns durch Unterlassung. Wir denken einfach, dass wir keine Kontrolle darüber haben. Unsere Gedanken und Gefühle sind auf Autopilot geschaltet. Und so kommt alles zu uns, weil wir nichts tun. Es ist leicht zu verstehen, wie sich in Unkenntnis des Geheimnisses manch Ungewolltes in Ihrem Leben oder im Leben anderer Menschen ereignen konnte. Es passierte einfach aufgrund eines Mangels an Bewusstsein um die große schöpferische Macht unserer Gedanken. Wenn Sie dies zum ersten Mal hören, fragen Sie sich vielleicht spontan, wie ich soll meine Gedanken überwachen? Das wird aber eine Menge Arbeit. Anfänglich wird es Ihnen so vorkommen, aber dann fängt der Spaß erst an. Der Spaß ist, dass es viele Abkürzungen zum Geheimnis gibt und Sie werden diejenigen auswählen, die für Sie am besten funktionieren. Lesen Sie weiter und Sie werden schon sehen. Marcy Shimoff Autorin, internationale Rednerin und Transformationslehrerin Es ist unmöglich, jeden Gedanken zu überwachen, den wir haben. Von Forschern wissen wir, dass wir etwa 60.000 Gedanken pro Tag haben. Können Sie sich vorstellen, wie erschöpft Sie sich fühlen würden bei dem Versuch, alle diese 60.000 Gedanken zu kontrollieren? Zum Glück gibt es einen einfachen Weg, nämlich unsere Gefühle. Unsere Gefühle lassen uns wissen, was wir denken. Die Bedeutung der Gefühle kann gar nicht hoch genug bewertet werden. Gefühle sind Ihr wichtigstes Hilfsmittel bei der Erschaffung Ihres Lebens. Ihre Gedanken sind die Ursache von allem. Alles andere, was Sie in dieser Welt sehen und erleben, ist Auswirkung. Dies gilt auch für Ihre Gefühle. Der Ursprung sind immer Ihre Gedanken. Bob Doyle Die Emotionen sind ein unglaubliches Geschenk. Sie lassen uns wissen, was wir gerade denken. Ihre Gefühle teilen Ihnen sehr rasch mit, was Sie gerade denken. Denken Sie nur, wie Ihre Gefühle plötzlich auf Tauchstationen gehen, weil Sie vielleicht gerade eine schlechte Nachricht erhalten haben. Das unangenehme Gefühl in der Magengrube macht sich wie ein Faustschlag unmittelbar bemerkbar. So sind Ihre Gefühle ein augenblickliches Signal, das Ihnen vermittelt, was Sie gerade denken. Sie sollten sich Ihrer Gefühle bewusst werden und Ihr inneres Gleichgewicht finden, weil das der schnellste Weg ist, um Ihre Gedanken zu erkennen. Liza Nichols Sie haben zwei Kategorien von Gefühlen. Gute und schlechte. Sie kennen den Unterschied. Die einen bewirken, dass Sie sich gut fühlen und die anderen, dass Sie sich schlecht fühlen. Hierzu gehören Niedergeschlagenheit, Wut, Groll oder Schuldgefühle. Das sind Gefühle, die Sie nicht als stärkend empfinden. Es sind die schlechten Gefühle. Keiner kann Ihnen sagen, ob Sie sich gut oder schlecht fühlen, denn nur Sie selbst wissen, was Sie gerade empfinden. Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie sich fühlen, so fragen Sie sich selbst. Wie fühle ich mich? Sie können im Laufe des Tages öfter innehalten und sich diese Frage stellen. Auf diese Weise werden Sie sich Ihres Gefühls immer bewusster. Am wichtigsten ist es für Sie zu wissen, dass es unmöglich ist, sich schlecht zu fühlen und gleichzeitig positiv zu denken. Es würde gegen das Gesetz verstoßen, denn Ihre Gedanken verursachen Ihre Gefühle. Wenn Sie sich schlecht fühlen, dann, weil Sie Gedanken hegen, die verursachen, dass Sie sich schlecht fühlen. Ihre Gedanken bestimmen die Frequenz, die Sie aussenden. Ihre Gefühle teilen Ihnen augenblicklich mit, auf welcher Wellenlänge Sie gerade sind. Wenn Sie sich schlecht fühlen, dann sind Sie auf der Frequenz, auf der Sie mehr Schlechtes anziehen. Das Gesetz der Anziehung muss darauf ansprechen und Ihnen mehr negative Bilder der und unerfreuliche Umstände zurücksenden, die Sie in schlechte Laune versetzen. Wenn Sie sich schlecht fühlen und keinerlei Anstrengungen unternehmen, um Ihre Gedanken zu ändern und sich besser zu fühlen, rufen Sie praktisch, bringt mir mehr Umstände, die bewirken, dass ich mich schlecht fühle. Bringt Sie her. Liza Nichols Die andere Seite der Medaille ist, dass Sie positive Gedanken und Gefühle haben. Sie fühlen Sie in sich aufsteigen, weil Sie bewirken, dass Sie sich gut fühlen. Vorfreude, Glück, Dankbarkeit, Liebe. Stellen Sie sich vor, Sie könnten sich jeden Tag so fühlen. Wenn Sie die guten Gefühle feiern, werden Sie mehr gute Gefühle anziehen. Und etwas, das Sie gut drauf sein lässt. Es ist unmöglich, sich gut zu fühlen und gleichzeitig negative Gedanken zu haben. Wenn Sie sich gut fühlen, dann ist es, weil Sie positive Gedanken hegen. Sie sehen also, Sie können in Ihrem Leben haben, was immer Sie wollen. Es gibt keine Grenzen. Aber die Sache hat einen Haken. Sie müssen sich gut fühlen. Denken Sie einmal darüber nach. Ist es nicht das, was Sie ohnehin immer wollten? Das Gesetz ist wirklich perfekt. Marcy Shimoff Wenn Sie sich gut fühlen, dann erschaffen Sie gerade eine Zukunft, die im Einklang mit Ihren Wünschen ist. Wenn Sie sich schlecht fühlen, dann erschaffen Sie gerade eine Zukunft, die nicht Ihren Wünschen entspricht. Das Gesetz der Anziehung wirkt jede Sekunde im Laufe Ihres Tages. Alles, was wir denken und fühlen, erschafft unsere Zukunft. Wenn Sie besorgt sind oder in Angst, dann ziehen Sie mehr davon in Ihr Leben. Wenn Sie sich gut fühlen, dann ist das auf positive Gedanken zurückzuführen. Also sind Sie auf dem rechten Weg und senden eine mächtige Frequenz aus, die mehr gute Dinge zu Ihnen zieht, welche bewirken werden, dass Sie sich gut fühlen. Ergreifen Sie die Gelegenheit solcher Momente und nutzen Sie sie aus. Machen Sie sich bewusst, dass Sie dann mit Macht mehr Positives anziehen werden. Lassen Sie uns noch einen Schritt weiter gehen. Was ist, wenn Ihre Gefühle in Wirklichkeit Mitteilungen des Universums sind, damit Sie erkennen, wie und was gerade Sie denken? Jack Canfield Unsere Gefühle sind ein Feedback-Mechanismus, der uns meldet, ob wir auf dem rechten Weg sind oder nicht, ob wir auf Kurs sind oder abdriften. Sie erinnern sich. Ihre Gedanken sind die Ursache von allem. Wenn Sie also anhaltend an etwas denken, wird dieser Gedanke augenblicklich in das Universum ausgesandt. Er hängt sich magnetisch an die gleiche Frequenz und dann sendet er innerhalb von Sekunden den Inhalt dieser Frequenz durch Ihre Gefühle zu Ihnen zurück. Anders ausgedrückt sind Ihre Gefühle Rückmeldungen des Universums, die Ihnen mitteilen, auf welcher Frequenz Sie gerade sind. Ihre Gefühle sind Ihr Frequenz-Feedback-Mechanismus. Wenn Sie gute Gefühle haben, dann meldet Ihnen das Universum damit zurück, Du denkst gerade positiv. Wenn Sie sich schlecht fühlen, erhalten Sie ebenso die Rückmeldung vom Universum, Du grübelst zu viel. Falls Sie sich momentan schlecht fühlen, vermittelt Ihnen die Rückmeldung des Universums praktisch? Vorsicht, ändere jetzt Dein Denken, negative Frequenz festgestellt. Wechsle die Frequenz. Countdown zur Verwirklichung läuft. Warnung! Wenn Sie sich das nächste Mal schlecht fühlen oder eine negative Emotion feststellen, so achten Sie dies als Signal, dass Sie etwas vom Universum empfangen. In diesem Moment hindern Sie Ihr eigenes Glück daran, zu Ihnen zu kommen, weil Sie sich auf einer negativen Frequenz befinden. Ändern Sie Ihre Gedanken und denken Sie an etwas Gutes. Wenn sich positive Gefühle einstellen, werden Sie wissen, dass dies geschieht, weil Sie sich selbst auf eine neue Frequenz umgeschaltet haben. Das Universum hat dies mit besseren Gefühlen bestätigt. Bob Doyle. Sie bekommen genau das, was Sie fühlen. Nicht zu sehr, woran Sie denken. Das ist der Grund, warum Menschen dazu neigen, sich in etwas hineinzusteigern, wenn Sie sich morgens beim Aufstehen die Zehen angestoßen haben. Dann wird der ganze Tag so sein. Sie haben keine Ahnung, dass ein einfaches Umschalten Ihrer Emotionen nicht nur den Tag verändern kann, sondern Ihr gesamtes Leben. Wenn Sie das Gefühl haben, einen guten Tag zu beginnen und in dieser glücklichen Stimmung bleiben, werden Sie, solange Sie nicht zulassen, dass etwas Ihre Stimmung beeinträchtigt, weiterhin und aufgrund des Gesetzes der Anziehung mehr Situationen und Menschen anziehen, die Ihr glückliches Gefühl nähren. Jeder hat schon Tage oder Zeiten erlebt, in denen eins nach dem anderen schief geht oder missglückt. Die Kettenreaktion begann mit einem Gedanken, ob sie sich seiner bewusst gewesen sind oder nicht. Jener eine schlechte Gedanke zog mehr schlechte Gedanken an. Die Frequenz rastete ein und schließlich ging etwas schief. Indem Sie auf das eine Missgeschick reagierten, zogen Sie noch mehr Unglück an. Reaktionen ziehen stets mehr Phänomene der gleichen Art an. Und so musste sich die Kettenreaktion fortsetzen, bis Sie sich selbst von jener Frequenz entfernt haben, in dem Sie bewusst Ihre Gedanken änderten. Sie können gedanklich auf Ihre Ziele umschalten und durch Ihre Gefühle erhalten Sie die Bestätigung, dass Sie die Frequenz gewechselt haben. Das Gesetz der Anziehung wird die neue Frequenz registrieren und entsprechend neue Bilder in Ihr Leben zurücksenden. An diesem Punkt können Sie sich Ihre Gefühle zunutze machen und Ihre Lebensträume beschleunigt erreichen. Sie können Ihre Gefühle gezielt einsetzen, um eine noch stärkere Frequenz auszusenden, indem Sie Ihren Wünschen Gefühle hinzufügen. Michael Bernard Beckwith Sie können jetzt beginnen, sich gesund zu fühlen. Sie können anfangen, sich wohlhabend zu fühlen. Sie können beginnen, die Liebe zu fühlen, die sie umgibt. Selbst wenn sie nicht da ist. Und was wird geschehen? Das Universum wird der Art Ihres Liedes entsprechen. Das Universum wird der Art Ihres inneren Gefühls entsprechen und Ihre Gedanken dementsprechend verwirklichen. Was empfinden Sie jetzt gerade? Nehmen Sie sich einige Augenblicke Zeit, um darüber nachzudenken, wie Sie fühlen. Wenn Sie nicht so gut drauf sind, wie Sie es sich wünschten, dann konzentrieren Sie sich darauf, wie sich Ihre Emotionen im Inneren anfühlen und verändern Sie sie mithilfe Ihrer Willenskraft zum Positiven. Ihr fester Wille, sich aufzuheitern, gibt Ihnen die Macht, Ihre Stimmung zu verbessern. Ein Weg dahin, die Augen zu schließen, um Ablenkungen auszuschließen, sich auf Ihre innersten Emotionen zu besinnen und eine Minute lang zu lächeln. Liza Nichols Ihre Gedanken und Gefühle erschaffen Ihr Leben. Es wird immer so sein. Garantiert. Wie das Gesetz der Schwerkraft, so macht doch das Gesetz der Anziehung nie einen Fehler. Sie werden nie Schweine fliegen sehen, weil das Gesetz der Schwerkraft sich geirrt und versäumt hat, Schweine an diesem Tag der Schwerkraft zu unterwerfen. Ebenso gibt es keine Ausnahmen beim Gesetz der Anziehung. Wenn etwas zu Ihnen gekommen ist, dann haben Sie es angezogen, durch Ihr anhaltendes Denken daran. Das Gesetz der Anziehung ist unfehlbar präzise. Michael Bernard Beckwith Es ist schwer zu schlucken, aber wenn wir anfangen können, uns dieser Erkenntnis zu öffnen, dann bringt dies weitreichende Konsequenzen mit sich. Was auch immer Ihre Gedanken in Ihrem Leben verursacht haben, all dies kann durch eine Veränderung Ihrer Denkweise ungeschehen gemacht werden. Sie haben die Macht, alles zu verändern, weil Sie der einzige Mensch sind, der Ihre Gedanken auswählt und Ihre Gefühle wahrnimmt. Sie erschaffen mit der Zeit Ihr eigenes Universum Sir Winston Churchill Dr. Joe Vitale Es ist wirklich wichtig, dass Sie sich gut fühlen, denn Ihr Wohlgefühl geht als ein Signal ins Universum hinaus und wird mehr von seinesgleichen zu Ihnen anziehen. Je häufiger Sie sich also gut fühlen können, desto mehr werden Sie anziehen, was Ihnen hilft, sich wohlzufühlen und Ihr Wohlgefühl immer weiter zu steigern vermag. Bob Proctor Wenn Sie sich niedergeschlagen fühlen, wussten Sie, dass Sie das von einem Augenblick zum nächsten ändern können? Hören Sie sich ein schönes Musikstück an oder singen Sie selbst etwas? Das wird Ihre Emotionen verändern. Oder denken Sie an etwas Schönes. Denken Sie an ein Baby oder jemanden, den Sie wirklich lieben und verweilen Sie bei diesen Gedanken. Halten Sie den Gedanken an etwas Schönes fest. Blenden Sie alle anderen Gedanken aus und verweilen Sie bei einem bei dem Schönen. Ich garantiere Ihnen, dass Sie sich bald wieder wohlfühlen werden. Fertigen Sie eine Liste mit einigen Geheimnisumschaltern an, die Sie in petto haben. Unser Geheimnisumschaltern verstehe ich Dinge, mit denen Sie im Handumdrehen Ihre Gefühle ändern können. Diese mögen schöne Erinnerungen sein, die Freude auf künftige Ereignisse, Gedanken an lustige Erlebnisse, die Natur, ein geliebter Mensch, Ihre Lieblingsmusik. Wenn Sie merken, dass Sie verärgert oder frustriert sind oder sich nicht wohlfühlen, da bedienen Sie sich Ihrer Liste und denken Sie an einen Ihrer Geheimnisumschalter. Sie werden feststellen, dass je nach Gelegenheit und Stimmung unterschiedliche Umschalter helfen. Wenn Sie also der eine gerade nicht zum Erfolg führt, so nehmen Sie einen anderen. Sie brauchen nicht mehr als eine oder zwei Minuten, um Ihre Aufmerksamkeit auf einen anderen Gegenstand umzuschalten, damit Ihre Stimmung zu ändern und Ihre Frequenz zu wechseln. Liebe, die größte Emotion James Ray Wohlfühlfaktoren sind zum Beispiel auch Ihre Haustiere. Tiere sind etwas Wunderbares, weil sie Ihre Gefühle besonders positiv beeinflussen können. Wenn Sie Ihr Haustier lieben, dann wird diese Liebe Gutes in Ihr Leben bringen. Was für ein wunderbares Geschenk! Gerade auf der Kombination von Denken und Liebe beruht die unwiderstehliche Macht des Gesetzes der Anziehung. Charles Hanel Es gibt keine größere Macht im Universum als die Macht der Liebe. Das Gefühl der Liebe ist die höchste Frequenz, die Sie auszusenden vermögen. Könnten Sie jeden Gedanken in Liebe kleiden, ja könnten Sie alles und jeden lieben, dann wäre Ihr Leben verwandelt. Einige der großen Denker in der Geschichte bezeichneten das Gesetz der Anziehung tatsächlich als das Gesetz der Liebe. Wenn Sie darüber nachdenken, werden Sie den Grund verstehen. Sobald Sie unfreundlich über einen anderen Menschen denken, werden sich diese negativen Gedanken in Ihrem eigenen Leben verwirklichen. Sie können den anderen mit Ihren Gedanken nicht verletzen, Sie verletzen nur sich selbst. Wenn Sie jedoch Gedanken der Liebe hegen, wer wird dann davon profitieren? Sie selbst. Wenn Ihr vorherrschender Gemütszustand, also Liebe ist, dann spricht das Gesetz der Anziehung oder das Gesetz der Liebe mit größter Macht darauf an, weil Sie auf der höchstmöglichen Frequenz senden. Je größer die Liebe, die Sie fühlen und aussenden, desto größer ist die Macht, die Sie zur Verfügung haben. Das Prinzip, das dem Gedanken die dynamische Macht verleiht, mit einem realen Gegenstand zu korrelieren, um widrige menschliche Erfahrungen zu meistern, ist das Gesetz der Anziehung oder anders ausgedrückt die Liebe. Es ist ein ewiges und fundamentales Prinzip, das allen Dingen zugrunde liegt, jedem philosophischen System, jeder Religion und jeder Wissenschaft. Es gibt kein Entkommen vor dem Gesetz der Liebe. Das Fühlen verleiht dem Denken Vitalität. Fühlen ist Verlangen, und Verlangen ist Liebe. Ist das Denken von Liebe durchdrungen, wird es unbesiegbar. Charles Hallel Marcy Schimoff Marcy Schimmer verdanken wir ein schönes Zitat des großen Albert Einstein. Die wichtigste Frage, die sich ein Mensch stellen kann, lautet, ist das Universum ein freundlicher Ort? Mit dem Wissen über das Gesetz der Anziehung kann es nur eine Antwort geben. Ja, das Universum ist freundlich. Warum? Weil sie es, wenn sie auf diese Weise antworten, aufgrund des Gesetzes der Anziehung auch so erleben müssen. Albert Einstein stellte diese entscheidende Frage, weil er das Geheimnis kannte. Er wusste, dass bereits die Fragestellung uns zwingen würde, zu überlegen und uns zu entscheiden. Er gab uns dazu eine großartige Gelegenheit, indem er diese kritische Frage stellte. Um Einsteins Absicht noch weiter zu verfolgen, können sie dies bekräftigen und ausrufen. Dies ist ein großartiges Universum. Das Universum bringt alles Gute zu mir. Es steht unter allen Umständen auf meiner Seite. Es erfüllt alle meine Bedürfnisse augenblicklich. Wissen Sie, dass dies ein freundliches Universum ist? Jack Canfield Seit ich das Geheimnis kennengelernt und begonnen habe, es praktisch anzuwenden, ist mein Leben völlig wie verzaubert. Ich glaube, die Art von Leben, die sich jeder hat, ist das, was ich Tag für Tag habe. Ich lebe in einem viereinhalb Millionen Dollar Haus. Ich habe eine Frau, für die ich sterben würde. Ich mache Urlaub an den schönsten Plätzen der Erde. Ich habe Berge bestiegen. Ich habe Forschungsreisen unternommen. Ich war auf Safaris, und dies alles kam und kommt weiterhin, weil ich das Geheimnis anzuwenden verstehe. Bob Proctor Das Leben kann absolut phänomenal sein, und so sollte es sein, und so wird es sein, wenn Sie anfangen, das Geheimnis anzuwenden. Dies ist Ihr Leben, und es hat darauf gewartet, dass Sie es entdecken. Bis heute haben Sie vielleicht gedacht, das Leben sei schwierig und ein Kampf, und so haben Sie nach dem Gesetz der Anziehung das Leben als schwierig und als einen Kampf erlebt. Beginnen Sie gerade jetzt, dem Universum zuzurufen. Das Leben ist so einfach. Das Leben ist gut. Alles Gute kommt zu mir. Es gibt eine Wahrheit tief in Ihrem Inneren, die darauf gewartet hat, dass Sie sie entdecken. Dies ist die Wahrheit. Sie verdienen alles Gute, was das Leben zu bieten hat. Im Grunde wissen Sie das schon immer, weil Sie sich in Zeiten schlecht fühlen, in denen Ihnen positive Erlebnisse fehlen. Alles Gute ist Ihr Geburtsrecht. Sie sind der Schöpfer Ihrer selbst, und das Gesetz der Anziehung ist Ihr herrliches Werkzeug, um alles zu erschaffen, was Sie in Ihrem Leben wollen. Willkommen im Zauber des Lebens. Willkommen in Ihrer Herrlichkeit. Geheimnis in Kürze. Das Gesetz der Anziehung ist ein Naturgesetz. Es ist so unparteiisch wie das Gesetz der Schwerkraft. Nichts kann sich in Ihrem Leben ereignen, ohne dass Sie es durch Ihre Gedanken herbeigerufen haben. Um zu erfahren, was Sie gerade denken, fragen Sie sich, wie Sie sich fühlen. Emotionen sind wertvolle Werkzeuge, um uns augenblicklich unsere gegenwärtigen Gedanken mitzuteilen. Es ist unmöglich, sich schlecht zu fühlen und gleichzeitig positiv zu denken. Ihre Gedanken bestimmen die Frequenz, die Sie aussenden. Ihre Gefühle teilen Ihnen augenblicklich mit, auf welcher Wellenlänge Sie gerade sind. Wenn Sie sich schlecht fühlen, dann sind Sie auf der Frequenz, auf der Sie mehr Schlechtes anziehen. Wenn Sie sich gut fühlen, ziehen Sie mit Macht mehr Gutes zu sich an. Geheimnisumschalter wie schöne Erinnerungen, die Natur oder Ihre Lieblingsmusik können im Handumdrehen Ihre Gefühle und Ihre Frequenz verändern. Das Gefühl der Liebe ist die höchste Frequenz, die Sie aussenden können. Je größer die Liebe, die Sie fühlen und aussenden, desto größer ist die Macht, die Sie zur Verfügung haben. Das Geheimnis in die Praxis umgesetzt. Sie sind ein Schöpfer. Wenn Sie das Gesetz der Anziehung nutzen, wird es Ihnen leicht fallen, Ihre Zukunft zu erschaffen. Die größten Lehrer und Avatare haben den schöpferischen Prozess durch ihr außerordentliches Werk vermittelt, in den vielfältigsten Formen. Einige große Lehrer erschufen Geschichten, um zu illustrieren, wie das Universum funktioniert. Die in jenen Geschichten enthaltene Weisheit wurde durch die Jahrhunderte überliefert und diente als Stoff für Legenden. Viele Menschen von heute erkennen nicht, dass die Botschaft im Kern jener Geschichten die eigentliche Wahrheit des Lebens ist. James Ray Erinnern Sie sich an Aladin und seine Wunderlampe? Aladin nimmt die Lampe, reibt sie sauber und ein dienstbarer Geist kommt zum Vorschein. Dieser Djinn sagt bei jedem Auftritt, »Dein Wunsch ist mir Befehl.« Die Geschichte erzählt uns weiter, dass Aladin drei Wünsche äußern durfte. Doch wenn Sie das Märchen zu seinen Ursprüngen zurückverfolgen, dann werden Sie finden, dass die Anzahl der Wünsche dort nicht begrenzt war. Denken Sie darüber nach. Nun lassen Sie uns dieses Bild in Ihr Leben übertragen. Sie erinnern sich, es ist Aladin, der stets um das bittet, was er will. Dann ist da das Universum, ganz allgemein, in Gestalt des dienstbaren Geistes der Lampe. Die verschiedenen Traditionen stimmen darin überein, dass es etwas Größeres als uns gibt. Und Sie haben den dienstbaren Geist schon viele Namen gegeben und ihn zum Beispiel ihren heiligen Schutzengel oder ihr höheres Selbst genannt. Wir können ihm jeden beliebigen Namen geben. Wählen Sie deshalb die Bezeichnung, die für Sie am besten funktioniert. Der dienstbare Geist sagt immer nur eines, »Dein Wunsch ist mir Befehl.« Diese wunderbare Geschichte illustriert, wie Ihr ganzes Leben und alles in Ihrem Leben von Ihnen selbst erschaffen worden ist. Der dienstbare Geist hat einfach jeden Ihrer Wünsche erfüllt. Der Dschinn ist das Gesetz der Anziehung. Er ist immer zur Stelle und achtet auf alles, was Sie denken, sprechen und tun. Der dienstbare Geist geht davon aus, dass Sie alles, woran Sie denken, auch tatsächlich wollen. Dass Sie alles, worüber Sie sprechen, auch tatsächlich wollen. Dass Sie alles, wonach Sie handeln, auch tatsächlich wollen. Sie sind der Herr des Universums und der dienstbare Geist ist da, um Ihnen zu dienen. Er stellt Ihre Befehle niemals in Frage. Sie denken an etwas und augenblicklich beginnt der dienstbare Geist, die Hebel des Universums in Bewegung zu setzen, um durch Menschen Umstände und Ereignisse ihren Wunsch zu erfüllen. Der schöpferische Prozess Der schöpferische Prozess, den das Geheimnis nutzt, steht im Neuen Testament und bietet Ihnen eine einfache Anleitung, um in drei Schritten zu erschaffen, was Sie wollen. Schritt 1 Fragen Sie danach Liza Nichols Der erste Schritt ist die Anfrage Richten Sie einen Befehl an das Universum Lassen Sie es wissen, was Sie wollen Es spricht auf Ihre Gedanken an Bob Proctor Was wollen Sie wirklich? Setzen Sie sich nieder und schreiben Sie es auf ein Stück Papier Schreiben Sie es in der Gegenwartsform Beginnen Sie etwa mit den Worten Ich bin jetzt so froh und dankbar, dass Und erklären Sie dann, wie Sie Ihr Leben haben wollen In jedem Bereich Sie können entscheiden, was Sie wollen Aber Sie müssen sich erst klar darüber werden, was Sie möchten Das ist Ihre Arbeit Wenn Sie sich nicht klar sind, kann das Gesetz der Anziehung Ihnen nicht bringen, was Sie wollen Sie senden eine unklare Frequenz aus und können damit nur unklare Ergebnisse anziehen Vielleicht ist es das erste Mal in Ihrem Leben, dass Sie überlegen und genau formulieren, was Sie wollen Jetzt, da Sie wissen, dass Sie alles haben, sein oder tun können Und dass es keine Grenzen gibt Was wollen Sie? Die Anfrage ist der erste Schritt im schöpferischen Prozess Also machen Sie es sich zur Gewohnheit, danach zu fragen Wenn Sie eine Wahl treffen müssen und nicht wissen, welchen Weg Sie einschlagen sollen Dann fragen Sie Sie sollten niemals über irgendetwas in Ihrem Leben verblüfft sein Fragen Sie einfach Dr. Joey Vitale Das macht wirklich Spaß Es ist, als hätte man das Universum als Katalog in der Hand Man blättert darin und sagt Ich möchte gern dieses Erlebnis haben Ich möchte gern jedes Produkt haben Und ich möchte gern solch eine Person haben Sie sind derjenige, der seine Bestellung beim Universum aufgibt Es ist wirklich so einfach Sie brauchen nicht wieder und wieder zu fragen Einmal ist völlig ausreichend Es ist genauso, als ob Sie eine Bestellung aus einem Katalog aufgeben Sie bestellen alles nur einmal Sie geben nicht eine Bestellung auf und zweifeln dann, ob sie angekommen ist Und wiederholen Sie deshalb Und dann wieder und wieder Sie bestellen einmal Mit dem schöpferischen Prozess ist es das gleiche Im ersten Schritt werden Sie sich klar darüber, was Sie eigentlich wollen Wenn Sie Ihren Wunsch deutlich vor Ihrem geistigen Auge verwirklicht sehen, haben Sie angefragt Zweiter Schritt Glaube Liza Nichols Der zweite Schritt ist der Glaube Glauben Sie, dass Ihr Wunsch bereits erfüllt ist Pflegen Sie einen unerschütterlichen Glauben Glauben ist das Unsichtbare Sie müssen glauben, dass Sie empfangen haben Sie müssen wissen Ihr Wunsch wird in dem Augenblick erfüllt, da Sie darum anfragen Sie müssen vollkommenen und absoluten Glauben haben Wenn Sie eine Bestellung aus einem Katalog aufgegeben hätten Würden Sie sich entspannen Sich wieder Ihrem Alltag widmen und wissen, dass Sie das Bestellte erhalten werden Betrachten Sie Ihren Wunsch als bereits erfüllt Wissen Sie, dass er bei Bedarf Realität werden wird Lassen Sie es einfach geschehen Machen Sie sich keine Sorgen und kümmern Sie sich nicht Denken Sie nicht daran, dass Ihnen etwas fehlt Denken Sie daran, als ob die gewünschte Sache bereits Ihnen gehört und sich schon in Ihrem Besitz befindet Robert Collier 1885-1950 In dem Moment, da Sie anfragen und glauben und wissen, ist Ihr Wunsch bereits unsichtbar erfüllt Das ganze Universum setzt sich in Bewegung, um die Wunscherfüllung sichtbar werden zu lassen Sie müssen handeln, sprechen und denken, als ob Sie jetzt erhielten Warum? Weil das Universum ein Spiegel ist und das Gesetz der Anziehung Ihnen Ihre vorherrschenden Gedanken widerspiegelt Ist es da nicht logisch, dass Sie sich bereits als Empfänger betrachten? Wenn Ihre Gedanken Ihre Wahrnehmung vermitteln, dass Sie das Gewünschte noch nicht haben Dann werden Sie weiterhin anziehen, es noch nicht zu haben Sie müssen glauben, dass Sie es bereits haben Sie müssen glauben, dass Sie es erhalten haben Sie müssen die Gefühlsfrequenz aussenden, es erhalten zu haben Damit die entsprechenden Bilder sich in Ihrem Leben verwirklichen Wenn Sie das tun, wird das Gesetz der Anziehung mit Macht alle Umstände, Menschen und Ereignisse in Bewegung setzen Damit Sie das Erbetene empfangen Wenn Sie einen Urlaub buchen, einen Neuwagen bestellen oder ein Haus kaufen Dann wissen Sie, dass diese Dinge die Ihren sind Sie würden nicht hingehen und für die gleiche Zeit eine andere Urlaubsreise buchen Ein weiteres Auto oder Haus kaufen Wenn Sie im Lotto gewonnen haben oder eine große Erbschaft erhalten Wissen Sie, dass das Geld Ihnen gehört, noch bevor Sie es greifbar in Händen halten So fühlt sich der Glaube an, dass es Ihres ist So fühlt sich der Glaube an, dass Sie es bereits haben So fühlt sich der Glaube an, dass Sie es erhalten haben Beanspruchen Sie die Dinge, die Sie wollen Indem Sie fühlen und glauben, dass sie Ihnen gehören Dann wird das Gesetz der Anziehung mit Macht alle Umstände, Menschen und Ereignisse in Bewegung setzen, damit Sie das Erbetene empfangen Wie aber bringen Sie sich selbst an diesen Punkt des Glaubens? Beginnen Sie damit, sich Glauben zu machen Seien Sie wie ein Kind und machen Sie sich Glauben Handeln Sie, als sei das Erbetene bereits in Ihrem Besitz Machen Sie sich selbst Glauben und bald werden Sie anfangen zu glauben, dass Sie es erhalten haben Der dienstbare Geist spricht die ganze Zeit auf Ihre vorherrschenden Gedanken an Nicht nur in dem Augenblick, wenn Sie um etwas bitten Deshalb müssen Sie, nachdem Sie gebeten haben, weiterhin glauben und wissen Haben Sie Vertrauen Ihr Glaube, das Erbetene zu haben, dieser unerschütterliche Glaube, ist Ihre größte Macht Wenn Sie glauben, dass Sie empfangen, dann seien Sie bereit und sehen Sie zu, wie der Zauber seinen Lauf nimmt Sie können haben, was Sie wollen, wenn Sie wissen, wie Sie in Ihren Gedanken die Gussform dafür gestalten Es gibt keinen Traum, der nicht wahr werden kann, wenn Sie nur lernen, die schöpferische Kraft zu gebrauchen, die durch Sie wirkt Die Methoden, die für einen Menschen tauglich sind, werden für alle funktionieren Der Schlüssel zur Macht liegt in der Anwendung dessen, was Sie haben Frei, ganz Es wird Ihre Bahnen öffnen für mehr schöpferische Kraft, die so durchströmt Robert Collier Dr. Joe Vitale Das Universum wird anfangen, sich neu zu ordnen, um es für Sie geschehen zu lassen Jack Canfield Bob Proctor Wenn Sie sich nur ein wenig umsehen, wird Ihnen offenbar, dass keiner, der jemals etwas erreicht hat, vorher gewusst hatte, wie er es bewerkstelligen würde Alle wussten nur, dass Sie es machen würden Dr. Joe Vitale Sie brauchen nicht zu wissen, wie es zustande kommen wird Sie brauchen nicht zu wissen, wie das Universum sich neu ordnen wird Wie es geschehen wird, wie das Universum das Gewünschte zu Ihnen bringen wird, ist nicht Ihre Sorge oder Aufgabe Überlassen Sie es dem Universum, das für Sie zu tun Bob Proctor Sie wissen nicht, wie Es wird Ihnen gezeigt werden Sie werden das Wie anziehen Liza Nichols Wenn wir die Dinge nicht sehen, die wir erbeten haben, fühlen wir uns meistens frustriert Wir werden enttäuscht Und wir beginnen zu zweifeln Der Zweifel bringt ein Gefühl der Enttäuschung mit sich Nehmen Sie diesen Zweifel und schalten Sie um Erkennen Sie das schwächende Gefühl und ersetzen Sie es durch ein Gefühl unerschütterlichen Glaubens Ich weiß, dass es unterwegs ist Dritter Schritt Empfange Liza Nichols Der dritte und letzte Schritt in diesem Prozess ist das Empfangen Beginnen Sie damit, sich wunderbar zu fühlen Fühlen Sie, wie Sie sich fühlen werden, wenn das Erbetene ankommt Fühlen Sie es jetzt schon Marcy Shimoff Bei diesem schöpferischen Prozess ist es wichtig, sich wohlzufühlen und froh zu sein Denn wenn Sie sich wohlfühlen, bringen Sie sich selbst auf die Frequenz dessen, was Sie wollen Michael Bernard Beckwith Wir leben in einem Universum des Fühlens Wenn Sie bloß intellektuell etwas glauben, aber kein entsprechendes Gefühl dazu haben, besitzen Sie nicht unbedingt genug Kraft, um zu manifestieren, was Sie in Ihrem Leben wollen Sie müssen es fühlen Fragen Sie einmal an Glauben Sie, dass Sie es empfangen haben Und nun brauchen Sie sich nur noch wohlzufühlen, um die Erfüllung Ihres Wunsches zu erleben Wenn Sie sich wohlfühlen, sind Sie auf der Frequenz des Empfangens Sie sind auf der Wellenlänge alles Guten, das zu Ihnen kommt, und Sie werden bekommen, worum Sie gebeten haben Sie würden doch nicht um etwas bitten, was Ihnen kein Wohlgefühl gäbe, wenn Sie es hier halten Deshalb versetzen Sie sich auf die Wohlfrequenz Und Sie werden das Erwünschte empfangen Eine schnelle Hilfe, um jene Frequenz zu gelangen sind die Worte Ich empfange jetzt Ich empfange jetzt alles Gute in meinem Leben Ich empfange Ergänzen Sie hier Ihren Wunsch Jetzt Denken und sprechen Sie diese Worte Und fühlen Sie sie Fühlen Sie sich, als sei Ihr Wunsch bereits in Erfüllung gegangen Marcy, eine liebe Freundin, ist eine Meisterung in der Umsetzung von Wünschen Sie fühlt alles Sie fühlt, wie man sich fühlt, wenn man hat, worum man gerade bittet Sie fühlt alles herbei Sie fühlt alles ins Dasein Sie hält sich nicht auf mit Fragen nach dem Wie, Wann oder Wo Sie fühlt es einfach Und dann manifestiert es sich Also fühlen Sie sich jetzt wohl Bob Proctor Wenn Sie Ihre Fantasie zur Tatsache werden lassen Dann sind Sie imstande, auch größere und noch größere Fantasien zu bauen Und das, meine Freunde, ist der schöpferische Prozess Und alles, was ihr im Gebet erbittet, werdet ihr erhalten, wenn ihr glaubt Matthäus 21, 22 Alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt Dann wird es euch zuteil Markus 11, 24 Das Gesetz der Anziehung Das Studium und die Praxis des Gesetzes der Anziehung sind gerade dabei, auszuknobeln, was Ihnen helfen wird, die Gefühle aufzubringen, jetzt zu haben, was Sie wollen Gehen Sie und machen Sie eine Testfahrt mit dem Wagen Machen Sie Einkäufe für Ihr neues Zuhause Begehen Sie das Haus Versetzen Sie sich, mit welchen Mitteln auch immer, in das Gefühl, Ihr Wunsch sei bereits erfüllt Und erinnern Sie sich daran Alles, was in Ihnen die entsprechenden Emotionen hervorruft, wird Ihnen helfen, Ihren Traum buchstäblich in die Realität zu ziehen Wenn Sie sich fühlen, als ob Ihr Wunsch bereits verwirklicht sei Und wenn Ihre Freude darüber völlig real ist Dann wird Sie das in Ihrem Glauben bekräftigen, bereits Ihre Ziele erreicht zu haben Unter diesen Umständen wird das Universum Ihnen liefern, worauf Sie hoffen Bob Doyle Es könnte sein, dass Sie aufwachen und es ist einfach da Es hat sich verwirklicht Oder Sie haben eine Eingebung, was Sie unternehmen müssen Dann sollten Sie bestimmt nicht sagen Nun, ich könnte das wohl machen, aber nein, das passt mir überhaupt nicht Wenn Sie so etwas sagen, sind Sie nicht auf der richtigen Spur Manchmal wird es erforderlich sein, tätig zu werden Aber wenn Sie wirklich in Übereinstimmung mit dem aktiv werden, was das Universum zu Ihnen zu bringen versucht Dann wird es sich gut und freudig anfühlen Sie werden ganz lebendig davon werden, die Zeit wird stillstehen Und Sie könnten vor Freude den ganzen Tag lang nichts anderes machen als das Tätigkeit bedeutet für manche Menschen Arbeit Aber inspiriertes Tätigsein wird sich überhaupt nicht wie etwas Mühsames anfühlen Der Unterschied liegt darin Eine inspirierte Handlung besteht darin, dass Sie etwas machen, um zu empfangen Falls Sie etwas unternehmen in dem Versuch, das Gewünschte zu erzwingen Dann sind Sie auf dem Holzweg Inspiriertes Tun ist mühelos und fühlt sich wunderbar an Weil Sie auf der Frequenz des Empfangens sind Stellen Sie sich das Leben als einen raschen Fluss vor Falls Sie nun aktiv werden, um etwas zu erzwingen Dann wird es sich anfühlen, als ob Sie gegen die Strömung des Flusses angingen Es wird sich schwierig anfühlen und wie ein Kampf Wenn Sie agieren, um von dem Universum zu empfangen Werden Sie sich fühlen, als ob Sie mit der Strömung des Flusses treiben Es wird sich mühelos anfühlen Dies ist das Gefühl beim inspirierten Handeln Das Gefühl, im Fluss des Universums und des Lebens zu sein In manchen Fällen wird Ihnen erst nach dem Empfangen bewusst, dass Sie etwas gemacht haben Weil die inspirierte Handlung sich so gut und harmonisch anfühlte Sie blicken dann zurück und sehen das Wunder Und auf welche Art und Weise das Universum Sie zur Verwirklichung Ihrer Wünsche getragen hat Dr. Joey Vitalee Das Universum mag Geschwindigkeit Verzögern Sie nichts Halten Sie sich nicht im Voraus für schlauer Zweifeln Sie nicht Wenn die Gelegenheit da ist Wenn der Impuls da ist Wenn der intuitive Stups von Ihnen da ist So handeln Sie Das ist Ihre Aufgabe Und das ist auch alles, was Sie zu tun haben Vertrauen Sie auf Ihre Instinkte Es ist das Universum, das Sie inspiriert Es ist das Universum, das auf der Empfangenfrequenz mit Ihnen kommuniziert Wenn Sie ein intuitives oder instinktives Gefühl haben Dann folgen Sie ihm Und Sie werden feststellen, dass das Universum Sie wie mit magnetischer Kraft bewegt Damit Sie empfangen, worum Sie gebeten haben Bob Proctor Sie werden alles anziehen, was Sie benötigen Wenn Sie Geld brauchen, werden Sie es anziehen Wenn Ihnen Menschen fehlen, werden Sie sie anziehen Wenn Sie ein bestimmtes Buch brauchen, werden Sie es anziehen Sie müssen aufmerksam Acht geben, zu was Sie hingezogen werden Denn da Sie Bilder von Ihren Wünschen im Kopf haben Werden Sie von Gegenständen oder umgekehrt die Sachen von Ihnen angezogen werden Es bewegt sich buchstäblich mit Ihnen und durch Sie in die physisch greifbare Realität Dies geschieht aufgrund des Gesetzes Denken Sie daran, dass Sie ein Magnet sind, der alles zu sich zieht Wenn Sie sich über Ihre Wünsche klar geworden sind Transformieren Sie sich in einen des Erträumte anziehenden Magneten Und erreichen all Ihre Ziele Je mehr Sie das Gesetz der Anziehung anwenden und sehen, wie es Dinge zu Ihnen bringt desto größer wird Ihre magnetische Kraft Weil Sie sie mit der Kraft Ihres Glaubens, Vertrauens und Wissens stärken Sie können mit nichts anfangen Und aus dem Nichts und aus dem Keineswegs wird ein Weg führen Alles, was Sie benötigen, sind Sie selbst und Ihre Fähigkeit, etwas ins Dasein zu denken Alles, was in der Geschichte der Menschheit erfunden und erschaffen wurde begann mit einem großen bzw. bloßen Gedanken Von jenem einen Gedanken aus wurde ein Weg gebahnt und manifestierte sich vom Unsichtbaren ins Sichtbare Jack Canfield Denken Sie an ein Auto, das durch die Nacht fährt Das Licht der Scheinwerfer reicht nur 30 bis 50 Meter weit Doch Sie können die ganze Strecke von Kalifornien bis New York auch in der Dunkelheit schaffen Weil Sie nicht mehr zu sehen brauchen als die nächsten 50 Meter So pflegt sich auch das Leben vor uns zu entfalten Wenn Sie nur immer darauf vertrauen, dass sich nach den nächsten, die übernächsten 50 Meter entfalten Und so weiter Wird sich Ihr Leben immer weiterentwickeln Schließlich wird es Sie zum Ziel bringen Zu dem, was Sie wirklich wollen Weil Sie es wollen Vertrauen Sie auf das Universum Vertrauen und glauben Sie und haben Sie Zuversicht Ich hatte wirklich keine Ahnung, wie ich das Wissen um das Geheimnis verfilmen würde Ich hielt einfach fest an dem Ergebnis der Vision Ich sah das Ergebnis deutlich vor meinen inneren Augen Ich führte es mit all meiner Macht Und alles, was wir brauchten, um das Secret zu erschaffen, kam zu uns Mach den ersten Schritt mit Vertrauen Du brauchst nicht den ganzen Weg zu sehen Mach einfach den ersten Schritt Dr. Martin Luther King Jr. 1929-1968 Das Geheimnis und Ihr Körper Lassen Sie uns überlegen, wie Sie den schöpferischen Prozess anwenden können, wenn Sie sich übergewichtig fühlen und abnehmen wollen Als erstes müssen Sie wissen Wenn Sie sich darauf konzentrieren, Gewicht zu verlieren werden Sie das Bedürfnis, mehr Gewicht verlieren zu müssen, immer weiter verstärken Schlagen Sie sich den Vorsatz Ich muss Gewicht verlieren, deshalb aus dem Sinn Er ist gerade der Grund, warum Diäten nicht funktionieren Weil Sie sich darauf konzentrieren, Gewicht verlieren zu müssen ziehen Sie kontinuierlich mehr davon an, Gewicht verlieren zu müssen Als zweites müssen Sie wissen Ihr Übergewicht entstand dadurch, dass Sie daran dachten zuzunehmen Einfacher und direkter gesagt Wenn jemand übergewichtig ist, kommt es davon, dass er dicke Gedanken hegte Ob er sich dessen bewusst war oder nicht Kein Mensch kann dünne Gedanken hegen und gleichzeitig dick sein Es würde dem Gesetz der Anziehung völlig widersprechen Ob man einem Menschen erzählt hat, dass er eine langsame Schilddrüse oder einen trägen Stoffwechsel hat Beziehungsweise, dass seine Körperform erblich bedingt sei Denn das sind alles Masken, hinter denen sich die dicken Gedanken verstecken Wenn Sie einen dieser Gründe als für Sie zutreffend akzeptieren können und ihn glauben Dann muss er zu Ihrem Erleben werden Und Sie ziehen weiterhin Übergewicht an Nachdem ich meine zwei Töchter bekommen hatte, war ich übergewichtig Und ich weiß, dies kam davon, dass ich gehört und gelesen hatte Es sei schwer, nach einer Entbindung das frühere Gewicht zurückzuerlangen Und noch schwieriger sei es nach dem zweiten Kind Genau dies manifestierte ich mir mit dem zitierten, dicken Gedanken Und es wurde zu meinem Erleben Ich nahm zu Und je mehr ich wahrnahm, wie ich zugenommen hatte, desto mehr Fett zog ich an Bei meinem zierlichen Körperbau erreichte ich stattliche 65 Kilo Und dies nur, weil ich dicke Gedanken hatte Den am weitesten verbreiteten Gedanken pflegte auch ich Dass die Nahrung für meine Gewichtszunahme verantwortlich sei Doch das ist eine Überzeugung, die Ihnen nicht dienen wird Und die ich aus heutiger Sicht für völligen Schwachsinn halte Die Nahrung ist nicht verantwortlich für die Gewichtszunahme In Wirklichkeit hat Ihr Denken, dass die Nahrung dafür verantwortlich sei, wenn wir Gewicht zulegen Dafür gesorgt, dass die Nahrung Ihnen mehr Gewicht einbrachte Erinnern Sie sich Gedanken sind die primäre Ursache Alles andere sind Auswirkungen unserer Gedanken Hegen Sie perfekte Gedanken Und das Resultat muss das perfekte Gewicht sein Lassen Sie alle Gedanken los, die Sie einschränken Die Nahrung kann nicht bewirken, dass Sie ein Gewicht zulegen Wenn Sie nicht denken, Sie könne es Ihr Optimalgewicht ist das, mit dem Sie sich wohlfühlen Die Meinung anderer Menschen zählt nicht Ihr Wohlfühlgewicht ist das Gewicht, mit dem Sie sich gut fühlen Wahrscheinlich kennen auch Sie jemanden, der dünn ist Und dabei frisst wie ein Scheunendrescher Er erklärt Ihnen stolz, ich kann essen, was ich will und habe trotzdem immer das Idealgewicht Und wie spricht der dienstbare Geist des Universums? Dein Wunsch ist mir Befehl Um mithilfe des schöpferischen Prozesses zu Ihrem optimalen Gewicht und Körper zu gelangen Folgen Sie den drei Schritten Erster Schritt Frage danach Werden Sie sich klar, welches Gewicht Sie haben wollen? Machen Sie sich ein inneres Bild davon, wie Sie aussehen werden, wenn Sie Ihr Optimalgewicht erreicht haben Suchen Sie Bilder heraus, die Sie mit Ihrem Optimalgewicht zeigen Und betrachten Sie sie häufig Falls Sie solche Bilder nicht besitzen, nehmen Sie Bilder von dem Körper, den Sie gerne haben wollten Und betrachten Sie diese immer wieder Zweiter Schritt Glaube Sie müssen glauben, dass Sie empfangen werden und dass das Optimalgewicht bereits Ihres ist Sie müssen sich vorstellen, vorgeben, so tun als ob Und sich selbst glauben machen, dass das Optimalgewicht Ihres ist Sie müssen sich vorstellen und sich selbst sehen, wie Sie dieses ideale Gewicht erhalten Schreiben Sie es in Zahlen auf und befestigen Sie es über der Anzeige Ihrer Waage Oder wiegen Sie sich überhaupt nicht mehr Widersprechen Sie in Gedanken, Worten und Taten nicht dem, wonach Sie gefragt haben Kaufen Sie keine Kleidung in Ihrer derzeitigen Konfektionsgröße Haben Sie Vertrauen Und denken Sie an die Kleidungsstücke, die Sie kaufen werden Das Optimalgewicht anzuziehen ist das gleiche, wie eine Bestellung aus dem Katalog des Universums aufzugeben Sie blättern darin, suchen sich das optimale Gewicht aus, geben Ihre Bestellung auf und dann wird es Ihnen geliefert Nehmen Sie sich vor, nach Menschen Ausschau zu halten, die Ihrer Vorstellung von einem Körper mit perfektem Gewicht entsprechen Und bewundern und loben Sie sie in Gedanken Machen Sie sich selbst auf solche Leute aufmerksam und achten Sie auf Ihre Gefühle, während Sie sie bewundern Damit ziehen Sie das Bewunderte an Wenn Sie übergewichtige Menschen sehen, schenken Sie deren Figur keine Beachtung Sondern schalten Sie gedanklich sofort um zu dem Bild, dass Sie sich von Ihnen selbst und Ihrem perfekten Körper gemacht haben Und fühlen Sie ihn Dritter Schritt Empfangen Sie müssen sich gut fühlen Sie müssen sich mit sich selbst gut fühlen Das ist wichtig, weil Sie nicht Ihr Optimalgewicht anziehen können, wenn Sie sich in Bezug auf Ihren Körper schlecht fühlen Wenn Sie sich hinsichtlich Ihres Körpers schlecht fühlen, dann ist dies ein mächtiges Gefühl Deshalb werden Sie sich, was Ihren Körper betrifft, weiterhin schlecht fühlen Sie werden ihn nie verändern, wenn Sie ihn kritisieren und etwas an ihm auszusetzen haben Stattdessen werden Sie noch mehr Gewicht anziehen Loben und segnen Sie jeden Kubikzentimeter Ihres Körpers Denken Sie an alle vollkommenen Aspekte, die Sie besitzen Wenn Sie perfekte Gedanken hegen und sich mit sich selbst wohl fühlen Haben Sie die Frequenz Ihres Optimalgewichts und ziehen Perfektion an Wallace Wattles schrieb in einem seiner Bücher einen herrlichen Tipp über das Essen Achten Sie beim Essen darauf, dass Sie sich ganz und gar auf das Erlebnis konzentrieren, Ihre Nahrung zu kauen Seien Sie mit Ihrem Denken dabei und erleben Sie bewusst, wie Sie essen Lassen Sie nicht zu, dass Ihre Gedanken zu anderen Dingen wandern Seien Sie in Ihrem Körper präsent und genießen Sie mit allen Sinnen, wie Sie die Nahrung kauen und schlucken Versuchen Sie dies, wenn Sie das nächste Mal essen Wenn Sie beim Essen vollkommen präsent sind, nehmen Sie den Geschmack der Speisen intensiv und herrlich wahr Wenn Sie Ihre Gedanken wandern lassen, geht er buchstäblich unter Ich bin überzeugt davon, wenn wir beim Essen ganz bewusst und präsent sind und uns auf das genüssliche Erlebnis des Essens konzentrieren, wird die Nahrung vom Organismus perfekt aufgenommen und das Resultat im Körper muss Perfektion sein Sie warten noch auf das Ende der Geschichte über mein eigenes Gewicht? Ich habe und halte jetzt mein Optimalgewicht von 53 Kilo und ich kann essen, was ich will Nun besinnen Sie sich auf Ihr Optimalgewicht Wie lange braucht das? Dr. Joey Vitterly Eine Frage wird häufig gestellt, nämlich Wie lange wird es brauchen, um das Auto, die Beziehung, das Geld zu manifestieren? Ich habe kein Regelbuch, in dem steht, dass es 30 Minuten oder 3 Tage oder 30 Tage dauert Es ist mehr eine Sache Ihres Einklangs mit dem Universum Zeit ist nur eine Illusion Das hat uns Einstein gesagt Falls Sie hier zum ersten Mal davon lesen, fällt es Ihnen vielleicht besonders schwer, diese These nachzuvollziehen Weil Ihrer Erfahrung nach alles eins nach dem anderen geschieht Das scheint einen Widerspruch zu legen Quantenphysiker wie Einstein sagen uns jedoch, dass alles gleichzeitig geschieht Wenn Sie verinnerlichen, dass es keine Zeit gibt und diese Vorstellung akzeptieren Werden Sie sehen, was Sie in der Zukunft wollen, existiert bereits Wenn alles in der einen Zeit geschieht, dann existiert auch die Parallelversion von Ihnen mit dem, was Sie wollen, bereits jetzt Das Universum benötigt keine Zeit, um Ihre Träume zu verwirklichen Jegliche Verzögerung ist dadurch bedingt, dass Sie nur langsam an die Realisierung Ihrer Wünsche glauben Davon wissen und diese fühlen Die Verzögerung ist die Zeit, die Sie brauchen, bis Sie sich selbst auf die Frequenz Ihrer Wünsche eingestellt haben Bob Doyle Größe spielt für das Universum keine Rolle Wissenschaftlich betrachtet ist es nicht schwieriger, etwas anzuziehen, was wir für Risik halten Als etwas, was wir für unendlich winziger erhachten Das Universum macht alles mit null Anstrengung Das Gras strengt sich nicht an, um zu wachsen Es geht mühelos So ist dieser große Plan eben Alles dreht sich um Ihre Gedanken Es geht darum, welche Voraussetzungen wir schaffen Wenn wir zum Beispiel denken Das ist groß, es wird einige Zeit dauern Oder Das ist klein, ich schätze, es braucht eine Stunde Das sind Regeln, die wir uns selbst festlegen Das Universum kennt keine solchen Gesetze Sie selbst senden das Gefühl aus, etwas jetzt zu erhalten Und das Universum wird darauf ansprechen, was auch immer es ist Für das Universum gibt es keine Zeit und auch keine Größe Es ist ebenso einfach, einen Euro wie eine Million Euro zu materialisieren Es ist der gleiche Vorgang Der einzige Grund, warum das eine schneller kommen und das andere länger dauern kann Ist Ihre Überzeugung, dass eine Million Euro eine Menge Geld und ein Euro nicht viel sei Manchen Menschen erscheint es einfacher, die Methode mit kleinen Sachen umzusetzen Und so empfehlen wir manchmal Fangen Sie mit etwas Kleinem an, zum Beispiel mit einer Tasse Kaffee Nehmen Sie sich vor, heute eine Tasse Kaffee anzuziehen Bob Proctor Stellen Sie sich bildlich vor, mit einem alten Freund zu sprechen, den Sie schon lange nicht mehr gesehen haben Irgendwie wird jemand im Gespräch mit Ihnen auf jene Person kommen Und jene Person wird Sie bald anrufen oder Sie werden einen Brief von ihr erhalten Mit etwas Kleinem anzufangen ist ein einfacher Weg, um das Wirken des Gesetzes der Anziehung selbst zu erleben Ich möchte Ihnen die Geschichte von einem jungen Mann erzählen, der genau dies getan hat Er hatte The Secret gesehen und beschlossen, mit etwas Kleinem anzufangen Er machte sich in Gedanken ein genaues Bild von einer Vogelfeder Und achtete darauf, dass es sich um ein einzigartiges Exemplar handelte Er stellte sich eine spezielle Zeichnung auf der Feder vor Um ohne jeden Zweifel erkennen zu können Ob er diese Feder aufgrund seiner gezielten Anwendung des Gesetzes der Anziehung gefunden hatte Zwei Tage später wollte er gerade ein Hochhaus in der Innenstadt New Yorks betreten Als sein Blick ohne bestimmten Grund ganz zufällig nach unten fiel Und da, am Eingang zu einem Hochhaus in New York, lag die Feder zu seinen Füßen Es war nicht nur irgendeiner, sondern exakt die Feder, die er sich vorgestellt hatte Sie war identisch mit dem Bild, das er sich in Gedanken ausgemalt hatte Und wies alle unverwechselbaren Merkmale auf In diesem Augenblick wusste er ohne den geringsten Zweifel, dass hier das Gesetz der Anziehung in all seiner Herrlichkeit gewirkt hatte Er erkannte seine unerstaunliche Fähigkeit und Macht, Kraft seines Denkens etwas anzuziehen Mit unerschütterlichem Glauben verlegte er sich darauf, viel größere Dinge zu erschaffen David Schirmer Investmentberater, Lehrer und Vermögensspezialist Nun verstehen Sie vielleicht, warum jemand Der sagt, ich bekomme immer einen Parkplatz, diesen auch findet Oder warum jemand, der sagt, ich habe wirklich Glück, ich gewinne immer etwas Eines, um das andere Mal etwas gewinnt Diese Menschen erwarten es so Fangen Sie an, Großes zu erwarten Und Sie werden damit Ihr Leben im Voraus erschaffen Erschaffen Sie Ihren Tag im Voraus Sie können das Gesetz der Anziehung nutzen, um Ihr ganzes Leben im Voraus zu erschaffen Bis hin zum nächsten, was Sie heute tun werden Prentice Mulford, ein Lehrer, dessen Schriften viele Erkenntnisse über das Gesetz der Anziehung und seine Anwendung vermitteln Zeigt, wie wichtig es ist, den Tag vorauszudenken Wenn Sie zu sich sagen Ich werde einen angenehmen Aufenthalt oder eine schöne Reise haben Dann senden Sie buchstäblich Elemente und Kräfte voraus Die bewirken, dass Ihr Aufenthalt oder Ihre Reise angenehm sein werden Sind Sie vor dem Besuch, der Reise oder der Einkaufsfahrt in einer schlechten Stimmung Oder wegen etwas Unangenehmen ängstlich oder besorgt Dann senden Sie unsichtbare Wirkkräfte voraus, die Ihnen irgendwelche Unannehmlichkeiten bereiten werden Unsere Gedanken oder mit anderen Worten Unser Gemütszustand ist immer am Werk Dinge, Gute oder Schlechte, im Voraus zu arrangieren Prentice Mulford Prentice Mulford schrieb diese Sätze in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts Welch ein Pionier Sie können deutlich erkennen, wie wichtig es ist, alle Ereignisse eines jeden Tages im Voraus zu bedenken Ohne Zweifel kennen Sie auch das Gegenteil eines voraus bedachten Tages Zu seinen Merkmalen gehören vielfach Eile und Hass Wenn Sie sich hetzen, sollten Sie bedenken, dass diese Verhaltensweise auf Angst, zu spät zu kommen beruht Damit arrangieren Sie für sich schon im Voraus etwas Schlechtes Wenn Sie sich dann weiterhin unter Zeitdruck setzen, werden Sie ein Negativum nach dem anderen anziehen Das Ihren Weg kreuzen wird Darüber hinaus arrangiert Ihnen das Gesetz der Anziehung mehr Umstände in der Zukunft, die Sie in Hetze versetzen werden Sie sollten stoppen und sich bewusst von dieser Frequenz entfernen Halten Sie einige Augenblicke inne und schalten Sie um, wenn Sie nicht noch mehr Abträgliches entziehen wollen Besonders in den westlichen Gesellschaften jagen viele Menschen der Uhr hinterher und beklagen sich, nicht genug Zeit zu haben Wenn jemand sagt, dass er nicht genug Zeit habe, dann muss es nach dem Gesetz der Anziehung so sein Falls Sie bisher wie die sprichwörtliche Katze Ihren Schwanz hinterhergejagt sind mit dem Gedanken, es nicht rechtzeitig zu schaffen, dann erklären Sie von nun an mit Nachdruck Ich habe mehr als genug Zeit und ändern Sie Ihr Leben Sie können jede Wartezeit in kraftvolle Momente verwandeln, die Sie verwenden, um Ihr zukünftiges Leben zu erschaffen Wenn Sie das nächste Mal in einer Situation sind, in der Sie warten müssen, nutzen Sie diese Gelegenheit und stellen Sie sich vor, all Ihre Wünsche würden wahr Das können Sie überall tun, jederzeit Verwandeln Sie jede Situation in etwas Positives Machen Sie es sich zur täglichen Gewohnheit, alle Ereignisse in Ihrem Leben gedanklich im Voraus festzulegen Wo Sie auch gehen und stehen und in all Ihren Handlungen schicken Sie Kräfte des Universums voraus Indem Sie sich im Vorhinein vorstellen, was Sie in Zukunft erleben wollen Damit gestalten Sie Ihr Leben bewusst Das Geheimnis in Kürze Wie Aladins dienstbarer Djinn führt das Gesetz der Anziehung jeden unserer Befehle aus Der schöpferische Prozess hilft Ihnen in drei einfachen Schritten Ihre Wünsche zu realisieren Frage danach, Glaube und Empfange Das Universum nach der Erfüllung Ihrer Wünsche zu fragen, ist für Sie eine Gelegenheit, sich über Ihre Ziele klar zu werden Wenn Sie vor Eurem inneren Auge ein deutliches Bild erkennen, haben Sie angefragt Glauben umfasst Handeln, Sprechen und Denken, als ob Sie bereits empfangen hätten, wonach Sie gefragt haben Wenn Sie die Frequenz aussenden, dass Ihr Traum realisiert ist, dann wird das Gesetz der Anziehung Umstände, Menschen und Ereignisse in Bewegung setzen, damit Sie das Erbetene erhalten Zum Empfangen gehört zu spüren, wie Sie sich fühlen werden, sobald sich Ihr Wunsch verwirklicht hat Wohlgefühl bringt Sie auf die Frequenz dessen, was Sie wollen Um Gewicht zu verlieren, konzentrieren Sie sich nicht auf Gewicht verlieren Konzentrieren Sie sich stattdessen auf Ihr Optimalgewicht, darauf, wie Sie sich mit Ihrem Optimalgewicht fühlen Und Sie werden es anziehen Das Universum benötigt keine Zeit, um zu verwirklichen, was Sie wollen Einen Euro zu realisieren, ist so einfach, wie eine Million Euro zu materialisieren Mit etwas Kleinem anzufangen, etwa mit einer Tasse Kaffee oder einer Parklücke, ist ein einfacher Weg, um das Wirken des Gesetzes der Anziehung zu erleben Nehmen Sie sich vor, etwas Kleines anzuziehen Wenn Sie Ihre Macht über die Anziehungskraft erkennen, werden Sie weitergehen, um viel Größeres zu erschaffen Kreieren Sie Ihren Tag im Voraus, indem Sie ihn sich so erdenken, wie Sie ihn haben wollen Und Sie werden Ihr Leben bewusst erschaffen Kraftvolle Prozesse Dr. Joey Vitale Viele Menschen fühlen sich durch ihre derzeitigen Lebensumstände blockiert, gefangen oder begrenzt Welcher Art diese Umstände auch sein mögen, sind sie doch nur ihre momentane Wirklichkeit Sobald sie beginnen, das Geheimnis anzuwenden, wird die aktuelle Wirklichkeit beginnen, sich zu wandeln Ihre derzeitige Realität, bzw. ihr gegenwärtiges Leben ist ein Resultat der Gedanken, die sie bisher gedacht haben All dies wird sich völlig verändern, so wie sie beginnen, ihre Gedanken und ihre Gefühle zu ändern Jeder für die Kraft des rechten Denkens aufgeschlossene Geist muss zu dem Schluss gelangen, dass ein Mensch sich ändern Und sein eigenes Schicksal meistern kann Christian D. Larson 1866-1954 Liza Nichols Wenn Sie Ihre Lebensumstände verändern wollen, müssen Sie zuerst Ihr Denken ändern Jedes Mal, wenn Sie Ihre Post mit der Erwartung holen, Rechnungen zu erhalten, werden Sie, raten Sie einmal, eine Rechnung finden Jeden Tag gehen Sie zum Briefkasten und fürchten Geldforderungen Nie erwarten Sie etwas Schönes Sie denken an Schulden Sie erwarten Schulden Also müssen Schulden auftauchen, damit Sie nicht denken, Sie wären verrückt Tag für Tag bestätigen Sie Ihren Gedanken Werden heute Rechnungen kommen? Ja, da ist schon einer Warum? Weil Sie erwarten, dass Forderungen kommen Also tauchen Sie auf, weil das Gesetz der Anziehung Ihre Gedanken folgt Tun Sie sich doch einen Gefallen Erwarten Sie einen Check Die Erwartung ist eine mächtige magnetische Kraft, weil sie Sachen und Umstände zu Ihnen zieht Bob Proctor sagt Verlangen verbindet Sie mit dem Ersehnten Erwartung zieht es in Ihr Leben Erwarten Sie die Realisierung Ihrer Wünsche Und erwarten Sie nicht, was Sie nicht wollen Was erwarten Sie jetzt? James Ray Die meisten Menschen betrachten ihre derzeitigen Lebensumstände und sagen Das ist, wer ich bin Das stimmt nicht Das ist, wer Sie waren Angenommen, Sie haben nicht genug Geld auf dem Konto Oder nicht die Beziehung, die Sie sich wünschen Oder Ihre Gesundheit und Fitness sind nicht auf der Höhe Das ist nicht, wer Sie sind Es ist vielmehr das Nebenprodukt Ihrer früheren Gedanken und Taten So leben wir ständig in diesem Überbleibsel dessen, was wir in der Vergangenheit gedacht und getan haben Wenn Sie Ihre derzeitige Lage betrachten und sich durch sie definieren, verurteilen Sie sich selbst dazu, auch in Zukunft nichts anderes oder Besseres als das Gleiche zu haben Alles, was wir sind, ist ein Resultat dessen, was wir gedacht haben Buddha 1583 bis 483 Vor Christus Ich möchte Ihnen gerne einen Denkprozess Wenn Sie Ihre Zukunft verliefen, dann wiederholen Sie sie im Geiste so, wie Sie sie glücklich machen Indem Sie solche Ereignisse in Gedanken neu erschaffen Dieses Mal genau so, wie Sie es wünschten Bereinigen Sie Ihre Frequenz dieses Tages und senden ein neues Signal und eine neue Wellenlänge für den nächsten Tag aus Damit haben Sie bewusst neue Bilder für Ihre Zukunft erschaffen Es ist niemals zu spät, die Bilder zu ändern Der kraftvolle Prozess der Dankbarkeit Dr. Joey Vitterly Was können Sie gerade jetzt tun, um anzufangen, Ihr Leben umzukehren? Das allererste ist, eine Liste der Dinge anzufertigen, für die Sie dankbar sind Dies verlagert Ihre Energie und trägt dazu bei, Ihr Gedenken umzuschalten Während Sie sich bisher vielleicht auf das konzentriert haben, was Ihnen fehlt Oder auf Ihre Beschwerden und Probleme Gehen Sie mit dieser Übung nun in eine andere Richtung Sie fangen an, Dankbarkeit zu empfinden für all das, dessen Wegen und mit dem Sie sich wohlfühlen Wenn es für Sie ein neuer Gedanke ist, dass Dankbarkeit Ihr ganzes Denken in größerer Harmonie mit den schöpferischen Energien des Universums bringt Dann denken Sie gut darüber nach und Sie werden sehen, dass es wahr ist Wallace Wattles 1860 bis 1911 Marcy Shimoff Dankbarkeit ist der absolut einzige Weg, um mehr in Ihr Leben zu bringen Dr. John Gray Psychologe, Autor und Redner mit internationalen Erfolgen Jedermann kennt das Was möchte er machen, wenn seine Frau ihm für Kleinigkeiten, die er tut, Wertschätzung zeigt? Er will ihr noch mehr geben Es geht immer um die Anerkennung Sie führt dazu, dass Unterstützung in jeglicher Form angeboten wird Dr. John Demartini Woran wir denken und wofür wir danken, das bringen wir zustande James Ray Dankbarkeit ist eine sehr wertvolle Übung für mich gewesen, jeden Morgen beim Aufstehen sage ich Danke Jeden Morgen, wenn meine Füße den Boden berühren, danke Und dann gehe ich in Gedanken all das durch, wofür ich dankbar bin, während ich mir die Zähne putze und meine übliche Morgenroutine erledige Dann denke ich nicht nur beiläufig daran, während ich irgendetwas mache Ich stelle mir alles vor und empfinde dabei das Gefühl von Dankbarkeit Nie werde ich den Tag vergessen, an dem wir James Ray filmten, der über die kraftvolle Übung der Dankbarkeit sprach An jenem Tag machte ich James' Dankbarkeitstechnik zu meiner neuen Lebensmaxine Keinen Morgen stehe ich auf, ohne das Gefühl der Dankbarkeit für diesen neuen Tag und für alles in meinem Leben, für das ich Dankbarkeit empfinde Wenn ich das Bett verlasse und mein Fuß den Boden berührt, sage ich Danke Und sobald der andere Fuß den Boden berührt, sage ich noch einmal Danke Bei jedem Schritt auf meinem Weg zum Badezimmer sage ich Danke Ich sage und fühle weiter Danke, während ich dusche und mich fertig mache Wenn ich dann für den Tag bereit bin, bin ich schon etliche Male dabei gewesen, Danke zu sagen Dadurch erschaffe ich kraftvoll meinen neuen Tag und alle seine Ereignisse Ich stelle dabei meine Frequenz für die kommenden Stunden ein und erkläre bewusst, wie sie verlaufen sollen Anstatt aus dem Bett zu taumeln und zuzulassen, dass das Geschehen die Kontrolle über mich gewinnt Es gibt keine kraftvollere Art, den Tag zu beginnen Sie sind der Schöpfer Ihres Lebens Also fangen Sie damit an, den Tag bewusst und zielgerichtet zu erschaffen Dankbarkeit ist ein fundamentaler Teil der Lehren aller großen Avatare in der Geschichte In dem Buch, das mein Leben verändert hat Wallace Wattles, die Wissenschaft des Reichwerdens geschrieben im Jahre 1910 ist der Dankbarkeit das längste Kapitel gewidmet Im Tagesablauf jedes Lehrers, der in The Secret vorgestellt wird spielt Dankbarkeit eine wichtige Rolle Die meisten dieser Personen beginnen ihren Tag mit Gedanken und Gefühlen der Dankbarkeit Joey Sugarman, ein wunderbarer Mann und erfolgreicher Unternehmer, sah The Secret und nahm Kontakt mit mir auf Er teilte mir mit, dass sein liebster Teil des Films die Passage über die Dankbarkeitstechnik sei Er habe sich immer bewusst für alles bedankt Und das habe zu allem beigetragen, was er in seinem Leben erreicht hat Nach all seinen Erfolgen übt sich Joey auch weiterhin täglich in Dankbarkeit selbst für die kleinsten Dinge Wenn er eine Parklücke findet, sagt und fühlt er jedes Mal Danker Joey kennt die Macht der Dankbarkeit und weiß, was sie ihm Gutes gebracht hat Deshalb ist Dankbarkeit sein Lebensmotto Nach all dem, was ich gelesen habe und bei allem, was ich in meinem eigenen Leben durch die Anwendung des Geheimnisses erlebt habe steht die Macht der Dankbarkeit über allem anderen Wenn Sie mit dem Wissen um das Geheimnis nur eins anfangen dann praktizieren Sie Dankbarkeit, bis sie zu Ihrem Lebensmotto wird Dr. Joey Vitale Sobald Sie anfangen, anders zu fühlen hinsichtlich dessen, was Sie bereits haben werden Sie beginnen, mehr Gutes anzuziehen Immer mehr, für das Sie dankbar sein können Sie könnten sich umsehen und sagen Nun, ich habe nicht mein Traumauto Ich habe nicht meine Villa Ich habe nicht die perfekte Partnerin Meine Gesundheit will nicht zurecht Halt zurück! Das ist all das, was Sie nicht wollen Besinnen Sie sich auf das, was Sie bereits haben für das Sie dankbar sind Vielleicht, dass Ihre Augen dieses Buch lesen können oder für die Kleidung, die Sie gerade tragen Ja, etwas anderes wäre Ihnen vielleicht lieber aber Sie könnten schon recht bald etwas anderes bekommen wenn Sie anfingen, Dankbarkeit zu empfinden für das, was Sie haben Viele Menschen, die Ihr Leben in jeder anderen Hinsicht richtig ordnen sind durch ihren Mangel an Dankbarkeit in Armut gefangen Wallace Wattles Es ist unmöglich, mehr in Ihr Leben zu bringen wenn Sie für Ihre Erfolge undankbar sind Warum? Weil die Gedanken und Gefühle, die Sie aussenden wenn Sie undankbar sind, durchweg negative Emotionen sind Seien es Eifersucht, Groll, Unzufriedenheit oder das Gefühl, nicht genug zu haben All diese Gefühle können Ihnen Ihre Wünsche nicht erfüllen Diese Gefühle können Ihnen nur mehr von dem einbringen was Sie nicht wollen Die negativen Emotionen hindern das Gute daran zu Ihnen zu kommen Wenn Sie ein neues Auto wollen aber nicht dankbar sind für das Fahrzeug, das Sie haben dann wird dies Ihre vorherrschende Sendefrequenz bestimmen Seien Sie dankbar für das, was Sie jetzt haben Wenn Sie anfangen, an all das in Ihrem Leben zu denken wofür Sie dankbar sind werden Sie verblüfft sein über die nicht enden wollende Reihe weiterer Umstände, für die Sie dankbar sein können Sie müssen den Anfang machen Dann wird das Gesetz der Anziehung Ihre Dankbarkeit empfangen und Ihnen einfach mehr Gründe dafür liefern Sie werden die Frequenz der Dankbarkeit aussehen und alles Gute wird zu Ihnen kommen Die tägliche Übung der Dankbarkeit ist einer der Wege, auf denen Ihr Reichtum zu Ihnen kommen wird Wallace Wattles Lee Brower Vermögenstrainer und Spezialist Autor und Lehrer Ich denke, jeder Mensch erlebt Phasen, in denen er feststellt, es läuft nicht so richtig oder sogar es läuft schlecht Als in meiner Familie einmal einiges im Argen war, fand ich einen Stein und ich setzte mich einfach hin und hielt ihn in der Hand Ich nahm ihn, steckte ihn in die Tasche und nahm mir vor Jedes Mal, wenn ich diesen Stein berühre, werde ich an etwas denken, für das ich dankbar bin Und jeden Morgen nahm ich ihn von der Kommode, steckte ihn in die Tasche und dachte an alles, wofür ich dankbar bin Und was tue ich abends? Ich leere meine Tasche und da ist er wieder Ich hatte einige erstaunliche Erlebnisse mit dieser Idee Ein Mann aus Südafrika sah, wie ich ihn fallen ließ Er fragte, was ist das? Ich erklärte es ihm und ernannte ihn einen Dankbarkeitsstein Zwei Wochen später erhielt ich von ihm eine E-Mail aus Südafrika, in der er schrieb Mein Sohn hat eine seltene Krankheit und liegt im Sterben Es ist eine Art von Hepatitis Könnten Sie mir drei Dankbarkeitssteine schicken? Es waren ganz gewöhnliche Steine, die ich am Straßenrand fand Und ich sagte ihm zu, gewiss Ich musste sicher gehen, dass es ganz besondere Steine waren Und so trat ich zum Bach hinaus, hob die richtigen Steine auf und schickte sie ihm Vier oder fünf Monate später erhielt ich wieder eine E-Mail aus Südafrika Ich las Meinem Sohn geht es besser Er macht sich ganz erstaunlich Und weiter Aber Sie müssen es erfahren Wir haben über tausend Steine als Dankbarkeitssteine zu zehn Dollar das Stück verkauft Und wir haben all dieses Geld für wohltätige Zwecke verwendet Vielen herzlichen Dank Es ist also sehr wichtig, Dankbarkeit zu zeigen Der große Wissenschaftler Albert Einstein revolutionierte unsere Sicht von Zeit, Raum und Schwerkraft Angesichts seiner ärmlichen Herkunft und schwachen Anfänger Hätte man es für unmöglich gehalten, dass er einst all das erreichen würde, was ihm gelang Einstein wusste sehr gut Bescheid über das Geheimnis und er sagte täglich hunderte von Malen Danke Er dankte all den großen Wissenschaftlern, die ihm vorausgegangen waren Für ihre Leistung und Beiträge, die es ihm ermöglicht hatten, zu lernen und in seiner Arbeit weiterzukommen Und schließlich einer der bedeutendsten Wissenschaftler aller Zeiten zu werden Die Dankbarkeitsübung kann besonders effektiv angewandt werden, indem Sie sie in den schöpferischen Denkprozess integrieren Und so die Verwirklichung Ihrer Wünsche beschleunigen Wie Bob Proctor im ersten Schritt des schöpferischen Prozesses Frage danach Empfahl Beginnen Sie damit, dass Sie Ihre Wünsche aufschreiben Beginnen Sie jeden Satz mit den Worten Ich bin jetzt so froh und dankbar, dass... und ergänzen Sie den Rest Wenn Sie danken, als ob Sie bereits empfangen hätten, was Sie wollen Senden Sie ein mächtiges Signal ans Universum Dieses Signal besagt, dass Sie das Gewünschte bereits haben Weil Sie jetzt Dankbarkeit dafür empfinden Machen Sie es sich zur Gewohnheit, jeden Morgen, bevor Sie aufstehen Im Voraus Gefühle der Dankbarkeit für den großen Tag zu empfinden, der vor Ihnen liegt Als wäre er bereits geschehen Von dem Augenblick an, als ich das Geheimnis entdeckte und die Vision formulierte Dieses Wissen mit der Welt zu teilen, dankte ich jeden Tag für den Film The Secret Der Freude in die Welt bringen würde Ich hatte keine Ahnung, wie wir dieses Wissen auf den Bildschirm bringen könnten Vertraute aber darauf, dass wir das Wie anziehen würden Ich blieb darauf konzentriert und hielt am Ergebnis fest Ich empfand im Voraus ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit Als diese Emotion Teil meiner selbst wurde, öffneten sich die Schleusentore und der ganze Zauber strömte in unser Leben herein Bis zum heutigen Tag fühlen mein großartiges Filmthin und ich tiefe, von Herzen kommende Dankbarkeit Wir sind eine Gemeinschaft geworden, die Dankbarkeit mit jedem Atemzug empfinden lernte Und sie wurde zu unserer Wesensart Der kraftvolle Prozess der Visualisierung Alle großen Lehrer und Avatare früherer Jahrhunderte, so wie unsere Zeit, lehren die Technik der Visualisierung In seinem Buch The Master Key System aus dem Jahr 1912 beschreibt Charles Hanel 24 wöchentliche Übungen, um die Visualisierung zu erlernen und zu beherrschen Was noch wichtiger ist, sein vollständiges Werk Master Key System verhilft Ihnen auch dazu, Herr über Ihre Gedanken zu werden Wenn Sie gedankliche Bilder erschaffen, in denen Sie Ihre Wünsche verwirklicht sehen, rufen Sie Gedanken und Gefühle hervor, dass diese bereits realisiert sind Aus diesem Grunde ist die Visualisierung überaus mächtig Das stark konzentrierte Denken in Bildern geht einher mit gleichermaßen intensiven Gefühlen Wenn Sie visualisieren, senden Sie eine starke Frequenz ins Universum Das Gesetz der Anziehung wird dieses mächtige Signal empfangen und in die entsprechenden Bilder zurück in Ihr Leben schicken Gerade so, wie Sie sie vor Ihrem inneren Auge visualisiert haben Dr. Dennis Waitley Ich übernahm den Visualisierungsprozess aus dem Apollo-Programm der NASA und führte ihn in den 80er und 90er Jahren in das Olympia-Programm ein Wir nannten ihn Visual Motor Rehearsal Wenn Sie visualisieren, dann materialisieren Sie Sie erfahren so etwas Interessantes über den menschlichen Geist Wir nahmen Olympia-Athleten und ließen sie ihr Rennen nur in ihrer Vorstellung laufen Dann schlossen wir sie an eine hochkomplexe Biofeedback-Anlage an Es war unglaublich Die gleichen Muskeln spannten sich in der gleichen Reihenfolge an Ob die Athleten ihr Rennen nur visualisierten oder draußen auf der Bahn trainierten Wie war dies möglich? Weil der Geist nicht unterscheiden kann, ob sie es wirklich tun oder ob es nur ein Übungslauf ist Wenn Sie in Gedanken dabei gewesen sind, dann gehen Sie auch im Körper mit Denken Sie an die Erfinder und ihre Schöpfungen Die Gebrüder Wright und das Flugzeug George Eastman und den Film Thomas Edison und die Glühbirne Alexander Graham Bell und das Telefon Wenn jemals irgendetwas erfunden worden ist, so beruht dies einzig und allein darauf, dass jemand vor dem inneren Auge ein Bild davon sah Es schwebte ihm deutlich vor und weil er das Bild des Resultats in seinem Denken festhielt, brachten durch ihn alle Kräfte des Universums seine Erfindung in die Welt Diese Männer kannten das Geheimnis Sie besaßen einen unbeugsamen Glauben an das Unsichtbare und kannten die Macht in ihrem Inneren, das Universum in Bewegung zu setzen, um die Erfindung ins Sichtbare zu bringen Ihr Glauben und ihre Vorstellungskraft waren der Grund vor die Evolution der Menschheit Und sie waren Tag für Tag die Ernte ihres schöpferischen Geistes ein Jetzt denken Sie vielleicht, ich habe nicht einen Geist wie jene großen Erfinder Oder Sie meinen, Sie konnten sich solche Dinge vorstellen, aber ich kann das nicht Doch nichts wäre der Wahrheit ferner und im weiteren Verlauf Ihrer großen Entdeckungsreise in das Wissen um das Geheimnis werden Sie erfahren Dass Sie nicht nur den Geist haben wie eben jene Menschen, sondern viel mehr Mike Dooley Wenn Sie visualisieren und das Bild vor Ihrem geistigen Auge haben, so konzentrieren Sie sich stets und ausschließlich auf das Ergebnis Hier ist ein Beispiel Blicken Sie jetzt auf Ihre Handrücken Betrachten Sie wirklich die Rückseite Ihrer Hände Die Hautfarbe, die Sommersprossen, die Blutgefäße, die Ringe, die Fingernägel Nehmen Sie all diese Einzelheiten wahr Gerade bevor Sie die Augen schließen, sehen Sie diese Hände Sehen Sie Ihre Finger, wie Sie das Lenkrad Ihres Fabrikneuen Wagens umfassen Dr. Joey Vitterly Es ist solch eine holographische Erfahrung und so real in diesem Augenblick Dass Sie nicht einmal das Gefühl haben, den Wagen zu brauchen, weil es sich anfühlt, als hätten Sie ihn bereits Dr. Vitterlys Worte fassen brillant zusammen, an welchem Punkt Sie sich bringen wollen, wenn Sie visualisieren Falls es sich wie ein Schlag anfühlt, sobald Sie Ihre Augen in der physischen Welt öffnen, dann ist Ihre Visualisierung real geworden Aber dieser Zustand, diese Ebene, ist das Reale Sie ist das Feld, in dem alles erschaffen wird Und das physisch-materielle ist lediglich das Resultat des realen Felds aller Schöpfung Deshalb werden Sie nicht das Gefühl haben, als verlangten Sie noch nach der Realisierung Ihres Wunsches Denn Sie waren eingestimmt und fühlten das reale Welt der Schöpfung durch Ihre Visualisierung In jenem Feld haben Sie bereits alles Wenn Sie das fühlen, werden Sie es wissen Jack Canfield Es ist das Gefühl, das wirklich die Anziehung herbeiführt Nicht nur das Bild oder der Gedanke Viele Menschen denken, wenn ich positiv denke oder wenn ich mir die Realisierung meiner Wünsche bildlich vorstelle, dann genügt das schon Aber wenn Sie nur einen Teil der Technik anwenden und sich immer noch nicht reich, geliebt und froh fühlen, dann entwickeln Sie keine Anziehungskraft Bob Doyle Sie versetzen sich in das Gefühl, wirklich in diesem Auto zu sitzen Nicht, ich wünschte, ich könnte dieses Auto bekommen oder Eines Tags werde ich dieses Auto haben Weil damit ein ganz bestimmtes Gefühl verknüpft ist Dieses ist nicht im Jetzt, sondern in der Zukunft Solange jenes Gefühl vorherrscht, wird die Realisierung Ihres Wunsches immer in der Zukunft bleiben Michael Bernard Beckwith Dieses Gefühl und ihre bildliche Vorstellungskraft werden nun zu einem offenen Tor, durch welches die Macht des Universums sich Ausdruck verleihen wird Was diese Kraft ist, vermag ich nicht zu sagen Ich weiß nur, dass sie existiert Alexander Graham Bell 1847 bis 1922 Jack Canfield Unsere Aufgabe ist nicht, das Wie herauszufinden Das Wie wird durch Hingabe und Glauben an das Was erscheinen Mike Dooley Das Wie fällt in den Zuständigkeitsbereich des Universums Es kennt immer den kürzesten, raschesten, schnellsten, harmonischen Weg zwischen Ihnen und Ihrem Traum Dr. Joey Vitale Wenn Sie Ihre Zukunft dem Universum überlassen, werden Sie überrascht und verblüfft sein, was Ihnen geliefert wird Da geschehen Zauber und Wunder Alle Lehrer des Gescheibnisses sind sich der Elemente bewusst, die beim Visualisieren eine Rolle spielen Indem Sie das Bild in Ihrem Inneren sehen und fühlen, gelangen Sie selbst an einen Punkt, an dem Sie glauben, das Visualisierte erlangt zu haben Sie bringen dem Universum auch Vertrauen und Zuversicht entgegen, weil Sie sich auf das Ergebnis konzentrieren und das fühlen, ohne auch nur den geringsten Gedanken darauf zu richten, wie es zustande kommen wird Das Bild in Ihrem Geist zeigt den verwirklichten Wunsch Ihre Gefühle empfinden ihn als Realität Ihr Denken und Ihre ganze Verfassung sehen ihn als bereits erfüllt Das ist die Kunst der Visualisierung Dr. Joey Vitale Sie sollten dies praktisch täglich machen, aber es sollte niemals zur Pflichtübung werden Bei dem ganzen Geheimnis ist es wirklich wichtig, dass Sie sich gut damit fühlen Sie wollen sich durch diesen ganzen Prozess erbaut und erhoben fühlen Sie wollen froh, glücklich und in Harmonie mit dem Universum sein So gut wie möglich Jeder hat die Kraft zu visualisieren Ich möchte es Ihnen mit dem Bild von einer Küche beweisen Damit dies funktioniert, müssen Sie zuerst alle Gedanken an Ihre Küche aus dem Sinn bekommen Denken Sie nicht an Ihre Küche Machen Sie Ihren Geist völlig frei von Bildern Ihrer Küche mit dem Geschirrschränken Mit Kühlschrank, Herd, Fliesen, Arbeitsflächen, Fronten und so weiter Sie hatten gerade ein Bild Ihrer Küche vor Augen, nicht wahr? Nun, das haben Sie visualisiert Jeder Mensch visualisiert, ob er es weiß oder nicht Visualisieren ist das große Geheimnis des Erfolgs Geneviève Perron Circa 1881-1960 Folgendem Tipp zum Visualisieren gibt Dr. John de Martini in seinem Breakthrough Experience Seminaren Wenn Sie in Gedanken ein statisches Bild aufbauen, kann es schwierig sein, dieses Bild aufrechtzuerhalten Sorgen Sie deshalb für viel Bewegung in Ihrer Visualisierung Um dies zu illustrieren, stellen Sie sich wieder Ihre Küche vor Dieses Mal jedoch sehen Sie sich selbst, wie Sie in die Küche betreten Wie Sie zum Kühlschrank gehen und die Hand an den Türgriff legen Wie Sie die Tür öffnen und hineinblicken Und wie Sie eine Flasche gekühlten Wassers finden Strecken Sie die Hand aus und greifen Sie nach der Flasche Nun haben Sie die Flasche Wasser in einer Hand Und schließen mit der anderen Hand die Kühlschranktür Wenn Sie Ihre Küche in allen Einzelheiten und während Sie sie benutzen, visualisieren Fällt es Ihnen leichter, das Bild zu sehen und festzuhalten, nicht wahr? Wir alle besitzen mehr Macht und größere Möglichkeiten, als wir erkennen Das Visualisieren ist eine unserer größten Kräfte Geneviève Perron Die kraftvollen Prozesse in Aktion Der einzige Unterschied zwischen Menschen, die sich nach dieser Philosophie richten und der Magie des Lebens folgen Und den anderen besteht darin, dass sich erstere bestimmte Gewohnheiten zugelegt haben Wer mit der Magie des Lebens in Einklang ist, pflegt das Gesetz der Anziehung bei jeder Gelegenheit, überall zu nutzen Sie erleben seinen Zauber, weil sie daran denken, davon Gebrauch zu machen Sie werden das Gesetz ständig an Nicht nur bei einer besonderen Gelegenheit Hier sind zwei wahre Geschichten, die die Macht des Gesetzes der Anziehung und die Unfehlbarkeit des Universums in Aktion deutlich demonstrieren Die erste Geschichte handelt von einer Frau namens Jeannie Sie hatte die DVD The Secret gekauft, die sie täglich mindestens einmal ansah, um die Botschaft des Filmes bis in die innersten Zellen ihres Körpers aufzunehmen Jeannie war besonders beeindruckt von Bock Proctor und träumte davon, ihn einmal kennenzulernen Eines Morgens, als Jeannie ihre Post hereinholte, war sie zutiefst erstaunt, dass der Briefträger versehentlich Bock Proctors Post an ihre Adresse zugestellt hatte Jeannie hatte nicht gewusst, dass Bock Proctor nur vier Häuserblocks entfernt wohnte Doch das war noch nicht alles Jeannie hatte die gleiche Hausnummer wie Bock Proctor Auf der Stelle brachte sie die Briefe zu der korrekten Adresse Können Sie sich Jeannis Begeisterung vorstellen, als sich die Tür öffnete und Bob Proctor vor ihr stand? Bob ist nur selten zu Hause und fiel auf Reisen, da er überall auf der Welt Vorträge hält Aber die Unfehlbarkeit des Universums kennt nur perfektes Timing Aufgrund von Jeannis Gedanken an ein Treffen mit Bob Proctor bewegte das Gesetz der Anziehung Menschen, Umstände und Ereignisse, sodass die Begegnung zustande kam Die zweite Geschichte handelt von einem zehnjährigen Jungen namens Colin, der The Secret gesehen und sich dafür begeistert hatte Collins Familie unternahm eine einwöchige Reise nach Disney World und schon an ihrem ersten Tag standen sie dort in langen Warteschlangen Am Abend, kurz vor dem Einschlafen, dachte sich Colin Morgen möchte ich unbedingt auf all den großartigen Bahnen mitfahren und kein einziges Mal in einer Schlange anstehen und warten müssen Am nächsten Morgen trafen Colin und seine Familie an den Toren des Apcot Center ein, als der Park gerade geöffnet wurde Da kam ein Disney-Angestellter auf sie zu und fragte, ob sie gern die erste Apcot-Familie des Tages sein wollten Als solche genössen sie VIP-Status, die Begleitung durch eine Angestellte sowie das Vorrecht bei allen besonders begehrten Attraktionen an der Wartestange vorbei nach vorn spazieren zu dürfen Das war noch mehr, als Colin sich gewünscht hatte Hunderte von Familien warteten an jenem Morgen auf den Einlass ins Apcot Center Aber Colin hatte nicht den geringsten Zweifel daran, warum gerade er und die Seinen zur ersten Apcot-Familie des Tages erkoren worden waren Er kannte den Grund genau Er hatte das Geheimnis angewandt Stellen Sie sich vor, im Alter von zehn Jahren zu entdecken, dass man die Macht in sich trägt, Welten zu bewegen Nichts kann ihr Bild daran hindern, konkrete Gestalt anzunehmen Außer der gleichen Macht, welche es in die Welt gebracht hat Sie selbst Geneviève Berrand James Ray Die Menschen sind Meister darin, sich nur eine Weile auf etwas zu konzentrieren Sie rufen aus, ich bin Feuer und Flamme Ich habe dieses Programm gesehen und werde jetzt mein Leben ändern Doch dann lassen die Ereignisse auf sich warten Sie sind knapp unter der Oberfläche und kurz davor hervorzubrechen Aber der Mensch betrachtet nur die oberflächlichen Resultate und resigniert Das funktioniert doch nicht Wissen Sie was? Darauf antwortet das Universum Dein Wunsch ist mir gefehl Und zieht sich zurück Wenn Ihnen Zweifel in den Sinn kommen, wird Ihnen das Gesetz der Anziehung bald mehr Grübeleien schicken Sobald sich der kleinste Zweifel in Ihre Bilder einschlägt, sollten Sie diesen Gedanken auf der Stelle loslassen Schicken Sie ihn seines Weges Ersetzen Sie ihn durch Ich weiß, dass ich die Verwirklichung meiner Wünsche jetzt empfange Und fühlen Sie das John Assaraf Nachdem ich vom Gesetz der Anziehung erfahren hatte, wollte ich es in die Tat umsetzen und sehen, was geschehen würde 1995 fing ich damit an, indem ich meine sogenannte Visionstafel einführte Ich nahm ein Bild dessen, was ich erreichen oder anziehen wollte Zum Beispiel ein Auto, eine Armbanduhr oder die Seelengefährten meiner Träumer Und heftete es an meine Visionstafel Jeden Tag, wenn ich in meinem Büro saß, pflegte ich, zu dieser Tafel zu blicken und meinen Wunsch zu visualisieren Ich kam wirklich so weit, dass ich fühlte, er sei bereits Realität Dann musste ich umziehen Wir lagerten alle Möbel und Kisten ein Und ich zog innerhalb von fünf Jahren dreimal um Schließlich landete ich in Kalifornien und kaufte dieses Haus, das ich ein Jahr lang renovierte Dann ließ ich mir alle Sachen liefern, die ich fünf Jahre zuvor an meinem damaligen Wohnort eingelagert hatte Eines Morgens kam mein Sohn Keenan in mein Büro Wo eine der Kisten, die seit fünf Jahren versiegelt gewesen waren, gleich neben der Tür stand Und er fragte, was ist denn in den Kartons, Papa? Und ich sagte, das sind meine Visionstafeln Da wollte er wissen, was ist eine Visionstafel? Ich antwortete Daran hefte ich meine Ziele Ich schneide sie aus und hefte alle meine Ziele an die Visionstafel Als etwas, was ich in meinem Leben erreichen will Mit seinen fünfeinhalb Jahren verstand Keenan das natürlich noch nicht Deshalb sagte ich Komm, mein Lieber, ich will es dir schnell zeigen Das ist am einfachsten Ich schnitt den Karton auf Und auf einer Visionstafel befand sich das Bild von einem Haus, das ich vor fünf Jahren visualisiert hatte Es traf mich wie ein Schock Denn wir wohnten in diesem Haus Wir hatten nicht ein ähnliches Haus gekauft Sondern tatsächlich mein Traumhaus, das ich inzwischen renoviert hatte Ich hatte es nicht gemerkt Als ich das alte Bild von dem Haus erkam, er mir die Tränen So erschüttert war ich Warum weinst du, Papa? Fragte Keenan Endlich verstehe ich, wie das Gesetz der Anziehung funktioniert Endlich verstehe ich die Macht der Visualisierung Endlich verstehe ich alles, was ich gelesen habe Alles, mit dem ich gearbeitet habe Mein ganzes Leben Und die Art, wie ich Firmen aufgebaut habe Das funktionierte auch für mein Zuhause Und ich hatte unser Traumhaus gekauft Ohne es zu merken Fantasie ist alles Sie ist die Vorschau auf die zukünftigen Attraktionen des Lebens Albert Einstein 1879-1955 Sie können Ihre Vorstellungskraft freien Lauf lassen Mit einer Visionstafel, an die Sie Bilder von all den Dingen heften, die Sie sich wünschen Und Bilder davon, wie Sie Ihr Leben gern haben wollen Achten Sie darauf, dass Sie die Visionstafel an einem Platz stellen, wo Sie jeden Tag sehen und betrachten können Wie John Assaraf es gemacht hat Fühlen Sie, wie es ist, das Gewünschte bereits zu haben Wenn Sie es dann empfangen und von Dankbarkeit erfüllt sind, können Sie das Bild entfernen und ein neues anheften Dies ist eine wunderbare Möglichkeit, um Kinder in das Gesetz der Anziehung einzuführen Ich hoffe, die Einrichtung einer Visionstafel inspiriert Eltern und Lehrer überall auf der Welt Einer der Menschen im Forum, unsere Secret Homepage, heftete ein Bild von der DVD The Secret auf seine Visionstafel Er hatte den Film gesehen, besaß aber kein eigenes Exemplar Zwei Tage, nachdem er seine Visionstafel aufgestellt hatte, fühlte ich den Impuls, eine Nachricht an das Secret Forum zu schicken Die ersten zehn Personen, die einen Eintrag ins Forum schrieben, sollten je eine DVD gratis erhalten Er war einer der ersten zehn Innerhalb von zwei Tagen, nachdem er seinen Wunsch auf seine neue Visionstafel geheftet hatte, erhielt er bereits ein eigenes Exemplar der gewünschten DVD Ob es eine DVD ist oder ein Haus Die Freude, etwas zu erschaffen und zu empfangen, ist riesig Ein anderes Beispiel für die Kraft der Visualisierung erlebte meine Mutter beim Kauf eines neuen Hauses Außer ihr hatten noch mehrere interessenten Angebote für jene Immobilie abgegeben Meine Mutter beschloss, das Geheimnis anzuwenden, um den Zuschlag zu erhalten Sie setzte sich hin und schrieb wieder und wieder ihren Namen und die neue Adresse des Hauses auf Dies tat sie, bis es sich anfühlte wie ihre eigene Adresse Dann stellte sie sich vor, das neue Heim mit ihren Möbeln einzurichten Innerhalb weniger Stunden erhielt sie einen Telefonanruf mit der Nachricht, dass ihr Angebot angenommen worden sei Sie war fasziniert von diesem Erlebnis Obwohl es ihr doch nicht wie eine Überraschung vorkam, weil sie ja gewusst hatte, dass das Haus ihres war Was für ein Sieg Jack Canfield Entscheiden Sie, was Sie wollen Glauben Sie, dass Ihre Wünsche wahr werden können Glauben Sie, dass Sie die Verwirklichung Ihrer Träume verdienen Und dass Ihre Träume realisierbar sind Dann schließen Sie jeden Tag für einige Minuten die Augen und visualisieren Sie, das zu haben, was Sie wollen Konzentrieren Sie sich dabei auf das Gefühl, es bereits zu besitzen Dann besinnen Sie sich darauf, wie dankbar Sie schon jetzt dafür sind und genießen Sie dies von Herzen Dann übergeben Sie Ihr Anliegen an das Universum Gehen Sie Ihrem Alltag nach und vertrauen Sie darauf, dass das Universum einen Weg finden wird, das Gewünschte zu realisieren Geheimnis in Kürze Die Erwartung ist eine mächtige magnetische Kraft Erwarten Sie die Realisierung Ihrer Wünsche und denken Sie nicht an das, was Sie nicht wollen Dankbarkeit ist ein kraftvoller Prozess, um Ihre Energie umzuschalten und mehr von dem, was Sie möchten, in Ihr Leben zu bringen Seien Sie dankbar für bereits Erlangtes und Sie werden mehr Gutes anziehen Wenn Sie für das, was Sie anstreben, im Voraus danken, beschleunigen Sie die Verwirklichung Ihrer Wünsche und senden ein machtvolles Signal ins Universum Bei der Visualisierung stellen Sie sich innerlich Bilder vor, wie Sie Ihre verwirklichten Wünsche genießen Beim Visualisieren erzeugen Sie mächtige Gedanken und Gefühle, der Traum sei bereits realisiert Das Gesetz der Anziehung bringt Ihnen dann jene Wirklichkeit, gerade wie Sie sie in Ihrem Geist gesehen haben Um das Gesetz der Anziehung zu Ihrem Vorteil anzuwenden, machen Sie sich diese Technik zur Gewohnheit, statt sie auf eine einmalige Gelegenheit zu bestrengen Gehen Sie jeden Abend vor dem Schlafengehen in Gedanken durch die Ereignisse des Tages Wiederholen Sie im Geiste alle unerwünschten Begebenheiten und ersetzen Sie diese in Ihre Vorstellung mit Bildern, die Ihren Zielen entsprochen hätten Das Geheimnis über Geld Was der Geist ersinnen kann, das kann er auch erreichen W. Clement Stone 1902-2002 Jack Canfield Das Geheimnis war eine echte Transformation für mich, weil ich mit einem sehr negativen denkenden Vater aufgewachsen bin Er vertrat die Meinung, dass reiche Menschen Leute seien, die andere ausgenommen hatten Und jeder, der Geld hatte, müsse einen anderen übers Ohr gehauen haben Ich lernte eine Menge solcher Ansichten über das Geld Wenn man es habe, verderbe es den Charakter Nur schlechte Menschen hätten Geld Geld wachse nicht auf Bäumen Und so weiter Was meinst du, wer ich bin? Rockefeller? Das war einer seiner Lieblingssätze Ich wuchs also mit dem festen Glauben auf, dass Leben sei schwierig Erst als ich W. Clement Stone kennenlernte, begann ich, mein Leben zu verändern Als ich bei Stone arbeitete, sagte er Ich möchte, dass Sie sich ein Ziel setzen So groß, dass Sie ganz aus dem Häuschen sind, wenn Sie es erreicht haben Und dann werden Sie wissen, dass Sie dieses Ziel nur aufgrund dessen erreichen konnten, was ich Sie gelehrt habe Damals verdiente ich etwa 8.000 Dollar im Jahr Und so nahm ich mir vor, ich möchte 100.000 Dollar im Jahr verdienen Doch ich hatte keine Ahnung, wie ich das bewerkstelligen könnte Ich sah keine Strategie, keine Möglichkeit Aber ich sagte mir einfach, ich werde das verkünden Ich werde das glauben Ich werde handeln, als ob es wahr wäre Und es loslassen Und so setzte ich das in die Tat um Unter anderem lehrte er mich, jeden Tag die Augen zu schließen Und meine Ziele zu visualisieren Als ob ich sie bereits erreicht hätte Ich hatte mir tatsächlich einen 100.000 Dollar Schein gebastelt Und an der Zimmerdecke befestigt Jeden Morgen blickte ich als erstes nach oben Und sah meine Banknote, die mich an das erinnerte, was ich mir als Ziel gesetzt hatte Ich schloss die Augen und stellte mir vor, ein Leben mit 100.000 Dollar im Jahr zu führen Interessanterweise ist etwa 30 Tage lang nichts Besonderes geschehen Ich hatte weder sensationelle neue Ideen, noch bot mir jemand mehr Geld an Ungefähr nach vier Wochen hatte ich eine 100.000 Dollar Idee Wie aus dem Nichts kam sie mir einfach in den Sinn Ich hatte einmal ein Buch geschrieben und sagte mir Wenn ich 400.000 Exemplare dieses Buchs für je einen Viertel Dollar verkaufen kann Dann wären das 100.000 Dollar Der Text war schon geschrieben, aber ich war noch nie auf diesen Gedanken gekommen Es ist Teil des Geheimnisses, dass sie einer plötzlichen Eingebung vertrauen und sie in die Tat umsetzen müssen Ich wusste nicht, wie ich 400.000 Exemplare verkaufen sollte Dann erblickte ich im Supermarkt den National Enquirer Ich hatte das Blatt schon millionenfach gesehen, es war für mich immer nur ein Teil des Hintergrundes Nun sprang es mir auf einmal in die Augen, trat in den Vordergrund Ich dachte mir, wenn die Leser von meinem Buch erfahren, dann werden sich bestimmt 400.000 Käufer finden Etwa sechs Wochen später sprach ich am Hunter College in New York vor 600 Lehrern Anschließend kam eine Frau auf mich zu und sagte Das war ein großartiger Vortrag, ich würde sie gerne interviewen Hier ist meine Karte Wie sich herausstellte, war sie eine freiberufliche Schriftstellerin, die ihre Geschichten an den National Enquirer verkaufte Das Thema von The Twilight Zone erklang in meinem Kopf Dazu der Gedanke Wow, es funktioniert wirklich Der Artikel wurde gedruckt und unsere Buchverkäufe hoben ab Mit dieser Geschichte will ich darauf hinaus, dass ich all jene Umstände und Menschen in mein Leben zog Lange Rede, kurzer Sinn Ich schaffte in jenem Jahr nicht 100.000 Dollar Wir machten 92.327 Dollar Aber meinen Sie, wir waren deprimiert und dachten, das hat nicht funktioniert? Nein, wir fanden, das ist erstaunlich Und meine Frau fragte mich Wenn es bei 100.000 funktioniert, meinst du, es klappt auch bei einer Million? Ich antwortete darauf Ich weiß es nicht, aber ich denke schon Lass es uns probieren Mein Verleger stellte mir einen Tantimen-Check für unser erstes Hühnersuppe für die Seele-Buch aus Neben seiner Unterschrift zeichnete er doch tatsächlich einen Smiley, weil es die erste Million-Dollar-Check war, den er je ausgestellt hatte Jetzt weiß ich es aus eigener Erfahrung Ich wollte testen, ob dieses Geheimnis wirklich funktioniert Wir haben es der Prüfung unterzogen, es funktionierte einwandfrei Und nun lebe ich alle Tage davon Das Wissen um das Geheimnis und das Wirken des Gesetzes der Anziehung Lässt sich auf jeden Gegenstand oder Aspekt in Ihrem Leben gezielt anwenden Egal, was Sie erschaffen wollen, gehen Sie immer gleich vor Das Thema Geld ist dabei keine Ausnahme Um Geld anzuziehen, müssen Sie sich auf Reichtum konzentrieren Es ist unmöglich, mehr Geld in Ihr Leben zu ziehen, wenn Sie darüber grübeln, nicht genug zu haben Denn dies bedeutet, dass Sie Ihre Gedanken auf den Geldmangel konzentrieren Dadurch werden Sie ungezählte weitere Umstände und Situationen erschaffen, in denen Ihre Finanzen nicht ausreichen Sie müssen sich auf die Reichtümer besinnen, um diese anzuziehen Es gilt also gedanklich ein neues Signal auszusenden, das Sie derzeit mehr als genug haben Sie müssen dazu wirklich Ihre Vorstellungskraft auf den Plan rufen und sich selbst glauben machen, dass Sie über die gewünschten Summen bereits verfügen Dieser Denkprozess bereitet großes Vergnügen Sie werden bald entdecken, dass Sie sich mit finanziellen Angelegenheiten wohler fühlen sobald Sie sich so verhalten, als ob Sie schon über die Reichtümer verfügten Da Sie sich dabei immer besser fühlen, wird das Geld nach und nach in Ihr Leben fließen Jacks wunderbare Geschichte inspirierte unser Team, einen Blankoscheck vorzubereiten den Sie als Datei kostenlos von der The Secret Homepage www.thesecret.tv herunterladen können Es ist Ihr Blankoscheck, ausgestellt von der Bank des Universums Drucken Sie ihn aus, tragen Sie Ihren Namen ein, die Summe sowie nötige Details und bewahren Sie ihn an einem besonderen Platz auf, wo Sie ihn jeden Tag sehen Wann immer Sie Ihren Blick auf den Check richten, fühlen Sie sich in den Gedanken hinein, wie es ist, über dieses Geld zu verfügen Stellen Sie sich vor, das Geld auszugeben Denken Sie an all die Dinge, die Sie kaufen und unternehmen werden Fühlen Sie, wie herrlich das ist Wissen Sie, dass das Ihr Geld ist, denn so wie Sie danach fragen, ist es Ihres Wir haben Berichte von Hunderten von Menschen erhalten, die mithilfe des Schecks von der The Secret Homepage riesige Geldsummen in ihr Leben gezogen haben Das ist ein Sparspiel, das funktioniert Ziehen Sie Wohlstand an Wenn jemand nicht genug Geld hat, liegt das nur daran, dass er das Geld mit seinen Gedanken blockiert und daran hindert, zu ihm zu kommen Alle negativen Gedanken, Gefühle oder Emotionen blockieren das Gute und hindern es daran, zu Ihnen zu kommen Dies gilt auch für das Geld Das Geld wird Ihnen keineswegs vom Universum vorenthalten Denn alle Summen, derer Sie bedürfen, existieren bereits jetzt im Unsichtbaren Wenn Sie nicht genug haben, liegt es daran, dass Sie den Geldstrom an seinem Fluss hindern Sie müssen Ihr Denken umschalten vom Geldmangel zu mehr als genug Gelddenken Denken Sie mehr an den Mangel, erhalten Sie mehr davon Wenn Sie Geld brauchen, so ist dieses Empfinden ein mächtiges Gefühl in Ihrem Inneren Und Kraft des Gesetzes der Anziehung werden Sie weiterhin das Geldbrauchen anziehen Beim Thema Geld spreche ich aus Erfahrung Kurz bevor ich das Geheimnis entdeckte, teilten meine Buchhalte mir mit, dass meine Firma in jenem Jahr einen größeren Verlust erlitten hatte und in spätestens drei Monaten der Geschichte angehören werde Nach zehn Jahren harter Arbeit war ich nun im Begriff, mein Unternehmen zu verlieren Dass ich mehr Geld brauchte, um das Geschäft zu retten, machte die Sache nur noch schlimmer Es schien keinen Ausweg zu geben Dann entdeckte ich das Geheimnis Und alles in meinem Leben, auch die Situation meiner Firma, wurde völlig verwandelt Weil ich meine Denkweise änderte Während sich meine Buchhalter weiter mit den Zahlen beschäftigten und darüber redeten Konzentrierte ich mein Denken auf Wohlstand und einen guten Ausgang Ich wusste mit jeder Faser meines Wesens, dass das Universum liefern würde Und es lieferte Es lieferte in einer Weise und auf Wegen, die ich mir nicht hätte vorstellen können Ich hatte meine Momente des Zweifels Aber wenn diese mich überkamen, richtete ich meine Gedanken sofort auf die Erfüllung meiner Ziele Ich dankte dafür Ich fühlte die Freude darüber Und ich glaubte Ich möchte ihnen ein Geheimnis anvertrauen Ein Geheimnis über das Geheimnis Die Abkürzung zum Erreichen all ihrer Lebensziele besteht darin Jetzt glücklich zu sein Und sich glücklich zu fühlen Das ist der schnellste Weg, um Geld und alles andere in Ihr Leben zu bringen, was Sie haben wollen Konzentrieren Sie sich darauf, die Gefühle von Freude und Glück ins Universum hinaus zu strahlen Wenn Sie dies umsetzen, werden Sie alles anziehen, was Ihnen Freude und Glück bringt Dazu gehört nicht nur eine Fülle von Geld, sondern auch alle Ihre anderen Wünsche Sie müssen das Signal ausstrahlen, um dann anzuziehen, was Sie wollen Wenn Sie Glücksgefühle ausstrahlen, werden diese zu Ihnen zurückkommen als die Bilder und Erfahrungen Ihres Lebens Das Gesetz der Anziehung spiegelt Ihnen Ihre innersten Gedanken und Gefühle als Ihr Leben zurück Konzentrieren Sie sich auf Wohlstand Dr. Joey Vitale Ich kann mir gut vorstellen, was viele Menschen denken Wie kann ich mehr Geld anziehen? Wie kann ich mehr von dem Stoff bekommen, der die Welt regiert? Wie kann ich mehr Reichtum und Wohlstand anhäufen? Wie kann ich mit meinem Kreditkartenschulden klarkommen, wenn ich weiß, dass vielleicht nicht mehr Geld hereinfließen kann, weil es in dem Job, den ich liebe, nicht mehr zu verdienen gibt? Wie kann ich mehr hereinholen? Wollen Sie es? Damit kommen wir zurück zu einem Punkt des Geheimnisses, den wir schon wiederholt angesprochen haben Ihre Aufgabe besteht darin, zu erklären, was Sie aus dem Katalog des Universums gern haben möchten Wenn Bargeld dazugehört, sagen Sie, wie viel Sie haben möchten Ich hätte gerne 25.000 Euro unerwartete Einkünfte innerhalb der nächsten 30 Tage Oder was auch immer es gerade ist Es sollte für Sie glaubhaft sein Wenn Sie bisher gedacht haben, es gebe nur einen einzigen Weg, um zu Geld zu gelangen, nämlich durch Ihren Job Dann werfen Sie diese Gedanken augenblicklich über Bord Es ist vielmehr so Gerade weil Sie dies weiterhin denken, muss dies auch zu Ihrer Erfahrung werden Solche Gedanken sind Ihnen nicht dienlich Sie sind nun im Begriff zu verstehen, dass es Wohlstand für Sie gibt Und dass nicht Ihre Aufgabe ist, auszutüfteln, wie das Geld zu Ihnen gelangen wird Es ist Ihre Aufgabe danach zu fragen, zu glauben, dass Sie es empfangen werden Und sich schon jetzt darüber zu freuen Überlassen Sie die logistischen Einzelheiten dem Universum Bob Proctor Die meisten Menschen haben das Ziel, aus ihren Schulden herauszukommen Doch das wird Sie für immer in Schulden gefangen halten Woran Sie denken, das werden Sie in Ihr Leben ziehen Sie halten dagegen Aber es geht doch darum, aus den Schulden herauszukommen Es ist gleich, ob es aus den Schulden heraus oder in die Schulden hineingeht Solange Sie Schulden denken, ziehen Sie Schulden an Stellen Sie ein automatisches Schuldentilgungsprogramm auf Und dann fangen Sie an, sich auf Wohlstand zu konzentrieren Wenn Sie einen Stapel Rechnungen vor sich haben Und keine Ahnung, wie Sie sie begleichen sollten Dürfen Sie sich nicht auf die Rechnungen konzentrieren Weil Sie auf diese Weise noch mehr von Ihnen anziehen würden Sie müssen einen für Sie funktionierenden Weg finden Sie müssen sich auf Wohlstand zu konzentrieren Und trotz all der Rechnungen von überall her Sie müssen einen Weg finden, sich gut zu fühlen Sodass Sie Ihr Gutes in Ihr Leben ziehen können James Ray So häufig höre ich von Menschen Ich möchte mein Einkommen im nächsten Jahr gern verdoppeln Wenn wir dann betrachten, was sie dafür tun Sind es eben nicht die Dinge, die zu der erwünschten Veränderung beitragen würden Sie gehen hin und sagen weiterhin Das kann ich mir nicht leisten Fällt Ihnen da etwas auf oder ein? Dein Wunsch ist mir Befehl Wenn der Satz Ich kann es mir nicht leisten Über Ihre Lippen gekommen ist Dann haben Sie jetzt die Macht, dies zu ändern Ändern Sie es mit den Worten Ich kann es mir leisten Ich kann das kaufen Sagen Sie das wieder und wieder Wie ein Papagei Nehmen Sie sich vor In den nächsten 30 Tagen Jedes Mal, wenn Ihr Blick auf etwas fällt Das Sie mögen In Gedanken zu sagen Ich kann es mir leisten Ich kann das kaufen Wenn Sie Ihr Traumauto vorüberfahren sehen Sagen Sie Ich kann mir das leisten Wenn Sie Kleidungsstücke sehen, die Sie lieben Sobald Sie an einen aufwendigen Urlaub denken Sagen Sie stets Ich kann mir das leisten Während Sie dies üben Werden Sie Ihr Denken allmählich umschalten Und anfangen, sich im Hinblick auf Geld besser zu fühlen Sie werden mehr und mehr zu der Überzeugung gelangen Dass Sie sich jene Dinge leisten können Und auf diesem Wege werden sich die Bilder in Ihrem Leben verändern Liza Nichols Wenn Sie sich auf Mangel, Knappheit Und das konzentrieren, was Sie nicht haben Wenn Sie in der Familie darüber streiten Mit Ihren Freunden darüber diskutieren Und Ihren Kindern erzählen, dass Sie nicht genug haben Wir haben nicht genug dafür Wir können uns das nicht leisten Dann werden Sie niemals in der Lage sein Sich etwas zu leisten Sie werden mehr und mehr die Situation anziehen Dass Sie kein Geld haben Wenn Sie zu Wohlstand kommen wollen Wenn Sie im Überfluss leben wollen Dann konzentrieren Sie sich auf Reichtum Konzentrieren Sie sich auf Wohlstand Die spirituelle Substanz Aus der aller sichtbare Reichtum kommt Ist unerschöpflich Sie ist die ganze Zeit bei Ihnen Und spricht an auf das Vertrauen Und die Forderungen, die Sie ihr entgegenbringen Charles Helmore 1854-1948 Wenn Sie nun, da Sie das Geheimnis kennen Jemanden sehen, der wohlhabend ist Werden Sie wissen, dass er überwiegend an Reichtum denkt Und nicht an Geldmangel Die vorherrschenden Gedanken haben den Reichtum angezogen Bewusst oder unbewusst Sie drehten sich um Überfluss und Wohlstand Und das Universum setzte Menschen Umstände und Ereignisse in Bewegung Um Wohlstand zu liefern Den Reichtum jener Menschen besitzen Sie auch Der einzige Unterschied zwischen Ihnen und jenen ist Dass diese sich gedanklich auf den Wohlstand konzentrieren Was Ihnen Überfluss einbringt Ihr Reichtum wiederum wartet im Unsichtbaren auf Sie Denken Sie an Reichtum Um Ihnen ins Sichtbare zu ziehen David Schirmer Als ich das Geheimnis kennen und verstehen lernte Erhielt ich Tag für Tag ein Bündel Rechnungen mit der Post Ich überlegte, wie kann ich das ändern Das Gesetz der Anziehung besagt, dass man bekommt, worauf man sich konzentriert Also nahm ich einen Kontoauszug, überpinselte den Kontostand weiß Und setzte einen neuen Betrag ein Ich schrieb genauso viel hin, wie ich auf meinem Konto haben wollte Ich dachte mir, wie wäre es, wenn ich mir einfach vorstellte, dass jetzt Schecks mit der Post kommen Und so visualisierte ich ein Bündel Schecks, die mit der Post kamen Binnen eines einzigen Monats begannen die Dinge sich zu wandeln Es ist erstaunlich Heute bekomme ich einfach Schecks mit der Post Ich erhalte ein paar Rechnungen, aber ich bekomme mehr Schecks als Rechnungen Seit The Secret auf dem Markt ist, haben uns hunderte von Menschen geschrieben, dass sie, nachdem sie den Film gesehen hatten, unerwartete Schecks mit der Post erhielten Es geschah, weil sie ihre Gedanken und Aufmerksamkeit auf Davids Geschichte gerichtet hatten Und so die Schecks anzogen Ich habe mir ein Spiel ausgedacht, das mir half, meine Gefühle angesichts eines Stapels von Rechnungen umzuschalten Ich stellte mir vor, die Rechnungen seien in Wirklichkeit Schecks Ich machte Freudensprünge, wenn ich die Briefe öffnete und rief Mehr Geld für mich, danke, danke Ich nahm jede Rechnung, stellte mir vor, sie sei ein Check Und hängte an dem Betrag in Gedanken noch eine Null, um die Summe zu vergrößern Ich nahm einen Notizblock und setzte über eine neue Seite die Überschrift Ich habe erhalten Darunter listete ich alle Beträge der Rechnungen, einschließlich je einer zusätzlichen Null Neben jedem Betrag schrieb ich Danke Und ich fühlte die tiefe Dankbarkeit, das Geld zu erhalten, bis mir Tränen der Freude in die Augen traten Dann nahm ich jede Rechnung, deren Summe nun sehr klein aussah im Vergleich zu dem Betrag, den ich erhalten hatte Und beglich sie voller Dankbarkeit Niemals öffnete ich eine Rechnung, ehe ich nicht ganz von dem Gefühl durchdrungen war, dass ich einen Check erhalten hatte Wenn ich einen Brief mit einer Rechnung öffnete, ohne mir vorher eingeredet zu haben, sie sei ein Check, drehte es mir den Magen um Ich wusste, dass diese emotionelle Regung in der Magengrube mächtig dazu beitrug, mehr Rechnungen anzuziehen Ich wusste, dass ich dieses Gefühl auszuschalten und es durch freudige Gefühle zu ersetzen hatte So konnte ich mehr Geld in mein Leben ziehen Trotz eines Stapels von Rechnungen funktionierte dieses Spiel für mich und es veränderte mein Leben So gibt es viele Spiele, die Sie selbst erfinden können Was für Sie am besten funktioniert, erkennen Sie daran, wie es sich innerlich dabei anfühlt Wenn Ihnen das Glauben machen gelingt, kommen die Resultate schnell Laurel Langemeyer Finanzstrategin, Rednerin, Coach für Unternehmen und Einzelpersonen Ich bin aufgewachsen mit dem Satz, für Geld muss man schwer arbeiten Ich ersetze ihn durch Geld kommt leicht und häufig Am Anfang kommt einem das ein wenig wie eine Lüge vor, nicht wahr? Da ist ein Teil ihres Gehirns, der sagt, du Lügner, es ist schwierig Es gibt also ein kleines Hin und Her, wie bei einem Tennisspiel Und das geht eine Weile so Lassen Sie Gedanken, wie ich muss wirklich schwer arbeiten und kämpfen, um Geld zu haben, augenblicklich los Durch diese Überlegungen haben Sie eine entsprechende Frequenz ausgesendet Und Sie wurden zu den Bildern in Ihrem Leben Halten Sie sich an Laurel Langemeyers Rat und ersetzen Sie solche Gedanken Durch Geld kommt leicht und häufig David Schirmer Wenn es gilt, Wohlstand zu erlangen, dann geht es um die Erschaffung einer Geisteshaltung Es dreht sich allein darum, wie Sie denken Laurel Langemeyer Ich würde sagen, dass die Arbeit an der Psychologie und den Denkgewohnheiten meiner Klienten 80% meines Coachings ausmachen Das weiß ich schon, wenn ich höre Oh ja, Sie können das, aber ich nicht Menschen haben die Fähigkeit, ihre innere Beziehung und Kommunikation mit dem Geld zu verändern Die gute Nachricht ist, sobald Sie sich entschieden haben, dass Ihr Wissen wichtiger ist als das, was Sie zu glauben gelehrt wurden Sind Sie in Ihrem Streben nach Wohlstand einen großen Schritt weitergekommen Erfolg kommt von innen, nicht von außen Sie müssen sich im Hinblick auf Geld gut fühlen, um mehr davon anzuziehen Es ist nur verständlich, wenn Sie nicht genug Geld haben, fühlen Sie sich auch nicht wohl beim Gedanken daran, gerade weil auf Ihrem Konto Ebbe herrscht Aber diese negativen Gefühle verhindern, dass mehr finanzielle Mittel zu Ihnen kommen Sie müssen den Teufelskreis durchbrechen, indem Sie anfangen, sich beim Gedanken an Geld wohlzufühlen Und dankbar sind für das, was Sie haben Wiederholen Sie sich immer wieder Ich habe mehr als genug Ein großes Vergnügen ist da unterwegs zu mir Ich bin ein Magnet für Geld Ich liebe Geld Und das Geld liebt mich Ich erhalte jeden Tag Geld Und Danke, danke, danke Schenken Sie Geld, um Geld zu erhalten Schenken ist ein kraftvolles Mittel, um mehr Geld in Ihr Leben zu bringen Denn wenn Sie schenken, erklären Sie damit, ich habe reichlich Sie werden nicht überrascht sein, zu erfahren, dass die reichsten Menschen auf unserem Planeten die großzügigsten Philanthropen sind Sie verschenken riesige Geldbeträge Da Sie schenken, öffnet sich nach dem Gesetz der Anziehung das Universum und spült Ihnen riesige Geldmengen zurück Ein Vielfaches Meinen Sie jetzt, ich habe nicht genug, um etwas zu verschenken? Bingo Dann wissen Sie nun, warum Sie nicht genug Geld haben Wenn Sie denken, nicht genug Bares zu haben, um etwas davon abzugeben Dann beginnen Sie, Geld zu verteilen Wenn Sie im Geben Vertrauen demonstrieren Muss Ihnen das Gesetz der Anziehung mehr Geld schicken, um es zu verschenken Es ist ein großer Unterschied zwischen Schenken und Opfern Aus überfließendem Herzen zu schenken, fühlt sich sehr gut an Etwas zu Opfern fühlt sich nicht gut an Verwechseln Sie das nicht, es sind gegensätzliche Arten zu geben Das Schenken sendet ein Signal von mehr als genug aus Das Opfern ein Signal des Mangels Das eine fühlt sich gut an, das andere nicht Opfern wird schließlich zu Groll führen Aus vollem Herzen zu schenken, ist eines der freudigsten Erlebnisse Das Universum wird dieses Signal der Freude empfangen und noch mehr in Ihr Leben spülen Den Unterschied können Sie fühlen James Ray Ich begegne so vielen Menschen, die ungeheuer viel Geld erwirtschaften Aber Ihre Beziehungen liegen im Magen Das ist nicht wirklich Wohlstand Man kann hinter dem Geld her sein und wird vielleicht reich Aber das ist keine Garantie für Wohlstand Ich will damit nicht sagen, dass Geld nicht ein Teil des Wohlstands ist Das ist es absolut Aber es ist eben nur ein Teil Und dann lernte ich viele Menschen kennen, die spirituell sind Dabei sind sie krank und die meiste Zeit pleite Das ist auch kein Wohlstand Das Leben soll in allen Bereichen von Überfluss gekennzeichnet sein Wer glaubt, dass Wohlstand nicht spirituell sei Dem lege ich die Lektüre der Reihe The Millionaires of the Bible von Catherine Ponder ans Herz In diesen großartigen Büchern werden Sie entdecken, dass Abraham, Isaac, Jakob, Moses und Jesus Nicht nur Lehrer des Wohlstands waren Sondern auch selbst Millionäre mit einem großzügigeren Lebensstil Als ihnen viele heutige Reiche sich träumen lassen Sie sind Erbe des Königsreichs Wohlstand ist Ihr Geburtsrecht Und in Ihrer Hand halten Sie den Schlüssel zu größerem Wohlstand In jedem Bereich Ihres Lebens, als Sie sich überhaupt vorstellen können Sie verdienen die Erfüllung Ihrer Wünsche Und das Universum wird Ihnen alle Träume erfüllen Aber Sie müssen es in Ihr Leben rufen Nun kennen Sie das Geheimnis Ihre Gedanken und Gefühle sind der Schlüssel Sie haben den Schlüssel schon Zeit Ihres Lebens in der Hand In der westlichen Welt streben viele Menschen nach Erfolg Sie wollen ein großes Haus, Sie suchen nach blühenden Geschäften Sie sehnen sich nach all diesen Äußerlichkeiten Aber unsere Forschungen haben gezeigt, dass Besitz nicht unbedingt unser eigentliches Bedürfnis stellt Nämlich glücklich zu sein Und so sind wir auf jene äußeren Dinge aus und meinen, sie würden uns das Glück bringen Tatsächlich aber ist es umgekehrt Sie müssen zuerst auf die innere Freude aus sein Den inneren Frieden anstreben Die innere Vision suchen Und dann erscheinen all die anderen kommoden Umstände Alle Ihre Wünsche sind innere Angelegenheiten Die Außenwelt ist die Welt der Auswirkungen Sie ist nur das Resultat unseres Denkens Schalten Sie Ihre Gedanken und Frequenz auf inneres Glück Strahlen Sie die Gefühle von innerem Glück und Freude aus Und senden Sie mit all Ihrer Kraft ins Universum Dann werden Sie wahrlich den wahren Himmel auf Erden erleben Geheimnis in Kürze Um Geld anzuziehen, müssen Sie sich auf Reichtum konzentrieren Es ist unmöglich, mehr Vermögen in Ihr Leben zu ziehen Wenn Sie sich auf eine bescheidene Finanzlage konzentrieren Es ist hilfreich, dazu Ihre Vorstellungskraft zu nutzen Und sich selbst glaubend zu machen, dass Sie über das erwünschte Geld bereits verfügen Stellen Sie sich spielerisch vor, reich zu sein Und Sie werden sich in Bezug auf Geld wohler fühlen Und da sich dabei Ihre Stimmung aufhält, wird mehr in Ihr Leben fließen Bringen Sie sich in eine positive und fröhliche Stimmung Das ist der schnellste Weg, Geld in Ihr Leben zu ziehen Nehmen Sie sich vor, jedes Mal, wenn Ihr Blick auf etwas ruht, das Ihnen gefällt In Gedanken zu sagen Ich kann es mir leisten, ich kann das kaufen Damit werden Sie Ihr Denken umschalten und Ihre Einstellung zu Geld wird positiver werden Verschenken Sie Geld, um mehr davon in Ihr Leben zu bringen Wenn Sie mit Geld großzügig sind Sie sich glücklich fühlen und es mit anderen teilen, signalisieren Sie Ich habe reichlich Stellen Sie sich vor, wie Sie mit der Post Checks erhalten Schalten Sie Ihr Denken um auf Wohlstand Denken Sie Vermögen Das Geheimnis über Beziehungen Marie Diamond Feng Shui Beraterin, Lehrerin und Rednerin Das Geheimnis besagt, dass wir Schöpfer unseres Universums sind Und dass sich alles, was wir erschaffen wollen, in unserem Leben verwirklichen wird Unsere Wünsche, Gedanken und Gefühle sind sehr wichtig, denn sie werden sich manifestieren Ich besuchte einmal einen Filmarchitekten mit sehr berühmten Filmproduzenten zu Hause Und sehr berühmten Filmproduzenten zu Hause In jeder Ecke hatte er ein wunderschönes Bild von einer nackten Frau, die mit einem Tuch drapiert war Und sich vom Betrachter abwandte, als wolle sie sagen Ich sehe dich nicht Ich sagte ihm rund heraus Ich vermute, sie haben Schwierigkeiten in ihren Liebesbeziehungen Er fragte zurück Sind Sie hellsichtig? Nein Aber sehen Sie selbst An sieben Plätzen haben Sie genau das, die gleiche Frau Er antwortete Aber ich liebe diese Art von Malerei Ich habe es selbst gemalt Dann ist das ja noch schlimmer, weil Sie Ihre ganze Kreativität hineingelegt haben Dieser sehr gut aussehende Mann war ständig von hübschen Schauspielerinnen umgeben Weil das zu seiner Arbeit gehörte Doch er hatte keine Liebesbeziehung Was wollen Sie? Fragte ich ihn Ich will pro Woche drei Räume de Vos mit Frauen Ich sagte, okay, malen Sie das, malen Sie sich selbst mit drei Frauen und hängen Sie das in jeder Ecke Ihres Wohlbereiches Sechs Monate später sah ich ihn wieder und fragte, wie ist Ihr Liebesleben? Großartig! Malen Sie das? Er malte eine wunderschöne romantische Beziehung Ein Jahr später heiratete er und ist nun sehr glücklich Dies kam, weil er einen anderen Wunsch ausgesendet hatte Im Inneren wollte er das schon seit Jahren, ohne dass es eintrat, denn sein Wunsch konnte sich nicht verwirklichen Die äußere Ebene, die Bilder in seinem Haus, widersprach die ganze Zeit seinem inneren Traum Wenn Sie dies erkennen und verstehen, dann fangen Sie einfach an, damit zu spielen Marie Diamonds Geschichte von ihrem Kunden illustriert auf perfekte Weise, wie Feng Shui die Lehren des Geheimnisses reflektiert Sie zeigt, wie unsere Gedanken machtvoll kreativ sind, wenn wir sie in die Tat umsetzen Allen unseren Unternehmungen muss ein Gedanke vorausgegangen sein Gedanken erschaffen die Worte, die wir sprechen, die Gefühle, die wir empfinden und unsere Handlungen Taten sind besonders mächtig, weil ihnen Gedanken zugrunde liegen, die uns aktiv werden lassen Auch wenn wir unsere innersten Gedanken vielleicht noch nicht klar erkennen, können wir doch sehen, was wir gedacht haben Wenn wir betrachten, wie wir gehandelt haben Die innersten Gedanken des Filmproduzenten in unserer Geschichte spiegelten sich in seiner Haltung und Umgebung wieder Er hatte viele Frauen gemalt, die sich jedoch alle von ihm abwandten Können Sie erahnen, welche seine innersten Gedanken waren? Obwohl er seinen Wunsch bekräftigte, dass er mehr Frauen treffen wollte, reflektierten seine innersten Gedanken dies nicht in seinen Gemälden In dem es sich bewusst entschied, sein Verhalten zu ändern, bewirkte dies, dass er sein ganzes Denken auf das Erreichen seines eigentlichen Ziels konzentrierte Dank dieser einfachen Umschaltung wurde es ihm möglich, sein Leben zu malen und es durch das Gesetz der Anziehung ins Dasein zu rufen Wenn Sie etwas in Ihrem Leben anziehen wollen, so achten Sie darauf, dass Ihr Verhalten Ihrem Ziel nicht widerspricht In einem Audiokurs erzählt Mike Dooley, einer der Lehrer aus The Secret, ein anschauliches Beispiel Es ist eine Geschichte von einer Frau, die den idealen Partner in ihr Leben ziehen wollte Sie hatte alles richtig gemacht Sie war sich klar darüber geworden, wie sie ihn haben wollte Sie hatte eine detaillierte Liste all seiner Qualitäten angefertigt und stellte sich den Mann in ihrem Leben vor Trotz all dieser Vorbereitung tauchte er nicht auf Eines Tages, als die Frau nach Hause kam und ihren Wagen mitten in der Garage abstellte, blieb ihr fast die Luft weg, als ihr klar wurde, dass ihr Handeln ihrem Wünschen entsprach Wenn ihr Auto in der Mitte der Garage stand, war kein Platz mehr für das Fahrzeug ihres Traumpartners Ihr Verhalten signalisierte dem Universum deutlich, dass sie nicht daran glaubte, zu erhalten, wonach sie gefragt hatte Also räumte sie sofort ihre Garage auf und parkte ihren Wagen auf der einen Seite, sodass auf der anderen genug Platz für das Auto ihres perfekten Partners blieb Dann ging sie in ihr Schlafzimmer und öffnete den Kleiderschrank, der gerammelt voll war Da gab es keinen Platz für die Sachen eines Gefährten Also nahm sie einige ihrer Stücke heraus, um Platz zu schaffen Sie hatte bisher auch in der Mitte ihres Bettes geschlafen Nun legte sie sich stets auf ihre Seite, um Platz für ihren Partner zu lassen Diese Frau erzählte Mike Dooley ihre Geschichte bei einem Abendessen und neben ihrem Tisch saß ihr Lebensgefährte Nachdem sie all ihre kraftvolle gedankliche Vorarbeit geleistet und dann auch gehandelt hatte, als ob sie ihren idealen Partner bereits gefunden hätte, trat er in ihr Leben Und jetzt sind die beiden glücklich verheiratet Ein weiteres einfaches Beispiel für das Handeln als ob, ist die Geschichte meiner Schwester Glenda, Produktionsleiterin des Films The Secret Sie lebte und arbeitete in Australien und wollte in die Vereinigten Staaten ziehen, um dort bei mir in unserem Büro zu arbeiten Glenda kannte das Geheimnis durchaus Und so tat sie all die richtigen Dinge, um herbeizuführen, was sie sich wünschte Doch Monat um Monat verging und sie war immer noch im Down Under Sie betrachtete schließlich ihr Verhalten und erkannte, dass sie nicht handelte, als ob sie Empfanger, wonach sie gefragt hatte Also begann sie mächtig zur Tat zu schreiten Sie organisierte ihr Leben um, für die Ubersiedlung Sie kündigte Mitgliedschaften, verschenkte Gegenstände, die sie nicht mehr brauchen würde Sie holte ihre Koffer hervor und packte sie Vier Wochen später war Glenda in den USA und arbeitete in unserem Office Überlegen sie, wonach sie gefragt haben und achten sie darauf, dass ihr Handeln widerspiegelt, was sie zu empfangen erwarten Damit es nicht im Widerspruch zu dem Erbeten entsteht Verhalten sie sich, als ob sie das Erträumte gerade erhielten Machen sie genau das, was sie bei der Verwirklichung ihres Wunsches täten Ihr alltägliches Leben sollte ihre Überzeugung widerspiegeln, dass sich ihre Träume verwirklichen werden Schaffen sie Raum, um das Ersehnte zu empfangen Damit senden sie ein mächtiges Signal der Erwartung aus Ihre Aufgabe sind sie selbst Liza Nichols Bei Beziehungen ist es wichtig, zuerst zu verstehen, wer sie eingeht Sie müssen nicht nur ihren Partner, sondern zunächst sich selbst verstehen James Ray Wie können sie sie jemals erwarten, dass irgendein anderer Mensch ihre Gesellschaft genießt, wenn sie sich mit sich selbst nicht wohlfühlen? Und damit wiederhole ich, beim Gesetz der Anziehung bzw. dem Geheimnis geht es genau darum, das in ihr Leben zu bringen Sie müssen sich wirklich, wirklich klar wehren Ich möchte Ihnen folgende Frage zu bedenken geben Behandeln sie sich selbst auf die gleiche Weise, wie sie von anderen Menschen behandelt werden wollen? Wenn sie mit sich selbst nicht so umgehen, wie sie dies von anderen Menschen erwarten Können sie niemals etwas an der gegenwärtigen Sachlage ändern Ihr Tun und Lassen ist Ausdruck ihres mächtigen Denkens Und falls sie sich selbst nicht mit Liebe und Respekt behandeln Signalisieren sie, dass sie nicht wichtig genug seien Nicht würdig genug Dass sie einen guten Umgang nicht verdient haben Diese Frequenz wird weiter ausgesandt Und sie werden noch mehr Situationen erleben, in denen andere Menschen sie nicht respektieren und schlecht zu ihnen sind Doch diese Erlebnisse sind nur die Auswirkung, die Ursache sind ihre Gedanken Sie müssen anfangen, sich selbst mit Liebe und Respekt zu behandeln, um dies auszusenden Und auf diese Frequenz zu schalten Dann wird das Gesetz der Anziehung das ganze Universum bewegen Und ihr Leben wird erfüllt sein von Menschen, die sie lieben und achten Schon viele Leute haben sich für andere aufgeopfert, in dem Glauben, gute Menschen zu sein Eben weil sie sich aufopfern Das ist falsch Solche Selbstaufgabe basiert auf Gedanken an absolutem Mangel Denn sie besagt Es gibt nicht genug für alle Deshalb werde ich leer ausgehen Derartige Emotionen fühlen sich nicht gut an und werden letztlich zu Groll und Bitterkeit führen Es gibt Wohlstand für jeden Und jeder ist selbst dafür verantwortlich, die Erfüllung seiner Wünsche anzuziehen Sie können das nicht für eine andere Person tun, weil sie für einen anderen nicht denken und fühlen können Ihre Aufgabe sind sie selbst Wenn sie ihr Wohlfühlen zur Priorität machen, wird diese herrliche Frequenz ausstrahlen Und jeden berühren, der ihnen nahe ist Dr. John Gray Sie werden die Lösung für sich selbst Deuten sie nicht auf eine andere Person und sagen sie nicht Du bist mir etwas schuldig und musst mir geben Stattdessen geben sie sich selbst mehr Nehmen sie sich Zeit für sich selbst Und erfüllen sie sich selbst gewissermaßen bis zur Fülle Aus der sie dann überflüssen können im Geben Um Liebe zu erlangen, füllen sie sich selbst mit Liebe, bis sie zum Magneten werden Charles Hanel Vielen von uns wurde beigebracht, sich selbst an die letzte Stelle zu setzen Dies führte dazu, dass wir die Gefühle anzogen, unwürdig zu sein und etwas nicht verdient zu haben Da sich diese Gefühle in uns einnisten Zogen wir in der Folge weitere Umstände und Situationen in unser Leben In denen wir uns noch unwürdiger und nicht gut genug fühlten Diese Art zu denken müssen sie ändern Zweifellos wird die Vorstellung, sich selbst so sehr zu lieben Einige sehr kalt, hart und unbarmherzig anmuten Doch diese Angelegenheit macht in einem anderen Licht erscheinen, wenn wir feststellen, dass das Ausschauhalten nach Nummer 1, wie vom Unendlichen Gewiesen, in Wirklichkeit ein Ausschauen nach Nummer 2 und in der Tat der einzige Weg ist, um Nummer 2 dauerhaft von Nutzen zu sein Prentice Mulford Wenn Sie sich nicht selbst zuerst respektieren, haben Sie nichts, was Sie jemandem geben könnten Deshalb ist es zwingend geboten, dass Sie sich zuerst sich selbst zuwenden Bedienen Sie zunächst Ihre eigene Freude Man ist für seine Freude selbst verantwortlich Wenn Sie Ihr eigenes Vergnügen im Auge haben und sich eine Freude machen, dann ist es schön, mit Ihnen zusammen zu sein Und Sie sind ein leuchtendes Beispiel für jedes Kind, für jede Person in Ihrem Leben Wenn Sie von Freude erfüllt sind, brauchen Sie an das Schenken nicht erst zu denken Es ist ein natürliches Überfließen Liza Nichols Ich habe mich auf viele Beziehungen eingelassen, mit der Erwartung, dass mein Partner mich in meiner Schönheit bestätigt, weil ich selbst sie nicht sah Als ich aufwuchs, waren Bionic Woman, Wonder Woman und Charlie's Angels meine Helden bzw. Heldinnen Sie sahen zwar fabelhaft aus, aber sie sahen nicht so aus wie ich Erst als ich mich in Lisa verliebte, in meine mockerbraune Haut, meine vollen Lippen, meine runden Hüften und meine schwarzen Locken Erst als dies passierte, konnte sich auch der Rest der Welt in mich verlieben Sie sollten sich selbst lieben, weil sie sich unmöglich wohlfühlen können, wenn sie dies nicht tun Sofern sie sich schlecht fühlen, wenn sie an sich selbst denken, dann blockieren sie alle Liebe und alles Gute, was das Universum für sie bereithält Falls sie sich mit sich selbst schlecht fühlen, ist das, als saugten sie das Leben aus sich heraus Denn in jedem Bereich ihres Lebens, einschließlich Gesundheit, Wohlstand und Liebe, ist alles Gute auf der Frequenz von Freude und Wohlgefühl Das Gefühl, grenzenlose Energie zu haben und die Begeisterung über Gesundheit und Wohlbefinden sind ebenfalls auf dieser Frequenz ihrer positiven Stimmung Wenn sie mit sich selbst nicht in Einklang sind, befinden sie sich auf einer Wellenlänge, die mehr Menschen, Situationen und Umstände anzieht um ihnen weitere Gelegenheiten zu liefern, die eigene Person nicht zu achten Sie müssen ihre Blickrichtung ändern und anfangen, an all die Eigenschaften zu denken, die an ihnen wundervoll sind Sehen sie auf ihre positiven Aspekte Wenn sie sich darauf besinnen, wird sie das Gesetz der Anziehung auf noch mehr ihrer positiven Eigenschaften hinweisen Sie ziehen das an, woran sie denken Zunächst brauchen sie nichts weiter zu tun, als intensiv an einen ihrer vorteilhaften Charakterzüge zu denken Das Gesetz der Anziehung wird darauf ansprechen, indem es ihnen mehrgleiche Gedanken schicken wird Achten sie auf ihre guten Seiten Suchen sie und sie werden finden Bob Proctor Es gibt etwas ganz Großartiges an ihnen Ich habe mich 44 Jahre lang studiert und manchmal könnte ich mich selbst küssen Sie werden lernen, sich selbst zu lieben Ich spreche jetzt nicht über Einbildung Ich spreche über einen gesunden Respekt vor sich selbst Und wenn sie sich selbst lieben, werden sie automatisch andere lieben Marcy Schimhoff In Beziehungen sind wir es so gewohnt, uns über andere Menschen zu beklagen, zum Beispiel Meine Mitarbeiter sind so faul, mein Mann macht mich ganz verrückt, meine Kinder sind schwierig und so weiter Dabei ist der Blick immer auf die andere Person gerichtet Damit Beziehungen aber wirklich funktionieren, ist es nötig, dass wir uns auf das besinnen, was wir am anderen wertschätzen Und nicht auf das, worüber wir uns beklagen Wenn wir uns über etwas beklagen, bekommen wir nur noch mehr davon Selbst wenn sie es in einer Beziehung wirklich schwer haben, es funktioniert eben nicht, sie kommen nicht voran, jemand stellt sich gegen sie Können sie das Verhältnis immer noch umkehren Nehmen sie ein Stück Papier und schreiben sie in den nächsten 30 Tagen all die Dinge auf, die sie an der anderen Person wertschätzen Denken sie an alle Gründe, warum sie sie lieben Sie schätzen ihren Sinn für Humor und ihre Hilfsbereitschaft Sie werden feststellen, wenn sie sich darauf besinnen, die Stärken des anderen wertzuschätzen und anzuerkennen Dann werden sie mehr positive Eigenschaften an ihm entdeckten Ihre Probleme werden verblassen und schließlich verschwinden Liza Nichols Häufig überlassen wir es anderen, uns Glück zu bringen Und allzu oft gelingt es ihnen nicht so, wie wir es uns gewünscht hätten Warum? Weil nur eine Person für ihre Freude, für ihr Glück zuständig sein kann Und das sind sie selbst Sogar ihre Eltern, ihr Kind, ihr Partner Sie haben es nicht in der Hand, ihr Glück zu erschaffen Sie haben lediglich die Chance, an ihrem Glück teilzuhaben Ihre Freude liegt in ihnen selbst All ihre Freude schwingt auf der Frequenz von Liebe Auf der höchsten und mächtigsten Wellenlänge überhaupt Liebe können sie nicht mit Händen greifen Sie können sie nur im Herzen fühlen Liebe ist ein Seinszustand Sie können sehen, dass Menschen Liebe zum Ausdruck bringen Aber es handelt sich dabei um eine Emotion Und sie sind der Einzige, der das Liebesgefühl ausstrahlen und senden kann Ihre Fähigkeit, diese Emotion zu erzeugen, ist grenzenlos Und wenn sie lieben, sind sie in völliger und tiefster Harmonie mit dem Universum Lieben sie alles, was sie lieben können Lieben sie alle, die sie lieben können Konzentrieren sie sich nur auf das, was sie lieben Fühlen sie Liebe Und sie werden erleben, wie Liebe und Freude zu ihnen zurückkommen Vervielfacht Wenn sie diese Emotion ausstrahlen Wird es ihnen scheinen, als mache das Universum alles für sie Und schicke alles, was Freude birgt Und alle guten Menschen zu ihnen Und wahrlich, so ist es Geheimnis in Kürze Wenn sie eine Beziehung wünschen, achten sie darauf, dass ihr Denken, Sprechen, Handeln und ihre Umgebung ihrem Wunsch nicht widersprechen Sie müssen an sich selbst arbeiten Wenn sie sich nicht selbst zuerst achten, haben sie nichts, was sie anderen geben könnten Behandeln sie sich selbst mit Liebe und Respekt Und sie werden Menschen anziehen, die ihnen Liebe und Respekt zeigen Wenn sie sich angesichts der eigenen Person schlecht fühlen Dann blockieren sie die Liebe und ziehen stattdessen mehr Menschen und Situationen an Die ihnen weitere Gelegenheiten für ein schlechtes Selbstwertgefühl geben Konzentrieren sie sich auf ihre liebenswerten Qualitäten Und das Gesetz der Anziehung wird ihnen den Blick für mehr Gutes an ihnen öffnen Für eine gute Beziehung besinnen sie sich auf die positiven Eigenschaften ihres Partners und nicht auf die schlechten Wenn sie sich auf die Stärken konzentrieren, werden ihnen immer mehr davon auffallen Das Geheimnis über Gesundheit Dr. John Hagelin Quantenphysiker und Experte für Politik und Verwaltungswesen Unser Körper ist wirklich das Produkt unserer Gedanken In der medizinischen Wissenschaft sind wir erst am Anfang zu verstehen In welchem gerade die Art der Gedanken und Emotionen Tatsächlich die physische Substanz, Struktur und Funktion unseres Körpers bestimmt Dr. John DiMartini Aus der Heilkunde kennen wir den Begriff Placeboeffekt Ein Placeboeffekt ist etwas, was vermeintlich keine Wirkung auf den Körper hat Zum Beispiel eine Zuckerpille Sie teilen den Patienten, der nicht weiß, dass es sich um ein Placebo handelt mit, dass dieses Medikament wirkungsvoll sei Und es zeigt sich, dass das Placebo manchmal den gleichen, wenn nicht sogar einen größeren Effekt hat als die Arznei, die diese Wirkung auf herkömmlichen Weg erzielen soll Man hat herausgefunden, dass der menschliche Geist der wichtigste Faktor in der Heilkunde ist Manchmal noch wichtiger als die Medikation Je mehr Sie sich der umfassenden Bedeutung des Geheimnisses bewusst werden desto deutlicher tritt die Wahrheit hervor, die bestimmten Phänomenen zugrunde liegt Solchen Phänomenen begegnet die Menschheit regelmäßig Auch im Gesundheitsbereich zeigen sie sich Der Placeboeffekt ist ein eindrucksvolles Phänomen Wenn Patienten denken und wirklich glauben, die Tablette sei ein Heilmittel dann werden sie empfangen nach ihrem Glauben und sie werden geheilt Dr. John Demartini Wenn eine Erkrankung eine alternative Behandlung erlaubt können wir versuchen herauszufinden, wie unser Denken diesen Zustand hervorgerufen hat anstatt Medizin einzunehmen Das ist natürlich in einer lebensbedrohend Ernstensituation nicht möglich Dann ist die Medizin offenkundig der klügere Weg Dabei kann der Kranke immer noch nach den Ursachen in seinem Geist forschen Das Heilen durch den Geist kann die medizinische Behandlung harmonisch ergänzen Beim Menschen kann die Medizin lindernd oder schmerzstillend eingreifen was dem Patienten ermöglicht, sich intensiver auf seine Gesundheit zu konzentrieren Perfekte Gesundheit denken ist etwas, was jeder für sich tun kann ganz gleich, was um ihn herum geschieht Liza Nichols Das Universum ist der Inbegriff von Fülle Wenn sie sich öffnen, um den Überfluss des Universums zu fühlen, werden sie das Wunder erleben Freude, Glück und all die großen Überraschungen, die das Universum für sie bereithält Gesundheit, Wohlstand, Herzensgüte Wenn sie sich jedoch mit negativen Gedanken verschließen, werden sie Unbehagen empfinden Sie werden Unannehmlichkeiten und Schmerzen fühlen und jeder Tag wird ihnen zu einer neuen Qual werden Dr. Ben Johnson Arzt, Autor und führende Kapazität auf dem Gebiet der Selbstheilung Es gibt tausend verschiedene Diagnosen und Krankheiten Sie sind nur das schwächste Glied Sie alle sind Resultate einer Ursache Die Folge von Stress Wenn sie genug Spannung auf eine Kette legen und einen Organismus mit genug Anspannung belasten wird eines der Glieder brechen Aller Stress beginnt mit einem negativen Gedanken, der unkontrolliert hinausging Das führte zu Grübeleien, bis sich Stress entwickelte Das ist das Resultat Die Ursache aber war die negative Geisteshaltung Es begann mit einem kleinen negativen Gedanken Ganz gleich, was sich bei ihnen manifestiert haben mag Sie können es umwandeln mit einem kleinen positiven Gedanken und dann einem weiteren Dr. John Demartini Unser Körper entwickelt eine Krankheit um uns Rückmeldung darüber zu geben dass unsere Lebenseinstellung unausgewogen ist oder dass wir nicht liebevoll und dankbar sind Die Zeichen und Symptome des Körpers sind nichts Schreckliches Dr. Demartini zufolge werden also Liebe und Dankbarkeit alle Negativität in unserem Leben auflösen ganz gleich, welche Gestalt sie angenommen hat Liebe und Dankbarkeit können mehrere teilen Berge versetzen und Wunder wirken und Liebe und Dankbarkeit können jede Krankheit verschwinden lassen Michael Bernard Beckwith Häufig wird die Frage gestellt Wenn der Tempel des Körpers krank geworden ist oder ein Mensch irgendwelche Beschwerden in seinem Leben hat Kann dies durch die Macht des rechten Denkens umgekehrt werden? Die Antwort ist ein uneingeschränktes Ja Lachen ist die beste Medizin Kathy Goodman Eine persönliche Geschichte Man hatte bei mir Brustkrebs diagnostiziert Im Herzen glaubte ich fest und mit starkem Vertrauen, dass ich bereits geheilt war Jeden Tag sagte ich Danke für meine Heilung Und das praktizierte ich weiter und immer wieder Danke für meine Heilung Ich glaubte im Herzen, dass ich geheilt war Ich sah mich selbst so, als ob es in meinem Körper niemals Krebs gegeben hätte Ein Beitrag zu meiner Selbstheilung war, dass ich mir sehr lustige Filme ansah Und wir haben dabei nur gelacht Einfach gelacht und gelacht Wir konnten es uns nicht leisten mein Leben noch mit irgendwelchem Stress zu belasten Weil wir wussten, dass dies zum Schlimmsten gehört, was ich zu mir hätte antun können Während ich versuchte, mich selbst zu heilen Von der Diagnosestellung bis zu meiner Heilung waren es etwa drei Monate Und das geschah irgendeine Bestrahlung oder Chemotherapie Diese erfreuliche und inspirierende Geschichte von Kathy Goodman zeigt, dass drei starke Kräfte wirken Die Macht der Dankbarkeit zum Heilen Die Macht des Glaubens zum Empfangen Und die Macht des Lachens und der Freude, um die Krankheit in unserem Körper aufzulösen Die Anregung, das Lachen in ihrem Behandlungsplan aufzunehmen fand Kathy in der Geschichte von Norman Cousins Bei Norman war eine unheilbare Krankheit diagnostiziert worden Die Ärzte teilten ihm mit, dass er nur noch wenige Monate zu leben habe Norman beschloss, sich selbst zu heilen Drei Monate lang unternahm er nichts anderes, als lustige Filme anzuschauen und zu lachen, zu lachen und zu lachen Innerhalb jener drei Monate verließ die Krankheit seinen Körper Die Ärzte bezeichneten seine Genesung als ein Wunder Durch das Lachen vertrieb Norman alle Negativität aus seinem Leben und er vertrieb sogar die Krankheit Humor ist wirklich die beste Medizin Dr. John, Dr. Ben Johnson Wir alle kommen mit einem fest installierten Basisprogramm auf die Welt Es heißt Selbstheilung Wenn sie sich verletzen, wächst die Wunde wieder zusammen Wenn sie sich eine bakterielle Infektion zuziehen, kommt das Immunsystem zum Zuge Kümmert sich um die Krankheitserreger und alles heilt aus Das Immunsystem ist auf Selbstheilung programmiert Bob Proctor In einem emotionell gesunden Körper gibt es keine Krankheit Der Körper stößt jede Sekunde Millionen von Zellen ab und er schafft in der gleichen Zeit auch Millionen neuer Zellen Dr. John Hagelin Manche Teile unseres Körpers werden tatsächlich jeden Tag ersetzt Andere Teile brauchen einige Monate, wieder andere mehrere Jahre zur Erneuerung Aber innerhalb von wenigen Jahren haben wir alle einen nagelneuen Körper Wenn binnen weniger Jahre alle Teile unseres Körpers ersetzt werden, wie die Wissenschaft bewiesen hat Wie kann es dann sein, dass sich Degeneration oder Krankheit lange Jahre in unserem Körper halten? Sie können dort nur durch unser Denken bleiben, durch unsere Beobachtung der Krankheit und die Aufmerksamkeit, die wir ihr schenken Denken Sie Vollkommenheit Denken Sie Vollkommenheit In einem Körper mit harmonischen Gedanken kann Krankheit nicht existieren Bedenken Sie, dass die Welt grundsätzlich perfekt ist Indem Sie sich auf diese Vollkommenheit besinnen, ziehen Sie diese an Unvollkommene Gedanken sind die Ursache für alles Leid der Menschen Einschließlich Krankheiten, Armut und Unglück Wenn wir negativ denken, trennen wir uns selbst von unserem rechtmäßigen Erbe Nehmen Sie sich vor und erklären Sie Ich denke vollkommene Gedanken Ich sehe nur Vollkommenheit Ich bin Vollkommenheit Ich habe jede kleinste Unbeweglichkeit und jeden Mangel an Agilität geradewegs aus meinem Körper verbannt Ich konzentrierte mich darauf, meinen Körper so flexibel und so vollkommen wie den eines Kindes zu sehen Und alle Steifigkeit und Schmerzen verschwanden aus meinen Gelenken Dies habe ich buchstäblich über Nacht geschafft Sie können sehen, dass Glaubenssätze über das Altern allein in unserer Geisteshaltung verankert sind Die Wissenschaft sagt, dass wir innerhalb recht kurzer Zeit einen komplett erneuerten Körper haben Altern ist begrenztes Denken Deshalb entlassen Sie solche Gedanken aus Ihrem Bewusstsein Wissen Sie, dass Ihr Körper nur Monate alt ist, ganz gleich wie viele Geburtstage Sie sich bereits ankreiden Tun Sie sich zu Ihrem nächsten Geburtstag einen Gefallen und feiern Sie ihn als Ihren Ersten Zieren Sie Ihren Kuchen nicht mit 60 Kerzen, wenn Sie nicht das Altern heraufbeschwören wollen Die westliche Gesellschaft ist inzwischen leider schon fixiert auf das Alter In Wirklichkeit gibt es so etwas nicht Sie können sich zu einem Zustand vollkommener Gesundheit denken Zu einem perfekten Körper Zu Ihrem Optimalgewicht und zu ewiger Jugend Durch Ihren anhaltenden Glauben an Vollkommenheit können Sie diesen Dingen ins Dasein rufen Bob Proctor Wenn Sie nicht gesund sind, Ihre Aufmerksamkeit darauf konzentrieren und mit anderen Menschen ununterbrochen über Ihre Krankheit sprechen Werden Sie noch mehr kranke Zellen erschaffen Stellen Sie sich vor, wie Sie in einem vollkommen gesunden Körper leben Überlassen Sie dem Arzt, sich mit der Krankheit zu beschäftigen Häufig ist zu beobachten, dass Menschen, wenn sie eine Krankheit haben, viel Zeit damit verbringen, darüber zu reden Da Sie die ganze Zeit über Ihr Gebrechen grübeln, sprechen Sie lediglich Ihre Gedanken aus Falls Sie sich ein wenig unwohl fühlen, dann reden Sie nicht darüber, es sei denn, Sie wollen mehr davon haben Erinnern Sie sich, dass Ihre Geisteshaltung dafür verantwortlich war und wiederholen Sie, so oft Sie können Ich fühle mich wunderbar Ich fühle mich so wohl Und fühlen Sie das wirklich? Wenn Sie sich nicht ganz auf der Höhe fühlen und jemand Sie fragt, wie es Ihnen gehe Dann seien Sie einfach dankbar dafür, dass Sie daran erinnert wurden, an Ihr Wohlbefinden zu denken Sprechen Sie nur aus, was Ihren Wünschen und Zielen dienlich ist Sie können sich nichts einfangen, wenn Sie nicht glauben, dass dies möglich ist Falls Sie allerdings denken, dass Sie etwas aufschnappen können, senden Sie mit Ihren Gedanken eine Einladung aus Auch wenn Sie Menschen zuhören, die über Ihre Krankheit reden, laden Sie Krankheit ein Beim Zuhören sind Sie mit Ihren Gedanken und Ihrer ganzen Aufmerksamkeit bei der Krankheit Und wenn Sie Ihre Gedanken und Ihre Aufmerksamkeit auf etwas richten, dann bitten Sie darum Dem anderen Menschen, dem Sie zuhören, helfen Sie damit gewiss nicht Sie geben seiner Krankheit von Ihrer Energie Falls Sie dem Kranken wirklich helfen wollen, dann wechseln Sie das Thema, wenn Sie können Und wenden Sie sich guten Dingen zu oder gehen Sie Ihrer Wege Wenn Sie sich entfernen, konzentrieren Sie sich auf starke Gedanken und Gefühle, um den anderen Menschen wohl aufzusehen Und dann lassen Sie es los Liza Nichols Bob Doyle Wenn sich Menschen lediglich mit ihren Symptomen und dem Kranksein beschäftigen, wird es nur noch schlimmer Es kann keine Heilung eintreten, bevor Sie Ihre Aufmerksamkeit von der Krankheit aufs Gesundsein umschalten Dies ist das Gesetz der Anziehung Wir wollen uns so oft wie möglich daran erinnern, dass jeder unangenehme Gedanke etwas Schlechtes ist, was wir unserem Körper antun Prentice Mulford Dr. John Hagelin Glücklichere Gedanken führen zu einer glücklicheren Biochemie Zu einem glücklicheren, gesünderen Körper Negative Gedanken und Stress hingegen bedeuten erwiesenermaßen eine ernste Schädigung für den Körper und das Funktionieren des Gehirns Denn es sind unsere Gedanken und Emotionen, die unseren Körper ständig neu zusammensetzen, ordnen und erschaffen Ganz gleich, was sich in Ihrem Körper manifestiert hat, Sie können es innerlich und äußerlich verändern Denken Sie ab jetzt nur noch an Erfreuliches und beginnen Sie glücklich zu sein Das ist ein Gefühlszustand Sie haben bereits den Finger auf dem glücklich fühlen Knopf Drücken Sie ihn jetzt und halten Sie Ihren Finger fest darauf gedrückt Was auch immer um Sie herum geschieht Dr. Ben Johnson Befreien Sie den Körper von physiologischem Stress und er wird tun, wozu er es schaffen wurde Er heilt sich selbst Sie müssen nicht kämpfen, um eine Krankheit loszuwerden Das einfache Loslassen negativer Gedanken wird bewirken, dass Ihre natürliche Gesundheit wieder hervortritt Ihr Körper wird sich selbst heilen Michael Burnett Beckwith Ich habe gesehen, wie sich Nieren regenerierten Ich habe gesehen, wie Krebs sich auflöste Ich habe gesehen, wie das Sehvermögen sich besserte und zurückkehrte Ich hatte schon seit etwa drei Jahren eine Lesebrille getragen, als ich das Geheimnis entdeckte Eines Nachts, als ich damit beschäftigt war, das Geheimnis durch die Jahrhunderte zurückzuverfolgen Griff ich wieder nach meiner Brille, um die Schrift besser sehen zu können Ich hielt inne Wie ein Blitzschlag traf mich die Erkenntnis, was ich gerade machte Ich hatte auf das Allgemeinwissen gehört, dass das Sehvermögen mit dem Alter nachlasse Ich hatte beobachtet, wie andere Menschen ihre Lektüre immer weiter von sich streckten, um die Buchstaben zu erkennen Ich hatte darüber nachgedacht, dass das Sehvermögen mit dem Alter nachlässt Und ich hatte mir diese Erfahrung zu eigen gemacht Das war weder bewusst, noch mit Absicht geschehen Aber ich hatte es getan Nun wusste ich, was sich mit meinen Gedanken ins Dasein gebracht hat, das konnte ich verändern Also stellte ich mir augenblicklich vor, so klar zu sehen, wie mit 21 Ich sah mich in dunklen Restaurants, in Flugzeugen, vor meinem Computer und wie ich klar und mühelos las Ich wiederholte immer wieder Ich kann klar sehen Ich kann klar und deutlich sehen Ich empfand die Gefühle von Dankbarkeit und Erregung über ein klares Sehvermögen zu verfügen Binnen drei Tagen war mein Augenlicht wieder hergestellt Und heute besitze ich keine Lesebrille mehr Ich kann klar sehen Als ich Dr. Ben Johnson, einem der Lehrer aus The Secret, erzählte, was ich getan hatte, sagte er zu mir Ist Ihnen denn bewusst, was in Ihren Augen stattfinden musste, damit Sie das innerhalb von drei Tagen schafften? Ich antwortete Nein, Gott sei Dank habe ich das nicht gewusst So dass der Gedanke mir nicht im Weg war Ich wusste einfach, dass es funktionieren würde Und ich es schnell umsetzen konnte Manchmal ist es besser, weniger zu wissen Dr. Johnson vertrieb eine unheilbare Krankheit aus seinem eigenen Körper Und im Vergleich zu seiner Wundergeschichte erschien mir die Wiederherstellung meines Sehvermögens wie nichts Ich hatte sogar erwartet, dass es über Nacht wiederhergestellt sein würde Deshalb waren mir die drei Tage nicht als ein Wunder erschienen Erinnern Sie sich, Zeit und Größe existieren im Universum nicht Es ist so einfach, einen Pickel zu heilen wie eine schwere Krankheit Der Vorgang ist identisch Der Unterschied ist in unserem Kopf Wenn Sie sich also irgendein Leiden zugezogen haben Dann reduzieren Sie es in Ihrem Denken auf die Größe eines Pickels Lassen Sie alle Negativen gedankenlos und konzentrieren Sie sich dann auf vollkommene Gesundheit Nichts ist unheilbar Dr. John Demartini Ich pflege immer festzustellen, dass unheilbar heilbar von innen bedeutet Ich glaube und weiß, dass nichts unheilbar ist Irgendwann ist jede sogenannte unheilbare Krankheit schon geheilt worden In meinem Denken und in der Welt, die ich erschaffe, existiert der Begriff unheilbar nicht In dieser Welt ist auch für Sie reichlich Platz Also kommen Sie und schließen Sie sich mir und allen anderen Gleichgesinnten an In unserer Welt sind Wunder alltägliche Ereignisse Es ist eine Welt, die Fülle im Überfluss besitzt Und in der alle guten Dinge jetzt in Ihnen existieren Das klingt nach Himmel, nicht wahr? So ist es Michael Bernard Beckwith Sie können Ihr Leben verändern und Sie können sich selbst heilen Maurice Goodman Autor und internationaler Redner Meine Geschichte beginnt am 10. März 1981 Jener Tag hat mein ganzes Leben völlig verändert Ich werde diesen Tag nie vergessen Ich stürzte mit dem Flugzeug ab Man brachte mich ins Krankenhaus, ich war völlig gelähmt Mein Rückenmark war zerquetscht Ich hatte den ersten und zweiten Halswirbel gebrochen Mein Schluckreflex war zerstört Ich konnte weder essen noch trinken Mein Zwerchfell war zerrissen Ich konnte nicht atmen Ich konnte nur noch mit den Augen zwinkern Die Ärzte sagten natürlich, dass ich den Rest meines Lebens vor mich hinvegetieren würde Alles, was mir noch bliebe, sei, mit den Augen zu zwinkern Das ist das Bild, das sie von mir hatten Aber es spielte keine Rolle, was sie dachten Die Hauptsache war, was ich dachte Ich stellte mir vor, wieder ein normaler Mensch zu sein, der das Krankenhaus zu Fuß verließ Das Einzige, womit ich im Krankenhaus arbeiten konnte, war mein Geist Und solange sie diesen beisammen haben, können sie alles wieder hinbekommen Ich hing an einer Beatmungsmaschine und hatte erfahren, dass ich nie wieder aus eigener Kraft atmen könne Wenn mein Zwerchfell kaputt sei Aber eine kleine Stimme sagte beharrlich zu mir Atme tief Atme tief Schließlich wurde ich der Maschinenatmung entwöhnt Eine Erklärung konnte sie dafür nicht finden Ich wiederum konnte es mir nicht leisten, mir irgendetwas in den Sinn kommen zu lassen, was mich von meinem Ziel oder meiner Vision ablenken würde Ich hatte mir vorgenommen, das Krankenhaus an Weihnachten zu verlassen Und das gelang mir Auf meinen beiden eigenen Füßen spazierte ich aus dem Hospital Sie sagten, das sei nicht möglich Ich werde jenen Tag nie vergessen Für Menschen, die jetzt gerade irgendwo da draußen sitzen und Schmerzen haben, kann ich meine Geschichte in neuen Worten zusammenfassen, um ihnen mitzuteilen, wie sie ihr Leben ändern können Die Entwicklung ihres Körpers richtet sich nach ihren Gedanken Morris Goodman wurde als der Wunderman bekannt Seine Geschichte wurde für The Secret ausgewählt, weil sie die unergründliche Macht und das grenzenlose Potential des menschlichen Geistes demonstriert Morris kannte die Macht in seinem Inneren, um das herbeizuführen, woran zu denken er sich entschlossen hatte Alles ist möglich Morris Goodmans Geschichte hat tausende von Menschen inspiriert, ihren Weg zurück zur Gesundheit zu denken, zu visualisieren und zu fühlen Er veranwandelte die größte Herausforderung seines Lebens in das größte Geschenk Seit The Secret vertrieben wird, werden wir überschwemmt mit Wundergeschichten aller Arten von Krankheiten, die aus dem Körper von Menschen verschwanden, nachdem diese den Film gesehen hatten Alles ist möglich, wenn sie glauben Das Thema Gesundheit möchte ich gern abschließen mit diesen erhellenden Worten von Dr. Ben Johnson Wir ziehen jetzt ein in das Zeitalter der Energiemedizin Alles im Universum hat eine Frequenz und sie brauchen nichts anderes zu tun, als eine Frequenz zu ändern oder eine gegensätzliche Wellenlänge zu erzeugen So einfach ist alles in der Welt zu verändern, seien es Krankheit oder emotionelle Angelegenheiten oder was auch immer Das ist gewaltig Das ist das Größte, was uns je begegnet ist Geheimnis in Kürze Der Placebo-Effekt ist ein Beispiel für das Gesetz der Anziehung in Aktion Wenn ein Patient wirklich glaubt, dass die Tablette ein Heilmittel sei, dann empfängt er nach seinem Glauben und wird geheilt Auf vollkommene Gesundheit konzentrieren können wir uns alle in unserem Inneren, ganz gleich, was gerade äußerlich geschieht Lachen zieht Freude an, lässt Negativität los und führt zu wundergleichen Heilungen Krankheit wird durch das Denken im Körper gehalten, durch unsere Beobachtung der Krankheit und durch die Aufmerksamkeit, die wir ihr schenken Wenn sie sich ein wenig unwohl fühlen, dann reden sie nicht darüber, es sei denn, sie wollen mehr davon haben Indem sie Menschen zuhören, die über ihre Krankheit sprechen, geben sie deren Krankheit von ihrer Energie Wechseln sie stattdessen das Thema Wenden sie sich guten Dingen zu Und konzentrieren sie sich intensiv darauf, jene Menschen wohl aufzusehen Glaubenssätze über das Altern sind allgemein in unserem Denken verankert Deshalb entlassen sie solche Gedanken aus ihrem Bewusstsein Besinnen sie sich auf Gesundheit und ewige Jugend Geben sie nichts auf das Allgemeinwissen über Krankheiten und Altern Negative Botschaften sind ihnen nicht dienlich Das Geheimnis über die Welt Liza Nichols Die Menschen neigen dazu, etwas Schönes zu betrachten und auszusprechen Ja, das gefällt mir, das will ich Doch sie kommen auch mit Gegenständen in Berührung, die sie ablehnen und verwenden ebenso viel Energie Wenn nicht noch mehr auf Gedanken, wie sie diese Ausmerzen eliminieren und zerstören können In unserer Gesellschaft haben wir uns damit abgefunden, gegen Dinge zu kämpfen Wir kämpfen gegen Krebs, wir kämpfen gegen Armut, wir kämpfen gegen den Krieg Wir kämpfen gegen Drogen, wir kämpfen gegen Tourismus, wir kämpfen gegen Gewalt Wir neigen dazu, gegen alles zu kämpfen, das wir ablehnen Das führt in Wirklichkeit zu noch mehr Kämpfen Hale Dwarfskin Lehrer und Autor der Sedona Methode Alles, worauf wir uns konzentrieren, erschaffen wir Wenn wir also wirklich verärgert sind, zum Beispiel über Krieg, Streit oder menschliches Leid Dann geben wir unsere Energie noch dazu Wir verausgaben uns selbst und das erzeugt nur Widerstand Wogegen du deinen Widerstand richtest, dem schaffst du Bestand C. G. Jung 1875 bis 1961 Bob Doyle Das, wogegen sie ihren Widerstand richten, besteht weiter, weil sie mit ihrer Gegenwehr ausdrücken Nein, ich bin dagegen, weil es meine Gefühle negativ beeinflusst Jetzt gerade fühle ich mich deswegen schlecht Sie provozieren also eine wirkliche Emotion Eine starke Emotion Ich will diese Gefühle wirklich nicht Und schon preschen diese auf sie zu Widerstand gegen etwas ist wie der Versuch, die äußeren Bilder zu verändern, nachdem sie bereits ausgesendet worden sind Es ist ein vergebliches Unterfangen Sie müssen nach innen gehen und mit ihren Gedanken und Gefühlen ein neues Signal aussenden, um neue Bilder zu erschaffen Indem sie Widerstand gegen die Realität leisten, verschwenden sie zusätzliche Energie und mehr Macht in jene Bilder, die sie nicht mögen Damit rufen sie weitere hervor, in immer rascherer Folge Das Ereignis oder die Umstände, gegen die sie sich wehren, können damit nur größer werden Dies bestimmt das Gesetz des Universums Jack Canfield Die Antikriegsbewegung erzeugt mehr Kriege Die Antidrogenkampagne hat in Wirklichkeit zu mehr Drogen geführt, weil wir uns da auf das konzentrieren, was wir nicht wollen Auf Drogen Liza Nichols Die Menschen glauben, wenn wir etwas wirklich eliminieren wollen, müssten wir uns darauf konzentrieren Wie sinnvoll ist es, dem jeweiligen Problem alle Energie zu geben, statt uns auf Vertrauen, Liebe, Leben in Fülle, Bildung oder Frieden zu konzentrieren Jack Canfield Mutter Teresa war brillant Sie sagte Ich werde niemals eine Antikriegsveranstaltung besuchen Wenn ihr eine Friedensveranstaltung habt, ladet mich ein Sie wusste es Sie verstand das Geheimnis Sehen Sie nur, was sie in die Welt gebracht hat Hail Dwarfskin Statt gegen Krieg, seien Sie lieber für Frieden Wenn Sie gegen Hunger sind, dann seien Sie dafür, dass Menschen mehr als genug zu essen haben Wenn Sie gegen einen bestimmten Politiker sind, dann unterstützen Sie seinen Gegenspieler Oft gehen Wahlen zugunsten des Kandidaten aus, der von den Wählern in Wirklichkeit abgelehnt wird, weil er die meiste Energie und Aufmerksamkeit erhält Alles in dieser Welt begann mit einem Gedanken Auch das, wogegen Menschen kämpfen Was größer ist, wuchs, weil mehr Menschen ihre Gedanken darauf richteten, nachdem es aufgetaucht ist Könnte es nicht existieren Es würde sich auflösen und verschwinden Erinnern Sie sich Und dies ist eine der am schwierigsten zu begreifenden, aber auch wundervollsten Aussagen Dass Sie keinen anderen Patienten haben als sich selbst Egal, was die Schwierigkeit ist Egal, wo sie besteht Egal, wen es betrifft Sie brauchen nichts weiter zu tun, als sich selbst von der Wahrheit dessen zu überzeugen, was Sie verwirklicht zu sehen wünschen Charles Hanale Jack Canfield Es ist in Ordnung, wahrzunehmen, was Sie ablehnen Weil es Ihnen einen Kontrast zu Ihren Wünschen bietet Tatsache ist jedoch Je mehr Sie über das sprechen, was Sie nicht wollen Oder darüber reden, wie schlecht es ist Oder viel darüber lesen und dann wiederholen, wie schrecklich es ist Desto mehr erschaffen Sie davon Sie können der Welt nicht helfen, indem Sie sich auf die schlechten Ereignisse konzentrieren Sie können, wenn Sie sich auf das Negative in der Welt fokussieren Tragen Sie nicht nur zu dessen Erhalt bei Sondern Sie bringen gleichzeitig auch mehr davon in Ihr eigenes Leben Sind die Bilder von etwas, was Ihnen nicht gefällt, erst erschienen So ist dies ein Zeichen für Sie, Ihr Denken zu ändern und ein neues Signal auszusenden Auch wenn es sich um eine globale Situation handelt Sind Sie nicht machtlos Sie haben alle Macht Konzentrieren Sie sich darauf, dass alle glücklich sind Lenken Sie Ihre Gedanken auf Lebensmittel in Fülle Richten Sie Ihren Sinn intensiv auf Ihre Wünsche Sie haben die Fähigkeit, der Welt viel zu geben, indem Sie Gefühle der Liebe und des Wohlbefindens aussehen Ganz gleich, was in Ihrem Umfeld geschieht James Ray So viele Leute sagen mir, aber James, ich muss doch informiert bleiben Vielleicht müssen Sie informiert sein, aber Sie müssen sich nicht von Informationen überfluten lassen Als ich das Geheimnis entdeckte, traf ich die Entscheidung, keine Nachrichten mehr anzusehen oder Zeitungen zu lesen, weil beides nicht zu meinem Wohlbefinden beitrug Ich werfe den Nachrichtensendungen und den Zeitungen keinesfalls vor, dass sie schlechte Neuigkeiten verbreiten Als globale Gemeinschaft sind wir dafür verantwortlich Wenn ein großes Drama die Schlagzeilen beherrscht, kaufen wir mehr Zeitungen Die Nachfrage nach Lieferung aktueller Meldungen steigt sprunghaft an, wenn ein nationales oder gar internationales Unglück bekannt wird Die Zeitungen und Nachrichtensendern liefern uns mehr schlechte Neuigkeiten, weil wir als Gesellschaft sagen, dass wir sie wollen Die Medien sind die Auswirkung, die Ursache sind wir selbst Hier wirkt lediglich das Gesetz der Anziehung Die Nachrichtensendungen und Zeitungen werden den Inhalt ihrer Lieferung ändern, wenn wir ein neues Signal aussenden und uns auf das besinnen, was wir wirklich wollen Michael Bernard Beckwith Lernen Sie innezuhalten und Ihre Aufmerksamkeit abzuziehen von dem, was Sie nicht wollen und von der ganzen emotionalen Spannung, die damit verbunden ist Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das, was Sie zu erleben wünschen Energie fließt, wohin die Aufmerksamkeit gerichtet ist Denke wahrhaft und deine Gedanken sollen den Hunger der Welt stillen Horatio Bonar Sehen Sie allmählich die gewaltige Macht, die Sie aufgrund Ihrer bloßen Existenz besitzen? Wenn Sie sich auf Gutes besinnen, fühlen Sie sich wohl und bringen mehr Gutes in die Welt Gleichzeitig bringen Sie mehr Gutes in Ihr eigenes Leben Wenn Sie sich wohlfügen, tragen Sie positiv zu Ihrem eigenen Leben und zur Welt bei Im Gesetz wirkt Perfektion Dr. John Demartini Wenn die Stimme und die Vision im Inneren tiefgreifender, klarer und lauter werden als die Meinungen in Ihrem äußeren Umfeld, dann haben Sie Ihr Leben gemeistert Liza Nichols Es ist nicht Ihre Aufgabe, die Welt zu verändern oder die Menschen in Ihrem Umfeld Ihre Aufgabe ist, mit dem Strom im Inneren des Universums zu gehen und dies innerhalb der realen Welt zu feiern Sie sind der Herr Ihres Lebens und das Universum spricht auf jeden Ihrer Befehle an Lassen Sie sich nicht von Geschehnissen lähmen, die Sie nicht hervorrufen wollten Übernehmen Sie die Verantwortung für Sie Nehmen Sie sie leicht, wenn Sie können und lassen Sie sie gehen Dann aber denken Sie intensiv an Ihre Wünsche Fühlen Sie sie und seien Sie dankbar, dass Sie Wirklichkeit werden Im Universum herrscht Überfluss Dr. Joe Vitale Eine Frage wird immer wieder gestellt Wenn jeder das Geheimnis kennt und anwendet und wenn alle das Universum wie einen Katalog benutzen, geht uns dann nicht irgendwann das Material aus? Würden nicht alle einfach losrennen und die Bank in die Pleite treiben? Michael Bernard Beckwith Wenn ich vom Geheimnis lehre, gefällt mir besonders, dass es genug bereit hält, um die Wünsche eines jeden zu erfüllen Das Denken der Menschen ist von einer Lüge infiziert, wie von einem Virus Es gibt nicht genug Gutes für alle Es herrscht Mangel und Begrenzung und es gibt einfach nicht genug Diese Lüge lässt die Menschen in Angst, Gier und Geiz leben Und die Gedanken von Angst, Gier, Geiz und Mangel werden zu ihren Erlebnissen Und der Mensch geht auf einen Horrortrip In Wahrheit gibt es mehr als genug Gutes für alle Es gibt mehr als genug schöpferische Ideen Es gibt mehr als genug Macht Es gibt mehr als genug Liebe Es gibt mehr als genug Freude Dies alles wird kommen, sobald der Geist des Menschen sich seiner unendlichen Natur bewusst wird Zu denken, dass es nicht genug gäbe, heißt den Blick auf die äußeren Bilder zu heften Und zu meinen, dass alles auf dem äußeren Komma Durch dieses Verhalten werden sie gewiss Mangel und Einschränkung heraufbeschwören Nun aber wissen sie, dass nichts von außen ins Dasein kommt Und dass alles im inneren Denken und Fühlen seinen Ursprung hat Ihr Geist ist die schöpferische Macht ihres Umfeldes Wie kann es da nur Mangel geben? Das ist unmöglich Ihre Fähigkeit zu denken kennt keine Grenzen Und so sind auch ihre Lebensumstände durch ihren Geist unbegrenzt wandelbar Dies gilt für jeden Wenn sie das wirklich wissen Denken sie aus einem Geist, der sich seiner grenzenlosen Natur bewusst ist James Ray Jeder große Lehrer, der je über diesen Planeten wandelte Wiederholt ihnen, dass das Leben als Dasein im Überfluss gemeint ist Der Kern dieses Gesetzes ist, dass sie Überfluss denken, Überfluss sehen, Überfluss fühlen, Überfluss glauben müssen Lassen sie keinen Gedanken der Begrenzung in ihrem Sinn kommen Robert Collier John Assaraf Und so finden wir, gerade wenn wir meinen, Ressourcensein im Schwinden begriffen Neue Quellen, die das Gleiche erreichen können Die wahre Geschichte von einem Ölbohr-Team in Belize Ist ein inspirierendes Beispiel für die Macht des menschlichen Geistes, Ressourcen zu erschließen Die Direktoren der Belize Natural Energy Limited wurden von dem hervorragenden Dr. Tony Quinn ausgebildet Der sich auf das Training in humanistischer Psychologie spezialisiert hat Dank Dr. Quinns Gedankenkrafttraining waren die Direktoren zuversichtlich, ihr mentales Bild von Belize als einem erfolgreichen ölproduzierenden Land zu verwirklichen Mutig gingen sie daran, in Spanish Lookout nach Öl zu bohren Und innerhalb eines kurzen Jahres wurden ihr Traum und ihre Vision Realität Die Belize Natural Energy Limited entdeckte Öl höchster Qualität, das reichlich sprudelte, wo 50 andere Firmen nichts gefunden hatten Belize wurde zu einem ölproduzierenden Land, weil ein Team außergewöhnlicher Menschen an die unbegrenzte Macht des Denkens glaubte Nichts ist begrenzt, weder die Ressourcen noch sonst etwas Begrenzung ist nur im Bedenken des Menschen Wenn wir unseren Geist der unbegrenzten schöpferischen Macht öffnen Werden wir Überfluss hervorrufen und eine ganz neue Welt sehen und erleben Dr. John Demartini Wir sagen zwar, wir litten Mangel Doch das liegt daran, dass wir nicht die Augen öffnen, um zu sehen, was alles um uns ist Dr. Joey Vitale Auch wenn die Menschen anfangen, aus ihrem Herzen zu leben und ihre Träume umzusetzen Begeistern sie sich doch nicht für die gleichen Dinge Das ist das Schöne daran Wir wünschen uns nicht alle einen BMW Wir suchen nicht alle den gleichen Partner Wir wollen nicht alle das Gleiche erleben Wir mögen nicht alle die gleiche Kleidung Wir wollen nicht alle Ergänzen sie selbst Sie sind hier auf diesem herrlichen Planeten beschenkt mit dieser großartigen Begabung ihr Leben zu erschaffen Was sie für sich erschaffen können, ist unbegrenzt, weil ihre Fähigkeit zu denken unbegrenzt ist Aber sie können nicht das Leben für andere Menschen gestalten Sie können nicht für sie denken Wenn sie versuchen, anderen ihre Meinung aufzuzwingen, werden sie nur die gleichen Kräfte auf sich ziehen Also lassen sie die anderen ihr Leben nach deren Vorstellungen selbst erschaffen Michael Bernard Beckwith Es gibt genug für jeden Wenn sie es glauben Wenn sie es sehen können Wenn sie danach handeln Wird es sich für sie zeigen Das ist die Wahrheit Wenn sie irgendeinen Mangel leiden Wenn sie Opfer von Armut oder Krankheit sind So ist dies, weil sie nicht an ihre eigene Macht glauben oder sie nicht verstehen Es geht keineswegs darum, was das Universelle ihnen gibt Es bietet jedem alles Völlig uneingenommen Unvoreingenommen Robert Collier Durch das Gesetz der Anziehung bietet das Universum allen Menschen alles Sie können selbst wählen, was sie erleben wollen Möchten sie, dass es genug gibt für sie und für jedermann? Dann wählen und wissen sie Es herrscht Überfluss in allen Dingen Das Angebot ist grenzenlos Es gibt so viel Herrlichkeit Jeder von uns besitzt die Fähigkeit Durch sein Denken und Fühlen dieses grenzenlose Angebot zu erschließen Und es in sein Leben zu holen Also entscheiden sie für sich Weil sie das nur selbst können Liza Nichols Alle ihre Wünsche, Freude, Liebe und aller Wohlstand Alles Glück ist da und bereit, damit sie es ergreifen Sie müssen Hunger darauf bekommen Sie müssen es intensiv wollen Und wenn sie für ihre Träume zielstrebig entbrannt sind, wird das Universum alles verwirklichen Erkennen sie all das Schöne und Wunderbare in ihrer Umgebung Segnen und loben sie es Doch vergeuden sie nicht ihre Energie, indem sie bemängeln und beklagen, was derzeit nicht so funktioniert, wie sie es wünschen Heißen sie alles Gute willkommen, sodass sie mehr davon bekommen können Lisas weiser Rat Ihre Umgebung zu loben und zu segnen Ist Gold wert Preisen sie alles in ihrem Leben Dann sind sie auf der höchsten Frequenz der Liebe In der biblischen Geschichte diente der Akt des Segnens Den Israeliten, um Gesundheit, Wohlstand und Glück hervorzubringen Sie kannten die Macht des Segnens Die meisten Menschen von heute sprechen einen Segen nur, wenn jemand niest Helf Gott Oder als Gruß im südlichen deutschen Sprachraum Damit bleibt eine der größten Kräfte ungenutzt Das Wörterbuch definiert das Segnen als Anrufen göttlicher Gunst und Zuweisen von Wohlsein oder Wohlstand Deshalb beginnen sie gleich jetzt, alles und jeden zu segnen, um diese Macht in ihr Leben zu rufen Ebenso senden sie Liebe aus, wenn sie jemanden oder etwas loben Diese herrliche Frequenz wird hundertfach zu ihnen zurückkehren Loben und segnen lösen alles Negative auf Darum loben und segnen sie ihre Feinde Wenn sie ihre Feinde verwünschen, wird der Fluch zurückkommen und ihnen selbst schaden Indem sie ihre Feinde loben und segnen, lösen sie alle Negativität und Zwietracht auf Und die Liebe wird zu ihnen zurückkehren Wenn sie loben und segnen, werden sie spürbar in eine andere Frequenz wechseln und erleben, wie die guten Gefühle zu ihnen zurückkommen Dr. Dennis Waitley Die meisten Regenten in der Vergangenheit versäumten einen wichtigen Teil des Geheimnisses, nämlich Macht und Wissen mit anderen zu teilen Jetzt ist die beste Zeit, am Leben zu sein, die es in der Geschichte je gegeben hat Zum ersten Mal liegt die Macht, Wissen zu erwerben, greifbar vor uns Mit diesem Wissen werden sie sich der Wahrheit über diese Welt und über sich selbst bewusst Meine größten Einsichten in das Geheimnis im Hinblick auf das Thema Welt gewann ich aus den Lehren von Robert Collier, Prentice Mulford, Charles Sarnel und Michael Bernard Beckwith Mit dem Verständniskampf völlige Freiheit Ich hoffe von Herzen, dass sie die gleiche Freiheit erlangen können Dann werden sie durch ihre Existenz und durch die Macht ihrer Gedanken dieser Welt und der Zukunft aller Menschen viel Gutes bringen Geheimnis in Kürze Wogegen sie ihren Widerstand richten, das ziehen sie an, weil sie sich intensiv und voller Emotionen darauf konzentrieren Um etwas zu ändern, gehen sie nach innen und senden sie mit ihren Gedanken und Gefühlen ein neues Signal aus Sie können der Welt nicht helfen, indem sie sich auf die negativen Ereignisse konzentrieren Wenn sie dies tun, tragen sie nicht nur zu deren Verbreitung bei, sondern sie bringen gleichzeitig auch mehr Schlechtes in ihr eigenes Leben Anstatt sich auf die Probleme der Welt zu fokussieren, richten sie ihre Aufmerksamkeit und Energie auf Vertrauen, Liebe, Überfluss, Bildung und Frieden Das Gute wird uns niemals ausgehen, weil es mehr als genug für alle gibt Das Leben ist als Leben in Fülle gemeint Sie haben die Fähigkeit durch ihr Denken und Fühlen das grenzenlose Angebot zu erschließen und in ihr Liebe, in ihr Leben zu holen Loben und segnen sie alles in der Welt und sie werden Schlechtigkeit und Zwietracht auflösen, sowie sich selbst auf die höchste Frequenz einstellen, auf Liebe Das Geheimnis über sie Dr. John Hagelin Wenn wir uns umsehen, selbst im Blick auf unseren eigenen Körper, werden wir uns nur der Spitze des Eisbergs gewahr Bob Proctor Denken Sie einmal darüber nach Betrachten Sie Ihre Hand Sie sieht fest aus Doch in Wirklichkeit ist sie das nicht Wenn Sie sie unter ein geeignetes Mikroskop legen, werden Sie eine Masse von vibrierender Energie sehen John Assaraf Alles besteht aus genau dem gleichen Stoff, ob es Ihre Hand ist, das Meer oder ein Stern Dr. Ben Johnson Alles ist Energie Ich möchte Ihnen helfen, dies ein klein wenig besser zu verstehen Da gibt es das Universum, unsere Milchstraße, unseren Planeten und schließlich einzelne Menschen Im Inneren dieses Körpers sind Organsysteme, dann Zellen, dann Moleküle und schließlich Atome Und dann ist da Energie Es gibt also eine Vielzahl von Ebenen zu bedenken, aber alles im Universum ist Energie Als ich das Geheimnis entdeckte, wollte ich wissen, wie Wissenschaft und Physik diese Erkenntnisse kommentieren Ich erfuhr absolut Erstaunliches Die Beschäftigung mit der Quantenphysik half mir zu einem tieferen Verständnis des Geheimnisses auf einer energetischen Ebene zu finden Bei vielen Menschen führt es zu einer Stärkung ihres Glaubens, wenn sie die perfekte Korrelation zwischen dem Wissen über das Geheimnis und den Theorien der neuen Wissenschaften erkennen Ich möchte Ihnen erklären, auf welche Weise Sie der mächtigste Sendeturm im Universum sind Einfach ausgedrückt schwingt jede Energie mit einer Frequenz Da sie Energie sind, schwingen auch sie auf einer Frequenz Und diese wird von ihren gegenwärtigen Gefühlen und Gedanken bestimmt Alle ihre Wünsche bestehen aus Energie und schwingen ebenfalls Alles ist Energie Hier ist das Erstaunliche an der Sache Wenn Sie an das denken, was Sie wollen und diese Frequenz aussenden bewirken Sie, dass die Energie des Gewünschten auf dieser Frequenz schwingt Und Sie ziehen es an Indem Sie sich auf Ihre Wünsche konzentrieren, verändern Sie die Schwingung Ihrer Atome Und Sie bewirken, dass Sie zu Ihnen schwingen Sie sind der mächtigste Sendeturm im Universum Weil Ihnen die Macht gegeben ist, Ihre Energie mithilfe Ihrer Gedanken auszurichten Und die Schwingungen dessen zu verändern, auf das Sie sich konzentrieren Wodurch dieses dann magnetisch zu Ihnen gezogen wird So wie Sie an etwas Schönes denken und sich zu Ihren Wünschen hinfühlen Haben Sie sich auf die Frequenz eingestellt Welche dann die Energie all jener Dinge veranlasst, zu Ihnen zu schwingen Und Sie erscheinen in Ihrem Leben Das Gesetz der Anziehung besagt, dass Gleiches Gleiches anzieht Sie sind ein Energiemagnet Und als solcher ziehen Sie energetisch alles zu sich Und energetisieren sich selbst elektrisch zu all Ihren Wünschen Jeder Mensch handhabt seine magnetisierende Energie selbst Weil kein anderer für ihn denken oder fühlen kann Nur unsere eigenen Gedanken und Gefühle bringen unsere Frequenzen hervor Bereits vor fast 100 Jahren Noch vor den jüngeren wissenschaftlichen Entdeckungen Wusste Charles Hanel, wie das Universum funktioniert Der universelle Geist ist nicht nur Intelligenz, sondern er ist Substanz Und diese Substanz ist die Anziehungskraft, welche durch das Gesetz der Anziehung Elektronen zusammenführt Sodass sie Atome bilden Die Atome wiederum werden Kraft des gleichen Gesetzes zusammengeführt und bilden Moleküle Moleküle nehmen gegenständliche Gestalt an Und so stellen wir fest, dass das Gesetz als schöpferische Kraft hinter jeder Manifestation steht Nicht nur von Atomen, sondern von Welten und dem Universum Von allem, von dem die Vorstellungskraft sich irgendein Bild machen kann Charles Hanel Bob Proctor Ganz gleich, in welcher Stadt sie wohnen Sie bergen genug Kraft in ihrem Körper, potenzielle Kraft Um die ganze Stadt fast eine Woche lang zu beleuchten Sich dieser Kraft bewusst zu werden, bedeutet ein Energiebündel zu werden Das Universum ist das Energiebündel Es birgt ausreichend Kraft, um jeder Situation im Leben, jedes Universums gerecht zu werden Wenn der individuelle Geist den individuellen Geist berührt, empfängt er all dessen Kraft Charles Hanel James Ray Die meisten Menschen definieren sich selbst nach ihrem begrenzten Körper Aber sie sind nicht ein begrenzter Körper Schon unter einem Mikroskop sind sie ein Energiefeld Und was wissen wir über Energie? Sie gehen zu einem Quantenphysiker und fragen ihn Was erschafft die Welt? Er oder sie wird ihnen antworten Energie Nun beschreiben sie Energie Energie kann niemals erschaffen oder vernichtet werden Energie war und ist immer gewesen Alles was jemals existierte, existiert immer Es bezieht eine Form, geht durch die Form und verlässt die Form Sie gehen zu einem Theologen und fragen ihn Was erschuf das Universum? Er oder sie wird ihnen antworten In Ordnung, beschreiben sie Gott War immer und ist immer gewesen Kann niemals erschaffen oder vernichtet werden Alles was jemals war, wird immer sein Es bezieht eine Form, geht durch die Form und verlässt die Form Sie erhalten somit die gleiche Beschreibung, lediglich in unterschiedlicher Terminologie Wenn sie also denken, sie seien diese fleischliche Hülle, die über die Erde spaziert, dann denken sie noch einmal nach Sie sind ein spirituelles Wesen Sie sind ein Energiefeld, das in einem größeren Energiefeld operiert Wie macht sie das alles zu einem spirituellen Wesen? Die Antwort auf diese Frage ist für mich einer der großartigsten Aspekte in der Lehre des Geheimnisses Sie sind Energie und Energie kann weder erschaffen noch vernichtet werden Energie wächst lediglich die Form und das heißt sie Ihre wahre Essenz, ihre reine Energie ist immer gewesen und wird immer sein Sie können niemals nicht sein Tief im Innern wissen sie das Können sie sich vorstellen, nicht zu sein Abgesehen von all dem, was sie in ihrem Leben gesehen und erlebt haben Können sie sich vorstellen, nicht zu sein Sie können es sich nicht vorstellen, weil es unmöglich ist Sie sind ewige Energie Der eine universelle Geist Dr. John Hagelin Die Quantenmechanik bestätigt es Die Quantenkosmologie bestätigt es Das Universum geht im Grunde aus Gedanken hervor Und alle Materie um uns herum ist einfach der Niederschlag unserer Gedanken Letztlich sind wir die Quelle des Universums Und von dem Moment, da wir diese Kraft aus unmittelbarer Erfahrung verstehen Können wir unsere Macht ausüben und allmählich mehr und mehr erlangen Alles erschaffen Alles aus dem Innern unseres eigenen Bewusstseinsfeldes Wissen Ist letztlich das universelle Bewusstsein, welches das Universum lenkt Unser Körper Unsere Macht gebrauchen Dies wiederum hängt davon ab, auf welche Stufe unser Denken stattfindet Einige der größten Lehrer Und Avatare beschrieben das Universum auf die gleiche Weise wie Dr. Hagelin Alles, was existiert, ist der eine universelle Geist Und es gibt nichts, wo nicht der eine universelle Geist ist Er existiert in allem Der eine Geist ist alle Intelligenz, alle Weisheit und alle Vollkommenheit Er ist alles und überall zugleich Wenn alles der eine universelle Geist ist und dieser in Gänze überall existiert, dann ist alles auch in Ihnen Lassen Sie mich Ihnen verständlich machen, was das für Sie bedeutet Es bedeutet, dass jede Möglichkeit bereits existiert Alles Wissen, alle Entdeckungen und alle Erfindungen in der Zukunft sind als Möglichkeiten im universellen Geist Und warten nur darauf, dass der menschliche Geist Sie hervorzieht Jede Schöpfung und Erfindung in der Geschichte wurde ebenfalls aus dem universellen Geist gezogen Ob der jeweilige Schöpfer oder Erfinder sich dessen bewusst war oder nicht Und wie bezieht man etwas aus dem universellen Geist? Indem Sie sich seiner bewusst werden und sie von Ihrer wunderbaren Vorstellungskraft Gebrauch machen Sehen Sie sich um nach Bedürfnissen, die darauf warten, erfüllt zu werden Stellen Sie sich vor, es gäbe eine große Erfindung, die dies oder jenes Problem lösen könnte Sehen Sie sich um nach Bedürfnissen und dann denken und visualisieren Sie Ihre Erfüllung ins Dasein Sie brauchen die Entdeckung oder Erfindung nicht im Einzelnen auszuarbeiten Der höchste Geist verfügt über diese Fähigkeit Sie brauchen nichts anderes zu machen, als Ihre Gedanken auf das Ergebnis zu richten Sich die Erfüllung vorzustellen und damit Ihren Wunsch ins Dasein zu rufen Indem Sie danach fragen, fühlen und glauben, werden Sie empfangen Es gibt ein grenzenloses Angebot an Ideen, die darauf warten, dass Sie zugreifen und sie verwirklichen All das können Sie allein durch Ihr Bewusstsein erreichen Göttlicher Geist ist die eine und einzige Wirklichkeit Charles Hillmore Hallmore John Assaraf Wir sind alle verbunden Wir sehen es bloß nicht Es gibt kein dort draußen und hier drinnen Alles im Universum ist verbunden Es ist ein einziges Energiefeld Wie Sie es auch betrachten mögen, das Ergebnis ist immer das gleiche Wir sind eins Wir sind alle verbunden und wir sind alle Teil des einen Energiefelds Des einen höchsten Geistes Des einen Bewusstseins oder der einen schöpferischen Quelle Nennen Sie es, wie Sie mögen Aber wir alle sind eins Wenn Sie bedenken, dass wir alle eins sind, erkennen Sie jetzt die absolute Perfektion dieses Gesetzes? Nun, verstehen Sie, warum sich Ihre negativen Gedanken über einen anderen Menschen umkehren und nur Sie selbst verletzen werden Wir sind eins Sie können nicht verletzt werden, wenn Sie den Angriff nicht ins Dasein rufen, indem Sie negative Gedanken und Gefühle aussenden Sie haben einen freien Willen, um selbst zu wählen Aber wenn Sie negativ denken und fühlen Dann trennen Sie sich von dem einen und allem Guten Betrachten Sie alle negativen Emotionen auf der Welt Und Sie werden entdecken, dass jeder einzelne von Ihnen auf Angst beruht Sie rühren von Gedanken der Trennung her Und davon, dass man sich selbst als von den anderen getrennt sieht Konkurrenz ist ein Beispiel von Trennung Wenn Sie mit anderen im Wettstreit liegen, liegt dies an dem Glauben Dass es nur begrenzte Mittel gäbe Mit Ihren Gedanken sagen Sie, dass es nicht für jeden genug gäbe Deshalb müssten wir miteinander konkurrieren und gegeneinander um die Ressourcen kämpfen Im Wettstreit kann auch der Erste niemals gewinnen Selbst wenn er glaubt, gesiegt zu haben Nach dem Gesetz der Anziehung werden Sie durch das Konkurrenzdenken viele Menschen und Umstände anziehen Die in jedem Bereich Ihres Lebens gegen Sie antreten werden Am Ende sind Sie der Verlierer Wir sind alle eins Wenn Sie mit anderen konkurrieren, treten Sie also in einen Wettstreit gegen sich selbst Sie müssen sich die Konkurrenz aus dem Kopf schlagen und ein schöpferischer Geist werden Konzentrieren Sie sich nur auf Ihre Träume, auf Ihre Visionen Und werfen Sie alles Konkurrenzdenken über Bord Das Universum ist der Universallieferant Alles kommt von Universum und wird nach dem Gesetz der Anziehung durch Menschen, Umstände und Ereignisse an Sie geliefert Denken Sie sich das Gesetz der Anziehung als das Gesetz der Versorgung Es ermächtigt Sie, alles aus dem unendlichen Angebot zu beziehen Wenn Sie die perfekte Frequenz dessen aussenden, was Sie wünschen Werden die richtigen Menschen, Umstände und Ereignisse angezogen werden und an Sie geliefert Es sind nicht die Menschen, die Ihnen Ihre Wünsche erfüllen Wenn Sie diesen irrigen Glauben anhängen, werden Sie Mangel erleben, weil Sie die äußere Welt und andere Menschen für die Lieferanten halten Die tatsächliche Quelle ist das unsichtbare Feld Ob Sie es das Universum nennen, den höchsten Geist, Gott, die unendliche Intelligenz oder wie auch immer Wenn Sie etwas empfangen, erinnern Sie sich, dass Sie es selbst nach dem Gesetz der Anziehung angezogen haben Weil Sie auf der richtigen Frequenz und in Harmonie mit der universellen Versorgung sind Die alles durchdringende universelle Intelligenz hat Menschen, Umstände und Ereignisse in Bewegung gesetzt Um Ihnen das Ersehnte zu geben, weil dies Gesetz ist Liza Nichols Wir lassen uns oft ablenken von dem, was wir unseren Körper nennen Es ist lediglich eine Hüllung und Wohnung für unseren Geist Ihr Geist ist so groß, dass er einen Raum ausfüllt Sie sind ewiges Leben Sie sind Gott Manifestiert in Menschengestalt Vollendet erschaffen Michael Bernard Beckwith Den alten Schriften zufolge sind wir nach dem Bilde und Gleichnis Gottes erschaffen Wir könnten unsere Existenz auch als das Mittel bezeichnen, durch das sich das Universum seiner selbst bewusst wird Wir könnten sagen, dass wir das unendliche Feld der sich entfaltenden Möglichkeit sind Dies alles treffe zu 99% ihres Wesens sind unsichtbar und nicht zu greifen Richard Buckminster Fuller 1895 bis 1983 Sie sind Gott in einem materiellen Körper Sie sind Geist im Fleische Sie sind ewiges Leben, das sich selbst in ihrer Gestalt zum Ausdruck bringt Sie sind ein kosmisches Wesen Sie sind Allmacht Sie sind Allweisheit Sie sind Allintelligenz Sie sind Vollkommenheit Sie sind Herrlichkeit Sie sind der Schöpfer und Sie erschaffen alles auf diesem Planeten James Ray Von jeder Tradition haben Sie gehört, dass Sie nach dem Bilde und Gleichnis der schöpferischen Quelle erschaffen worden sind Dies bedeutet, dass Sie Gottes Potenzial besitzen und Macht, Ihre Welt zu erschaffen Möglicherweise haben Sie bereits Dinge kreiert, die wundervoll und ihrerwürdig sind Vielleicht auch nicht Ich möchte Sie bitten zu bedenken Entsprechen die Resultate, welche Sie in Ihrem Leben erzielt haben, wirklich Ihren Wünschen? Sind sie ihrerwürdig? Falls das nicht so ist, wäre dann nicht jetzt der richtige Zeitpunkt, dies zu verändern? Sie haben die Macht dazu Alle Macht ist von innen und deshalb unter unserer Kontrolle Robert Collier Sie sind nicht Ihre Vergangenheit Jack Canfield Viele Menschen fühlen sich als Opfer im Leben und verweisen oft auf Geschehnisse in der Vergangenheit Etwa, dass sie von einem Elternteil missbraucht worden oder in einer zerrütteten Familie aufgewachsen sind Die meisten Psychologen glauben, dass etwa 85% der Familien funktionsgestört sind Und schon sind sie gar nicht mehr so einzigartig Meine Eltern waren Alkoholiker Mein Vater hat mich missbraucht Meine Mutter ließ sich von ihm scheiden, als ich sechs Jahre alt war Ich meine, das ist doch so oder so ähnlich, fast jedermanns Geschichte Die eigentliche Frage ist aber, was wollen sie jetzt tun? Wofür entscheiden sie sich nun? Sie können sich entweder weiter auf die schlimme Vergangenheit oder auf ihre Ziele konzentrieren Wenn Menschen anfangen, sich auf ihre Zukunft zu besinnen, dann fällt das, was sie nicht wollen, aus dem Blickfeld Ihre Wünsche nehmen mehr Raum ein und das andere verschwindet Wer aber seinen Sinn auf die dunkle Seite des Lebens richtet Wer wieder und wieder die Unglücksfälle und Enttäuschungen der Vergangenheit durchlebt Der bittet um ähnliche Unglücksfälle und Enttäuschungen in der Zukunft Falls sie für die Zukunft nichts anderes als schwarz sehen wollen Dann fragen sie nach solchem Pech und sie werden es gewiss erhalten Prentice Mulford Wenn sie auf ihr Leben zurückblicken und sich mit den Schwierigkeiten aus der Vergangenheit aufhalten Ziehen sie nur noch mehr problematische Umstände an Lassen sie alle los, ganz gleich, was es ist Denken sie an sich Wenn sie Groll hegen oder jemanden etwas von früher vorerhalten Schaden sie damit gewiss nur sich selbst Sie sind der Einzige, der das Leben erschaffen kann, wie sie es verdienen Wenn sie sich bewusst auf ihre Wünsche besinnen und von nun an gute Gefühle ausstrahlen, wird das Gesetz der Anziehung darauf ansprechen Sie brauchen nichts anderes zu unternehmen, als einen Anfang zu machen Und sobald sie dies umsetzen, werden sie den Zauber entfesseln Liza Nichols Sie sind der Gestalter ihres Schicksals Sie sind der Autor Sie schreiben das Drehbuch Der Stift liegt in ihrer Hand Und das Ergebnis ist ihre Wahl Michael Bernard Beckwith Das Schöne am Gesetz der Anziehung ist, dass sie es sofort umsetzen können Sie können beginnen, reale Gedanken zu hegen und in ihrem Innern ein Gefühl von Harmonie und Freude zu erzeugen Das Gesetz wird darauf ansprechen Dr. Joey Vitale Nun beginnen Sie also, andere Glaubenssätze zu formulieren Zum Beispiel Im Universum gibt es mehr als genug Vielleicht glauben Sie, ich werde nicht älter, ich werde jünger Kraft des Gesetzes der Anziehung können wir unser Leben nach unserem Wünschen erschaffen Michael Bernard Beckwith Sie können sich freimachen von ihren ererbten Mustern, kulturellen Regeln und gesellschaftlichen Glaubenssätzen Und ein für allemal beweisen, dass die Macht in ihrem Inneren größer ist als die Macht in der Welt Dr. Fred Allen Wolf Sie denken vielleicht Das ist schön und gut, aber ich kann das nicht Sie würde mir das nicht erlauben Er würde mich das nie machen lassen Ich habe nicht genug Geld dafür Ich bin nicht stark genug dafür Ich bin nicht reich genug dafür Oder Ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht Jedes einzelne Ich bin nicht ist ihre Schöpfung Es ist eine gute Idee, darauf aufmerksam zu werden, wenn sie aussprechen Ich bin nicht Und darüber nachzudenken, was sie gerade erschaffen, indem sie es sagen Eine wichtige Erkenntnis in Dr. Wolfs Mitteilung ist auch von allen großen Lehrern dokumentiert Und bezieht sich auf die Macht der Worte Ich bin Durch die Formulierung Ich bin rufen sie mächtig zur Schöpfung auf Weil sie mit Ich bin eine Tatsache bekunden Sie stellen etwas mit Gewissheit fest Und einen Augenblick, nachdem sie gesagt haben Ich bin müde Ich bin pleite Ich bin krank Ich bin zu spät Ich bin übergewichtig Oder Ich bin alt Sprich der dienstbare Geist Dein Wunsch ist mir Befehl Wäre es dann nicht eine gute Idee, damit zu beginnen, die beiden machtvollsten Worte Ich bin zu ihrem Vorteil zu gebrauchen? Wie wäre es mit Ich bin Empfänger aller guten Dinge Ich bin glücklich Ich bin Fülle Ich bin gesund Ich bin Liebe Ich bin stets pünktlich Ich bin ewige Jugend Oder Ich bin voller Energie Tag für Tag In seinem Buch The Master Key System beschreibt Charles Hanel, dass es eine Affirmation gibt, die alles enthält, was ein Menschenwesen jemals wollen kann und was sie zur Harmonie im Verhältnis zu allen Umständen führt. Er erklärt dazu Der Grund dafür ist, dass diese Feststellung genau mit der Wahrheit übereinstimmt und wenn Wahrheit hervortritt, muss jegliche Form von Irrtum oder Missklang zwangsläufig verschwinden. Die Affirmation lautet Ich bin ganz Vollkommen Stark Machtvoll Liebevoll Harmonisch Und glücklich Falls es in ihren Ohren nach Arbeit klingt, ihre Wünsche aus dem Unsichtbaren ins Sichtbare zu bringen, dann versuchen sie folgende Abkürzung. Verstehen sie ihre Wünsche als absolute Tatsache. Diese Taktik wird ihre Träume mit Lichtgeschwindigkeit verwirklichen. In derselben Sekunde, in der sie danach fragen, ist es im universellen, spirituellen Feld eine Tatsache und dieses Feld ist alle Existenz. Stellen sie sich gedanklich etwas vor. Wissen sie, dass es eine Tatsache ist und dass die Verwirklichung keine Frage mehr sein kann. Das Gesetz ist unbegrenzt für sie da. Wagen sie, an ihr eigenes Ideal zu glauben. Denken sie an das Ideal als eine bereits bewerkstelligte Tatsache. Charles Als Autopioniere wie Henry Ford ihre Vision von einem Kraftwagen in unsere Welt brachten, machten sich die Menschen in ihrem Umfeld über sie lustig und dachten, sie seien verrückt geworden, eine solch abwegige Vision zu verfolgen. Henry Ford wusste viel mehr als seine Spötter. Er kannte das Geheimnis und er kannte das Gesetz des Universums. Ob sie denken, dass sie können, oder ob sie denken, dass sie nicht können, es ist beides richtig. Henry Ford Denken sie, dass sie können, mit diesem Wissen um das Geheimnis können sie alles erreichen, was sie wollen. Früher haben sie vielleicht unterschätzt, wie brillant sie sind, aber nun wissen sie, dass sie höchster Geist sind und dass sie durch den einen höchsten Geist all ihre Wünsche realisieren können. Jede Erfindung, jede Inspiration, jede Antwort, alles. Sie können alles machen, was ihnen in den Sinn kommt. Sie sind ein unübertröffliches Genie. Also fangen sie an, daran zu glauben und werden sie sich bewusst, wer sie wirklich sind. Michael Bernard Beckwith Gibt es dabei irgendwelche Grenzen? Absolut keine. Wir sind unbegrenzte Wesen. Wir haben weder Mauern um noch eine Decke über uns. Die Fähigkeiten und Talente, die Begabungen und die Macht, die in jedem Menschen auf diesem Planeten stecken, sind grenzenlos. Werden sie ihrer Gedanken gewahr. All ihre kreative Energie liegt darin, dass sie sich ihrer Macht bewusst werden und diese Erkenntnis nicht wieder vergessen. Wenn sie es zulassen, kann sich ihr Denken aufführen wie eine wild gewordene Dampflok, die sich verselbstständigt hat. Es kann sie in ihre Vergangenheit vortragen und sie kann sie dann in die Zukunft mitnehmen, indem sie Unglück aus früheren Zeiten in ihre Zukunft projiziert. Auch solche unkontrollierten Gedanken erschaffen Wirklichkeit. Wenn sie bewusst leben, bleiben sie in der Gegenwart und wissen, was sie gerade denken. Sie haben die Kontrolle über ihre Gedanken und darin liegt alle ihre Macht. Doch wie werden sie sich jetzt ihrer Gedanken bewusst? Ein Weg dahin ist, innezuhalten und sich zu fragen, was denke ich gerade? Was fühle ich momentan? Bereits in dem Augenblick ihres Fragens wird ihnen bewusst, was in ihrem Geist vorgeht, weil sie ihre Gedanken in die Gegenwart zurückgeholt haben. Wann immer sie daran denken, holen sie ihr Bewusstsein in die Gegenwart zurück. Wiederholen sie dies täglich hunderte von Malen, denn, erinnern sie sich? All ihre Macht basiert darauf, dass sie sich ihrer kreativen Energie bewusst sind. Michael Bernard Beckwith fasst diesen Umstand in der prägnanten Aufforderung zusammen. Vergessen sie nicht daran zu denken. Dieses Motto ist zum Leitmotiv meines Lebens geworden. Um mir selbst zu helfen, mir meiner Gedanken bewusster zu werden, damit ich nicht vergesse, daran zu denken, bat ich das Universum, mir einen sanften Stups zu geben, um mich in die Gegenwart zurückzuholen, wann immer mein Denken sich verselbstständigt und Ausflüge auf meine Kosten macht. Einen sanften Stups erkenne ich daran, dass ich mich irgendwo anstoße bzw. etwas fallen lasse, oder es ertönt plötzlich eine Sirene oder ein Wecker. All dies signalisiert mir, dass mein Geist wieder abgehoben hat und es gilt, in die Gegenwart zurückzukommen. Wenn ich diese Signale erkenne, erhalte ich augenblicklich inne und frage mich, was denke ich gerade, was fühle ich gerade? Bin ich mir meiner Geisteshaltung bewusst? In dem Augenblick bin ich mir natürlich darüber klar. Genau in dem Moment, in dem Sie sich fragen, ob Sie Ihre Gedanken im Griff haben, sind Sie in der Gegenwart angekommen. Sie sind sich Ihrer Gedanken bewusst. Das wirkliche Geheimnis der Macht ist das Bewusstsein der Macht. Charles Hanel Wenn Sie sich der Macht des Geheimnisses bewusst werden und anfangen, davon Gebrauch zu machen, werden all Ihre Fragen beantwortet werden. Während Sie beginnen, Ihr Verständnis von dem Gesetz der Anziehung zu vertiefen, können Sie es sich zur Gewohnheit machen, Fragen zu stellen. Auf diesem Wege werden Sie auf jede Ihrer Fragen eine Antwort erhalten. Zu Beginn können Sie dieses Buch dazu benutzen. Wenn Sie eine Antwort oder einen Rat zu irgendeinem Problem in Ihrem Leben suchen, formulieren Sie Ihre Frage. Glauben Sie, dass Sie empfangen werden, und dann schlagen Sie dieses Buch irgendwo auf, genau an der Stelle, wo die Seiten auseinanderfallen, werden Sie den gesuchten Fingerzeig finden. In Wahrheit hat Ihnen das Universum schon Ihr ganzes Leben geantwortet, aber Sie können die Antworten nicht empfangen, wenn Sie sich dieser Gesetzmäßigkeit nicht bewusst sind. Nehmen Sie Ihr Umfeld wahr. Denn die Antworten auf Ihre Fragen erhalten Sie auf einer unendlichen Vielfalt von Wegen, den ganzen Tag hindurch. Eine Zeitungsüberschrift, die Ihre Aufmerksamkeit anzieht, könnte Ihnen schon die Antwort liefern, oder Sie schnappen ein paar Worte eines Gesprächs oder eines Liedes im Radio auf. Sie lesen die Aufschrift auf einem vorüberfahrenden Lastwagen, oder Sie erhalten eine plötzliche Eingebung. Vergessen Sie nicht daran zu denken, und werden Sie sich Ihrer Gedanken bewusst. Ich habe in meinem eigenen Leben und bei anderen Menschen festgestellt, dass wir uns selbst heruntermachen oder uns selbst nicht recht mögen. Wenn wir uns nicht lieben, kann dies bedeuten, dass wir die Erfüllung unserer Wünsche blockieren. Wenn wir uns nicht ständig schätzen, stoßen wir buchstäblich etwas von uns fort. All unsere Träume, egal welche, sind von Liebe motiviert. Es gilt, das Gefühl von Liebe zu erleben, wenn wir uns nach so etwas wie Jugend, Geld, dem Traumpartner, einem guten Job, einem schönen Körper oder vollkommener Gesundheit sehnen. Um unsere Wünsche zu verwirklichen, müssen wir Liebe aussenden, dann werden wir augenblicklich beschenkt. Der Haken an der Sache ist, um die höchste Frequenz der Liebe auszusenden, müssen Sie sich selbst lieben, und das kann vielen sehr schwer fallen. Wenn Sie sich auf Äußerlichkeiten konzentrieren, auf das, was Sie jetzt wahrnehmen, stellen Sie sich womöglich selbst ein Bein. Was Sie zur Zeit an sich selbst erkennen und über sich fühlen, ist das Ergebnis Ihrer bisherigen Gedanken. Wenn Sie sich nicht selbst lieben, dann ist die Person, die Sie jetzt sehen, wahrscheinlich voller Fehler, die Sie bei sich gefunden haben. Um sich selbst ganz zu lieben, müssen Sie sich auf eine neue Dimension von sich besinnen. Sie müssen sich auf die gegenwärtige Präsenz in Ihrem Inneren konzentrieren. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und sitzen Sie ganz still. Konzentrieren Sie sich darauf, die lebendige Präsenz in Ihrem Inneren zu fühlen. Wenn Sie sich auf die innere Präsenz konzentrieren, dann wird Sie anfangen, sich Ihnen zu offenbaren. Das ist ein Gefühl von reiner Liebe und Glückseligkeit. Und es ist Vollendung. Jene Präsenz ist Ihre Vollkommenheit. Jene Präsenz ist das, was Sie wirklich sind. Während Sie sich auf diese Präsenz konzentrieren, während Sie sie fühlen, lieben und loben, lieben Sie sich selbst ganz und gar, möglicherweise zum ersten Mal in Ihrem Leben. Jedes Mal, wenn Sie sich selbst mit kritischem Blick betrachten, schalten Sie sofort um und richten Sie Ihr Augenmerk auf die Präsenz im Inneren, und Ihre Vollkommenheit wird sich Ihnen offenbaren. Dadurch wird sich alles Unvollkommene, das sich in Ihrem Leben manifestiert hat, auflösen, weil Unvollkommenheit im Lichte dieser Präsenz nicht bestehen kann. Ob Sie Ihr perfektes Sehvermögen wiedergewinnen, Krankheit heilen oder Wohlbefinden wiederherstellen wollen, Armut in Reichtum verwandeln, altern und Degeneration umkehren, oder ob Sie jegliche Negativität ausmerzen wollen, konzentrieren Sie sich und lieben Sie die Präsenz in Ihrem Inneren, und Vollkommenheit wird sich manifestieren. Die absolute Wahrheit besteht darin, dass das Ich vollkommen und fehlerfrei ist. Das wirkliche Ich ist spirituell und kann deshalb niemals weniger sein als vollkommen. Es kann niemals irgendeinen Mangel, Begrenzung oder Krankheit haben. Charles Hanel Geheimnis in Kürze Alles ist Energie. Sie sind ein Energiemagnet, und als solcher ziehen Sie energetisch alles zu sich und energetisieren sich selbst elektrisch zu allem, was Sie wollen. Sie sind ein spirituelles Wesen. Sie sind Energie, die weder erschaffen noch vernichtet werden kann. Sie wechselt lediglich die Form. Deshalb ist Ihr reiner Wesenskern immer gewesen und wird immer sein. Das Universum geht aus Gedanken hervor. Wir sind die Schöpfer nicht nur unseres eigenen Schicksals, sondern auch des Universums. Ein grenzenloses Angebot an Ideen steht Ihnen zur Verfügung. Alles Wissen, alle Entdeckungen und alle Erfindungen bestehen bereits als Möglichkeiten im universellen Geist und warten nur darauf, dass der menschliche Geist Sie hervorzieht. Alle Möglichkeiten liegen in der Macht Ihres Bewusstseins. Wir sind alle verbunden und wir sind alle eins. Lassen Sie Schwierigkeiten aus Ihrer Vergangenheit los, die kulturellen Regeln und die gesellschaftlichen Glaubenssätze. Sie sind der Einzige, der das Leben erschaffen kann, das Sie verdienen. Eine Abkürzung zur Verwirklichung Ihrer Wünsche ist, betrachten Sie Ihre Träume als eine bereits realisierte Tatsache. Ihre Macht liegt in Ihren Gedanken und deshalb bleiben Sie sich dieser bewusst. Mit anderen Worten, vergessen Sie nicht daran zu denken. Das Geheimnis über das Leben Neil Donald Walsh Autor internationaler Redner und spiritueller Bote Es gibt keine Tafel im Himmel, auf die Gott ihre Bestimmung, ihre Mission im Leben geschrieben hat. Es gibt keine Tafel im Himmel, auf der steht Neil Donald Walsh, ansehnlicher Bursche, der im ersten Teil des 21. Jahrhunderts lebte und Und dann ist da ein Freiraum. Vielleicht denken Sie, um wirklich zu verstehen, was ich hier tue und warum ich hier bin, brauche ich nur jene Tafel aufzuspüren und herauszufinden, was Gott wirklich für mich im Sinn hat. Aber die Tafel existiert nicht. Also ist Ihre Bestimmung, was Sie sich als Lebensziel aussuchen. Ihre Mission ist die Mission, die Sie sich selbst geben. Sie erschaffen Ihr Leben und keiner wird darüber zu Gericht sitzen. Jetzt oder irgendwann. Sie haben die Tafel Ihres Lebens zu füllen, womit auch immer Sie wollen. Wenn Sie sie mit Gepäck aus der Vergangenheit vollgeschrieben haben, dann wischen Sie sie frei. Löschen Sie alles aus der Vergangenheit, was Ihnen nicht dient. Und seien Sie dankbar, dass das Leben Sie dahin gebracht hat, wo Sie jetzt sind, und zu einem Neuanfang. Sie haben eine saubere Tafel vor sich und können von Neuem beginnen. Gerade hier, gerade jetzt. Finden Sie Ihre Freude und leben Sie sie. Jack Canfield Ich brauchte sehr viele Jahre, um an diesen Punkt zu kommen, denn ich war unter dem starken Einfluss dieser Vorstellung aufgewachsen, dass es etwas gäbe, das zu tun mir bestimmt war, und wenn ich es nicht erfüllte, würde Gott nicht zufrieden sein mit mir. Als ich wirklich begriff, dass es mein wichtigstes Ziel war, Freude zu empfinden und zu erleben, da fing ich an, nur nach dem zu streben, was mir Freude bereitete. Ich habe ein Motto, wenn es keinen Spaß macht, dann lass es bleiben. Neal Donald Walsh Freude Freude Dr. John Gray Dr. John Gray Sie haben die freie Wahl. Dr. Joe Vitale Dr. Joe Vitale Das mache ich fast immer. Anders als ich. Nur eines ist anders. Sie arbeiten mit dem Geheimnis. Morris Goodman Dann können Sie das machen, haben und sein, von dem die Leute einst behaupteten, sie könnten das unmöglich machen, haben und sein. Dr. Fred Allen Wolf Wir gehen jetzt wirklich in eine neue Zeit. Es ist die Ära, in der die letzte Grenze nicht der Raum ist, wie es bei Star Trek heißen würde, sondern der Geist. Dr. John Hagelin Ich sehe eine Zukunft grenzenlosen Potenzials, grenzenloser Möglichkeiten. Sie erinnern sich, wir nutzen höchstens 5% des Potenzials unseres menschlichen Geistes. 100% menschliches Potenzial ist das Ergebnis richtiger Ausbildung. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die Menschen ihr volles mentales und emotionales Potenzial nutzen. Wir könnten überall hingehen, wir könnten alles machen und alles erreichen. Diese Zeit auf unserem herrlichen Planeten ist die aufregendste Zeit in der Geschichte. Wir sind im Begriff zu sehen und zu erleben, wie das Unmögliche in jedem Bereich menschlichen Bemühens und in jeder Hinsicht möglich wird. Wenn wir alle begrenzenden Gedanken loslassen und wissen, dass wir grenzenlos sind, werden wir die grenzenlose Herrlichkeit des Menschen erleben, die sich in Sport, Gesundheit, Kunst, Technik, Wissenschaft und in jedem Bereich der Schöpfung Ausdruck verleiht. Nehmen Sie Ihre Herrlichkeit an. Bob Proctor Sehen Sie sich mit dem Guten, nach dem Sie verlangen. Jedes religiöse Buch sagt uns, dass jedes gute Buch über Philosophie, jeder große Lehrer, alle Avatare, die je gelebt haben. Gehen Sie hin und studieren Sie die Lehren der Weisen. Viele von Ihnen sind Ihnen in diesem Buch vorgestellt worden. Sie alle haben eines verstanden, das Geheimnis. Nun verstehen Sie es. Und je mehr Sie es nutzen, desto mehr werden Sie es verstehen. Das Geheimnis ist in Ihnen. Je mehr Sie die Kraft in Ihrem Inneren nutzen, desto mehr Energie werden Sie anziehen. Sie werden an einen Punkt gelangen, an dem Sie nicht mehr weiter zu üben brauchen, denn Sie werden die Macht sein. Sie werden die Vollkommenheit sein. Sie werden die Weisheit sein. Sie werden die Intelligenz sein. Sie werden die Liebe sein. Sie werden die Freude sein. Liza Nichols Sie sind nur deshalb an diesen Punkt in Ihrem Leben gekommen, weil etwas in Ihnen beharrlich sagte. Du hast verdient, glücklich zu sein. Sie wurden geboren, um etwas hinzuzufügen, um dieser Welt mehr Wert zu geben, einfach um etwas zu sein, was größer und besser ist als das, was Sie gestern waren. Alles, was Sie durchgemacht haben, jeder Augenblick, den Sie hinter sich haben. Es gab Sie nur, um Sie auf diesen Moment gerade jetzt vorzubereiten. Stellen Sie sich vor, was Sie von heute an mit dem neuen Wissen machen können. Nun begreifen Sie, dass Sie der Schöpfer Ihres Schicksals sind. Wie viel mehr werden Sie also unternehmen? Wie viel mehr werden Sie sein? Wie viele weitere Menschen werden Sie durch Ihre bloße Existenz segnen? Was werden Sie mit dem Augenblick anfangen? Wie werden Sie ihn ergreifen? Kein anderer kann Ihren Tanz tanzen. Kein anderer kann Ihr Lied singen. Kein anderer kann Ihre Geschichte schreiben. Wer Sie sind und was Sie tun, beginnt gerade jetzt. Michael Bernard Beckwith Sie wird Sie bekleiden. Sie wird Sie leiten, schützen, lenken, Ihre Existenz bewahren, wenn Sie es zulassen. Das ist, was ich weiß, ganz gewiss. Die Erde dreht sich auf Ihrer Umlaufbahn für Sie. Die Meere wechseln zwischen Ebbe und Flut für Sie. Die Vögel singen für Sie. Die Sonne geht auf und unter für Sie. Die Sterne kommen hervor für Sie. Alles Schöne um Sie herum, alles Wunderbare, das Sie erleben. Es ist alles da für Sie. Sehen Sie sich um. Nichts davon kann existieren ohne Sie. Ganz gleich, für wen Sie sich bisher gehalten haben. Jetzt kennen Sie die Wahrheit und wer Sie wirklich sind. Sie sind der Herr des Universums. Sie sind der Erbe des Königsreichs. Sie sind die Vollendung des Lebens. Und nun kennen Sie das Geheimnis. Möge die Freude mit Ihnen sein. Das Geheimnis ist die Antwort auf alles, was war, was ist und was je sein wird. Sie können die Tafel Ihres Lebens füllen, womit auch immer Sie wollen. Ihre einzige Aufgabe ist, glücklich zu sein. Je mehr Sie die Energie in Ihrem Inneren nutzen, desto mehr Kraft werden Sie anziehen. Nun ist der Zeitpunkt Ihrer Herrlichkeit freudig zu akzeptieren. Wir leben mitten in einer wunderbaren Zeit. Wenn wir alle begrenzenden Gedanken loslassen, werden wir die wahre Herrlichkeit des Menschen erleben. In jedem Bereich der Schöpfung. Beschäftigen Sie sich mit dem, was Sie lieben. Wenn Sie nicht wissen, was Sie glücklich macht, fragen Sie sich, was bereitet mir Freude. Wenn Sie sich Ihrer Freude widmen, werden Sie eine Fülle von Glücksmomenten erleben, weil Sie Freude ausstrahlen. Nun haben Sie das Wissen um das Geheimnis erfahren. Was Sie damit anfangen, liegt allein bei Ihnen. Im Anschluss an dieses letzte Kapitel gibt es zwei weitere Teile in diesem Buch, die ich nicht weiter vorlesen werde. Ende. Ende. Ende.